Erfolg Hörspiel in vier Teilen Nach dem Roman von Leon Feuchtwanger Bearbeitung Jochen Kittner Musik Peter Zbettkopf Regie Hartmut Kirste Erster Teil Justiz In der staatlichen Sammlung moderner Meister in München hing ein Jahr nach dem ersten großen Krieg mehrere Monate hindurch im Saal Römisch 6 ein großes Gemälde, vor dem sich oft Leute ansammelten. Es stellte dar einen kräftigen Mann in mittleren Jahren, der ein starkes Lächeln um die festen Lippen aus langen, tiefliegenden Augen auf eine Schar älterer Männer schaute, die gekränkt vor ihm standen. Die Gesichter verschieden, offen, verkniffen, gewalttätig, behaglich, doch wiedergehalten von Aussehen. Überzeugt von sich und ihrer Sache? Beleidigt? Ja, erbittert. Die Menschen des Bildes muteten bekannt an und fremd zugleich. Welchem Volk und welcher Zeit sie angehörten, erkannte man nicht. Suchte man im Katalog, so fand man unter der Nummer 1437, als den Maler einen Franz Landholzer, als Bezeichnung des Bildes Josef und seine Brüder oder Gerechtigkeit. Der Erwerb des Bildes durch den Staat hatte Lärm gemacht. Der Maler sei ein Sonderling, hieß es. Lebe vagabundierend auf dem Land, aber unangenehme, aggressive Manieren. Die zünftige Kritik wusste nicht viel damit anzufangen. Die seltsam, außermodische, klobige Art der Malerei brachte manchen Kritiker auf. Auch der Untertitel Gerechtigkeit wirkte aggressiv. Aber viele Beschauer kamen immer wieder vor das Bild zurück. Viele dachten über den Gegenstand nach. Den Spaß, den Josef mit seinen Brüdern macht. Nachdem sie ihn verkauft haben und nachdem er ein großer Herr geworden ist. Ernährungsminister des reichen Landes Ägypten. Sie kommen zu ihm, erkennen ihn nicht und wollen ein Getreidegeschäft mit ihm machen. Er aber lässt den Heimkehrenden einen silbernen Becher in ihr Gepäck hinein praktizieren und die Unschuldigen verhaften. Worauf sie mit Recht empört sind und beteuern, sie seien anständige Leute. Diese anständigen Leute also hatte der Maler des Bildes Nummer 1437 gemalt. Sie stehen da und verlangen ihr Recht. Sie haben vergessen, dass sie einmal einen gewissen Knaben verkauft haben, der ihr Bruder war, denn das ist lange Jahre her. Sie sind sehr empört, aber sie benehmen sich würdig. Und der Mann lächelt sie an aus seinen langen Augen. Und die Polizisten im Hintergrund stehen dienstwillig und etwas stumpf. Und das Bild heißt Gerechtigkeit. Übrigens verschwand Nummer 1437 nach einigen Monaten wieder aus der staatlichen Galerie. Ein paar Zeitungen brachten Glossen über dieses Verschwinden. Viele Besucher vermissten Josef und seine Brüder mit Bedauern. Aber dann verstummten die Zeitungen. Allmählich verstummten auch die Fragen der Besucher. und das Bild wurde, wie sein Maler, vergessen. In der Tiroler Weinstube, neben dem weltberühmten Bräuhaus, im Nebenzimmer, wo der Viertelliter Wein zehn Pfennig mehr kostet, sitzt der Kultusminister des Landes Bayern, Dr. Franz Flaucher unter lauter Vertrauten. Schwer, breit, den Dackelwaldmann zu seinen Füßen, fühlt er sich an diesem Juniabend sehr gehoben. Hat man doch endlich den Mann ausgerottet, der ihm die Freude an seiner Berufung vom ersten Tag an vergällt hat. Dr. Martin Krüger, Subdirektor der staatlichen Galerien. Ein rechtes Gewächs der übelen Zeit nach dem Krieg. Noch während der Revolution ins Amt gekommen, pochend auf lebenslange Anstellung und einen weithin klingenden Namen als Kunsthistoriker, hat dieser Mann gegen alle christlich und gesunden Vorhaltungen seine, Franz Flauchers, Gemäldesammlungen mit provozierenden, degadenten Schweinereien verhunzt. Ein Skandal nach dem anderen. Dem ganzen Gift der gehetzten, genussgierigen Epoche. Er, der Minister, ist dazu da, die alten, wohlbegründeten Anschauungen und Gebräuche zu verteidigen. Fernzuhalten seiner schönen Residenz, jene modisch sich brüstende Lebsucht, die die großen Städte der Epoche so scheußlich verunstaltet. Der Akt. Wie er an diese Bilder nur denkt, überkommt ihn ein fast körperlicher Ekel. Ein Selbstporträt der auch noch sich selber zur Schau gestellt wie eine Dirne. Ist das nicht der Gipfel der Schamlosigkeit? Endlich. Die von innen her zufrieden ist, Doktor Flaucher, über den Untergang der Schlechtern und den Sieg seiner guten Sache. Morgen ist es an dem. Jetzt wird der Schlawiner nicht nur aus dem Amt entfernt, sondern gleich ein für allemal besättigt. Ein bitterer Tropfen nur ist in seinem Wein. Eben tritt sein Kollege von der Justiz ein, lärmend begrüßt, der Minister, Doktor, Otto Klenk. Wie der groß in der Tür steht, wird die Laune des Doktor Flaucher herabgestimmt. Denn der Minister, Doktor Franz Flaucher, missbilligt den Minister, Doktor Otto Klenk. Den ganzen Mann und alles, was ihm gehört. Es ist hergebracht seit den Nachkriegswirren, dass die besseren Köpfe der herrschenden Schicht sich von der Regierung des kleinen Landes zurückhalten. Sie schicken subalterne Leute ins Kabinett. Bäuerische Rundschädel begnügen sich, aus dem Hintergrund zu dirigieren. Man hatte sich gewundert, dass Otto Klenk von großbürgerlicher Herkunft ein guter Kopf ins Kabinett eintrat. Aber er fühlt sich sauwohl darin, frisch, wie auf seiner Jagd im Gebirg, rauft sich voll Passion herum, treibt volkstümliche Justizpolitik. Ein Großkopferter. Schon von den Eltern und Ureltern her. Das war so einer vom Wesen eines Beamten. Ich, Franz Flaucher. Er, Franz Flaucher, kleiner Leute Kind, hat wahrlich jeden Zoll seines Weges von der Wiege bis zum Ministersessel mit Schweiß und hinuntergewirkten Demütigungen bezahlen müssen. Wie viel Nachtwachen, wie viel Selbstüberwindung, Beharrlichkeit, Schlauheit, um nicht stecken zu bleiben. Wie viel bescheidene Bittgänge um klerikale Stipendien und wie viel Lippen zusammenpressen, um vor den Leidhammeln der Partei, während man es doch besser weiß, immer wieder zu kuschen, damit nicht eines anderen bessere Gehorsam dieses anderen bessere Eignung zum Minister Erweise. Mit tiefem Misstrauen sieht er, wie der riesige Mann mit dem rotbraunen Schädel die Pfeife wie stets im Mund am Tische Platz nimmt. Grüße Gott. Mit bärenhafter Anmut, behagliche Witze reißt, den oder jenen der Tafelrunde bald gutmütig, bald giftig, grün anolkend. Eins wieder, der Kerl. Dass er den Sieg über den Krüger eigentlich dem verdankt, ausgerechnet dem, erbittert ihn. Kein Zweifel, das Werkzeug hat ihm der Klenk in die Hand geliefert. Der hat die ausgezeichnete Idee gehabt, hat den Prozess auffahren lassen. Den gottgesandten Meineids-Prozess gegen einen Mann von verderbten Kunsteinschauungen, der sich jetzt auch im bürgerlich-sittlichen Leben als faul und angefressen erweist. Hat den Feind, den er, Flaucher, so zäh und vergeblich bekämpfte, fast mühelos erledigt. Der Minister Dr. Flaucher seufzt, rülpst, duckt den wulstigen Schädel. Er denkt an die Einwände, die ihm die Kabinettskollegen am Anfang gemacht haben. Kunstprestige. An der Spitze natürlich auch wieder der Klenk. Als ob es auf dieses damische Kunstprestige ankommt. Und knurrt so laut, dass der Dackelwaldmann unruhig wird. Natürlich, der Klenk. Der muss natürlich Krumm haben, statt Sinkrecht. Dass man lange, so lang hat warten müssen, den verhassten Mann wegzujagen, das frisst ihm heute noch an der Seele. Der Klenk wollte die Sache leise abmachen. Elegant. Nicht groß aufziehen wie der Flaucher. Wirklich? Scheißle, ihr Lackl, schicken einen die Schwarzen jetzt ins Kabinett. Schließlich ist es keine Kulturtat, einen Mann vom Direktorensessel der Staatsgalerie ins Zuchthaus zu schicken, weil er einmal abgeschworen hat, mit einer Frau geschlafen zu haben. Nein, Neid. Lach oft. Aber drei Jahre gibt's dafür. Ihn, Klenk, haben auch die missliebigen Bilder nicht gestört. Na, mehr seit der Grieger Subdirektor bleiben können, bis er schwarz wird. Der selber hat Sinn für Bilder. Bloß frech werden, Herr Doktor. Das hätten Sie nicht sollen. Sich mokieren, die Regierung kann's ja mal schlägen. Das, Herr Doktor Krüger, lass ich, Otto Klenk, mir nicht gefallen. Wenn's um bayerische Dinge geht, mein Lieber, da können wir keinen Genierer. Aber muss man sich darum dick tun wie der Flaucher, der trübe Idiot? Ein trauriger Hund. Wer blökt in die Welt hinaus, lässt eine Zeitung und Trompeten von dem Fall Krüger? Wirklich ein rechter Esel. Der Minister Doktor Klenk klopft an seiner Pfeife herum, lächelt, vergnügt. Er hat einen Spaß vor. Das Hochgefühl des Ministers Doktor Flaucher ist fort. Endgültig futsch. Genau kennt er die scheinheilige, hinterhältig frotzelnde Art des Klenk. Der hat einen Referenten geschickt nach dem Gut des Doktor Bichler, hat vertraulich die Meinung einholen lassen dieses großen Bauernführers, eines heimlichen Regenten im Lande Bayern. Das jetzt dem Flaucher zu versetzen, den Hauptspaß muss er sich gönnen. Stumm über seinem Glas sitzt der Flaucher, den leise winselnden Dackel mit dem Fuß beiseitschiebt er. Was geht denn dem Klenk diese Dinge? Politik ist dem nichts als eine Gaudi, sogar der Prozess. Was einen die Entfernung des Schädlings Krüger so angehen kann, wie die Heilung einer nassen Flechte, dafür hat so ein Mensch kein Organ. Ein unernster Mensch. Übrigens, Kollege, ich habe Ihnen noch etwas zu sagen. Vertraulich. Ja. Bitte. Wissen Sie, was er gesagt hat, der Ekonom Bichle? Esel, hat er gesagt. Esel. Esel. Schlechthin und unmissverständlich. Können Sie nicht vielleicht... Sie wissen ja, Herr Kollege, dass ich auch in diesem Punkt Ihre Meinung keineswegs teile. Aber ich habe... Esel! Eine geschmolzene Gekalierung, finden Sie nicht auch? Ja, aber... Diese Esel in Münzen, sagt er, die immer zeigen wollen, dass sie die Macht haben. Aber wenn es doch die Wahrheit ist... Als ob es auf den Schein der Macht ankehnt, oder? Und nicht auf ihren tatsächlichen Besitz. Können Sie denn nicht ein bisschen leiser sein? Ja, ja, Kollege, eben das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Aber ich... Komm, und... vergnügt nach diesem gelungenen Spaß... Trüb, die dicken Schultern noch runder und schlaffer als sonst... kehren die zwei Minister aus dem gekachelten Raum zurück. Aus dem Schankraum leben an, erklingt mit gerührtem Behagen die Münchner Stadthöhne. Solang der alte Peter am Petersberg stehe, Solang die grüne Isar durch die Münchner Stadt gehe, solang höre die Gemütlichkeit in der Münchner Stadt nicht auf. Können Sie bitte das Fenster öffnen? Sehr wohl, Herr Landesgerichts. Und schalten Sie dann den Fendi-Laser ein, so wie ein Dampfbad da herren. Der Landesgerichtsdirektor Dr. Hartl, jovialer, blonder Herr, noch nicht 50, leicht beglatzt, beliebt eine elegante, schmissige Prozessführung, fühlt sich als großer Herr. Es gibt unter den bayerischen Richtern nicht viele, die einen Prozess, auf den die Augen des Reichs gerichtet sind, halbwegs mit Anstand führen können. Herr Ratzenberger, jetzt erzählen Sie uns das Ganze bitte von vorn. Jawohl, wie ich schon angegeben habe, habe ich in meiner Eigenschaft als Chauffeur, das heißt Besitzer eines Mietsautos, auch Troschke, wie man sagt, habe ich gesehen, beziehungsweise die Beobachtungen gemacht, um welche man mich jetzt gefragt hat auf der Polizei. Was denn für Beobachtungen, Herr Ratzenberger? Ja, weil ich mich noch deutlich erinnere an die seinerzeitige Nacht. Vielleicht sagen Sie uns erst einmal das Datum. Jawohl, die Nacht vom Donnerstag, den 23. Februar zum Freitag, den 24. vor drei und einem halben Jahr. Da haben Sie also eine Fuhre gehabt? Jawohl. Wohin ging es denn? In die Katharinenstraße von der Wiedenmeierstraße. Katharinenstraße 94. Aha. Und wen haben Sie denn gefahren, Herr Ratzenberger? Sind Sie den vielleicht im Gerichtssaal? Jawohl. Der Herr war es, der Herr Doktor, mit einer Dame. Und wie Sie dort angekommen sind? Dort ist er ausgestiegen und mit der Dame in das Haus hineingegangen. Er ist also geblieben. Ja. Nicht wieder zurückgefahren. Wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben, Sie stehen jetzt selber unter Eid. Lautlos, dann hört man den eigentlich nichtssagenden Satz, mit dem der kleine untersetzte, schnauzbärtige Mensch den beklagten Krüger entscheidend belastet. Nein, das müssen Sie doch wissen. Da er in dem Disziplinarverfahren gegen die jetzt verstorbene Anna Elisabeth Heider unter Eid das Gegenteil bezeugt hat, liegt, wenn die Aussage des Chauffeurs für glaubwürdig befunden wird, mein Eid vor. Die folgenden Fragen nimmt Dr. Hartl der Verteidigung loyalerweise ab. Herr Ratzenberger, jetzt besinnen Sie Ihnen doch ganz genau. Wie wollen Sie denn das alles heute noch wissen? Tja, freilich weiß ich's. Ist das nicht unwahrscheinlich? Sie müssten doch in der Zwischenzeit mehrere tausend Personen befördert haben. Wo es meine einzige Fuhre war und ich sonst die ganze Nacht umsonst gestanden wäre, in der Sau költen, da war es ja so unheimlich Eis ist schon gut, aber Sie können sich doch im Datum irren oder in Personen. Nein, in dem Fall nicht. Ja, wieso denn nicht, Herr Ratzenberger? Ja, nein, der 23. Februar, das ist doch mein Geburtstag. Aha, und da haben Sie trotzdem Tints getan? Ja, ich wollte nicht, aber dann bin ich halt doch losgefahren, weil nämlich, wo nachher diese Kälte kommen und die Rechnung für das Elektrorische nicht zahlt gewesen ist, da hat mir eine alte Dermausen in mich hineinbläht, bis ich eben doch losgefahren bin und ein Fest ist gewesen in der Wiedenmeierstraße. Ach, das erinnern Sie sich auch? Jawohl, das viele Licht. Jetzt sagen Sie auch, Herr Ratzenberger, wieso haben Sie überhaupt darauf geachtet, dass der Dr. Krüger mit der Dame ins Haus gegangen ist? Ja, dafür interessiert sich ein jeder Troschken Fahrer sehr. Ach so? Ja, weil die Herren, wenn sie eine Dame nach Haus begleiten und mit ihr hinaufgehen, dann lassen sie sich meistens nicht lange herausgeben. Das gibt ein anständiges Drünkel. Und wieso haben Sie den Angeklagten eigentlich so genau gesehen in der Dunkelheit, dass sie noch nach drei Jahren wiedererkennen, mit aller Bestimmtheit wiedererkennen? Ja, ich bitte Sie, einen Mann wie den Herrn Doktor, den kennt man eben wieder. Die Hälse recken sich, Langlians werden vors Auge gestielt. Besonders die Frauen beschauen den Angeklagten, sein massiges Gesicht, die breite Stirn mit dem tief hereingewachsenen strahlend schwarzen Haar, die grauen Augen mit den dicken finsteren Brauen darüber, den geschwungenen schmeckerischen Mund. Es ist richtig, dieses Gesicht ist leicht zu merken. Der Einwand, dass unmöglich sich ein Chauffeur nach mehr als drei Jahren so minutiös genau erinnern könne, ist widerlegt. Das herausfordernde Lächeln hätte der Verteidiger Dr. Geier gern von diesem Gesicht gestrichen. Hagerer, rotblonder Herr, dünne, gekrümmte Nase in dem nervösen, nur mit Anstrengung beherrschten Gesicht, sitzt er da, voll Spannung und Geladenheit, wie ein angekurbeltes Auto, zitternd vor der Abfahrt, lässt die scharfen Augen nicht von dem Chauffeur. Sie sind gelernte Mechaniker? Freile, warum? Haben die Stellung oft gewechselt? Waren im Krieg meist in der Etappe? Wurden nach einer Verletzung vom Dienst befreit? Warum? Wer hat Sie da protegiert? Mich. Wie sind Sie zu der Autodroschke gekommen? Kauft habe ich es halt. Doch von dem Geld, das Ihre Frau kurz vor der Eheschließung geerbt hat? Ja, das ist üblich, wenn man schon heiratet. Und Sie dann verprügeln jeden zweiten Tag? Das ist auch üblich? Ich? Herumraufen tun Sie sich auch sonst ganz gern, Herr Ratzenberger. Haben Sie nicht Ihren eigenen Bruder bei einem Streit am Kopf verletzt? Nein, unterbrühe. Nachdem er Ihnen betrügerische Machenschaften nachgewiesen hatte? Sind Sie nicht mehrmals von den Besitzern privater Wagen angezeigt worden? Ja, Herrschaft seiten die Hamme weil Sie sie unflätig beschimpft auch körperlich bedroht hatten? Weil Sie nicht fahren können alle miteinander die auf und die Gesächten. Sind Sie immer so reizbar? Mit Amora? Seit dem Krieg, nicht wahr? Ich muss schon bitten, es geht so weit. Nein, nein, Herr Staatsanwalt, wir wollen doch die Verteidigung nicht einschränken. Wie war das mit Ihrem Selbstnordversuch? Das weiß ich nicht mehr. Laut Polizeibericht sind Sie eines Tages aus dem Fährboot über die Isar mit dem Ausruf Adieu schöne Gegend ins Wasser gesprungen, aber wieder aufgefischt worden. Das weiß ich nicht mehr. Beiläufig wundert mich, dass man einem so nervösen Mann die Konzession zur Führung einer Autodraschke gegeben hat. Wie viel trinken Sie so am Tag? Bier? Zwei Liter? Drei Liter? Nein, schon. Oder auch mehr? Schon. Fünf? Auch sechs? Ja, ja, schon. Wenn Sie feiern wie damals, noch mehr? Wollen Sie nicht zugeben, dass Sie auch in der Nacht so betrunken waren, wie vor kurzem, weil Sie sogar einen Fahrgast verprügelten? Ja, beleidigt hat er mich doch, der Schlawiner. Nur weil der Ihnen kein Trinkgeld gab? Und beleidigen lasse mich nicht von keinem Lackl von so einen Gscherten und von Ihnen auch nicht. Herr Ratzenberger, beruhigen Sie ist es richtig, dass man Ihnen danach die Konzession entziehen wollte? Also so geht das wirklich nicht. Was hat das noch mit der Sache zu tun? Das sehen Sie nicht? Sie wissen genau, dass das Verfahren niedergeschlagen worden ist. Und warum? Wegen Geringfügigkeit. Tatsächlich? Weil sich die Angaben des Fahrgastes dann doch als nicht stichhaltig erwiesen haben. Ich hätte das gern von dem Zeugen gehört. Herr Ratzenberger, Sie wissen, dass Sie unter Eid stehen. Woran haben Sie sich in Wahrheit erinnert, als man Sie zum ersten Mal nach den Vorfällen vor dreieinhalb Jahren befragte? Nein, Herr Rechtsanwalt, alles was recht ist, das wird doch zu weit hergeholt. Steig das aus dem Protokoll, bitte. Aber da ist eine Mauer. Nicht erfährt das Gericht, ob da Fäden gehen von der Polizei zu den Justizbehörden, von den Justizbehörden zum Kultusministerium. Nur die Oppositionspresse und einige auswärtige Zeitungen stellen nachdenkliche Betrachtungen an über die Zusammenhänge zwischen dem Gedächtnis des Chauffeurs Franz Xaver Ratzenberger und der offiziellen Kunstpflege des Landes Bayern. Im modischen grauen Anzug, den schönen ererbten Elfenbeinstock leicht schwingend, verlässt der Kommerzienrat Paul Hessreiter, einer der Geschworenen des Prozesses Krüger, seine Villa, ruhig gelegen in der Nähe des Englischen Gartens. Da heute die Verhandlung erst auf elf Uhr angesetzt ist, benutzt er den Morgen zu einem Spaziergang. Mit umständlicher Munterkeit dankt er für den Grüßen. Denn Paul Hessreiter, Inhaber der ausgezeichnet gehenden Fabrik Süddeutsche Keramiken Ludwig Hessreiter und Sohn, mit 42 Jahren noch jung, elegant, ein famoser Gesellschafter, gefällig, jedermanns Spezi, einer der fünf eingeborenen Lebemänner der Stadt. Paul Hessreiter ist ein Mann, dem man in Schwabing mit Wohlwollen nachschaut. Aber trotz des blanken Himmels und der leichten, frischen Luft der bayerischen Hochebene fühlt er sich heute nicht so vergnügt und befriedet mit sich und der Welt und seiner Stadt wie sonst. Ist es doch dieser damische Prozess? Eine unsympathische Geschichte. Unsympathisch, wirklich. Mitglied des feudalen Herren Klubs hat er die politischen Hintergründe natürlich von Anfang an gekannt. Verfliegste Neugier. Jetzt hab ich's. Jetzt kann er die schönen Junitage unbehaglich im Justizpalast versitzen. Aus schleierigen Augen beschaut Herr Hessreiter seine Vaterstadt München. Angestrengt, bekümmert, beschäftigt. Die Beine der flanierenden Frauen, die die Mode der Zeit bis hoch hinauf freigibt. Bei bei den Springbrunnen der Universität in Steingehauern friedlich vier Männer altgriechischen Gepräges. Dazwischen Studenten, übertrainierten Körpern, skrupellose Gesichter, entschlossen zum Rekord. Dabei doch sonderbar schlaff, als seien sie Autoreifen, noch gespannt, aber schon angestochen, sodass sogleich die Luft entweichen wird. Die Feldherrnhalle, den schönen, stilvollen Bau, den die Handel immer wieder mit neuen, gräuelen militärischen Denkmännern verhunzen müssen. Kleine Trupps von Landsknechten, Illegalen, doch vom Staat geduldeten Wehrverbänden der Nationalen, die die Straßen unsicher machen. Kinder und Frauen, die beim Hofgarten dicke Tauben füttern. Wie kommt es, inmitten einer ehrfurchtsvollen Gruppe, der General Fesemann, ein Feldherr des großen Krieges, noch in Fleisch und Blut. Wie kommt es, dass alles, was faul und schlecht ist im Reich und sich anderswo nicht halten kann, jetzt magisch angezogen nach München flüchtet. Bekümmert sich das fleischige Gesicht des eleganten Herrn aus. Ein Kavaliers Eid. Er malmt, die Schläfen zucken. Nein, deswegen einen Mann zu Fall bringen, das ist einfach ungehörig. Da er einen Teil des Geldes, das ihm der Kitsch seiner keramischen Fabrik jetzt ins Haus schwemmt, für ernsthafte Kunst auszugeben pflegt, ist er einige Male mit dem Manne Krüger zusammengetroffen. Ein bisschen ein Gigerl, ein Krampfbruder. Aber muss man ihn, muss man überhaupt einen, weil er ein paar Bilder aufgehängt hat, die ein paar Trottel nicht passend gleich ins Zuchthaus schicken? Er sieht nach der Uhr halb zehn. Geht rum, schreitet dann aus, fast ungewöhnlich schnell, denn nur ein paar Straßen weiter. Das Schreiter, das ist noch eine Schreiter. Sie wollen sehen die Bilder, nicht wahr? Kommen Sie. Nur ein paar Straßen weiter, in der Galerie Novotny, hängen jetzt die Bilder, die dem Dr. Krüger die Feindschaft der Gutgesinnten zugezogen haben. Der Fenster, schauen Sie nicht hin, haben Sie eingeschlagen heute Nacht. Der Galeriebesitzer führt den verständigen, sehr solventen Besucher persönlich. Und die Polizei, was sagt Sie? Nehmt den Schutz ab. Ist das eine Art? Also ich muss behalten, meine Hauspolizei. Aber die Bilder, was soll ich Ihnen sagen? Die Aktion der Bayerischen Regierung hat die Bilder erst in Sicht gebracht. Über Nacht sind die Maler in Mode. Die Herren von der Akademie ärgern sich green und gelb. Herr Hessreiter, nur durch den kleinen, beweglichen Herrn etwas gestört, beschaut die Bilder. Ja, einige davon können zarte Nerven schon irritieren. Aber du lieber Gott. Aber du lieber Gott, die jetzt zu schockierten Herren haben doch sonst in vielen Fällen ganz robuste Nerven gezeigt, haben den Krieg und die Wirren danach ohne merkbare Erschütterung überstanden. Nur merkwürdig. Weil der Gretin von einem Franz Flaucher den Krüger nicht riechen kann, haben diese unbekannten Maler jetzt Erfolg. Merkwürdig. Nein, gut eingerichtet ist das Fräulein Heider, welcher Jammer. Wenn ich doch nur mehr hätte zu verkaufen. Der Akt. Das Selbstporträt der Anna Elisabeth Heider. Was ist hier da? Stark sogar. Sie hat nur nichts mehr von dem Aufsehen, das ihr Bild jetzt macht. Sie ist tot. Hat sich umgebracht. Auf üble Weise. Nichts mehr ist da von ihr, außer diesen unappetitlichen Prozess und diesem einen Bild, das Martin Krüger gerettet hat, weswegen jetzt sechs Münchner auf einer geschworenen Bank sitzen. Also was soll daran aufreizendes sein? Die Frau blickt mit einem verlorenen und gleichwohl gespannten Ausdruck. Der nicht übermäßig schlanke und gewiss nicht geschmeichelte Hals ist auf hilflose und rührende Art gereckt. Die Brüste und Schenkel schwimmen weich in der milchig zarten Luft des Bildes und scheinen doch fest. Das Ganze ist anatomisch exakt und zugleich poetisch. Und was wollten Sie für den angemessenen Preis? Der Preis? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht Herr Novotny nennt einen hohen Betrag. Ich kaufe das Bild. Sie kaufen das? Ja, selbstverständlich, Herr Heißleit. Ich werde es Ihnen zugleich lassen. Im Auftrag eines Freundes. Eines Freundes. Und wäre Ihnen verbunden, wenn Sie vorläufig nichts davon verlauten ließen? Ja, selbstverständlich, verstehe vollkommen, kein Sterbenswort. Ich versichere Sie, Sie können sich verlassen auf mich. Dann geht Herr Heißleiter verdrossen, sich wegen seiner Feigheit beschimpfend, aber doch befriedigt wegen seines Mutes zu dem Kauf. Wenn der Mut in der Brust seine Spannkraft übt. Dem Kauf, mit dem er sich verschmitzt und tapfer vor sich selbst und der Welt salviert, als vorurteilslos und europäisch erwiesen hat. Geht trägefedernd mit langsamer Eleganz in den Justizpalast, wo wegen eines Kavalierseides verhandelt wird, eine Verstrickung, in die viele Männer jeden Tag kommen können und setzt sich auf seinen geschworenen Platz. Frau Hofrat Berat, jetzt sagst dem Gericht doch einmal was über die Zwistigkeiten, die Sie mit Ihrer Mieterin gehabt haben. Untermieterin? Ja. Eigentlich soll man ja über Tote nichts Schlechtes sagen. In dem Fall, Frau Hofrat. Fräulein war schlampig und dreckig, überhaupt vollkommen verwahrlost. Kommen und gegangen ist sie zu ganz unregelmäßigen Zeiten, an keinerlei Ordnung hat sie sich gehalten. Augen zum Fürchten hat's gehabt, unpünktlich die Miete bezahlt hat's, ständig ein Lärmen ist in dem Atelier gewesen, Negermusik hat's gespielt, bis in die Nacht mit ihren Besuchen. Den Sonntag verdorben hat's einem Christen Menschen, wenn sie sich nur gezeigt hat in ihrem löchrigen Gewand, als ob sie überhaupt nichts mehr anderes zum Anlegen hätte. Darum hat sie sich nackert gemalt. Also Besuche hat's gehabt, haben sie gesagt. Zweideutige Besuche. Und der Herr Doktor Krüger? Mit dem war's ja am ärgsten. Der Angeklagte nimmt die belastende Aussage mit blicklosem Hochmut zur Kenntnis. Sie wollen den Doktor Krüger also wirklich jeden Tag gesehen haben? Frau Hofrätin? Herr Doktor Geier. Am Anfang jedenfalls, so war ich hier stehe. Am Anfang? Sie haben ihn selber gesehen? Und die Nachbarn. Das ganze Haus hat Anstoß genommen. Und woraus, niedrige Frau, haben Sie eigentlich entnehmen können, dass die Beziehungen zwischen den beiden mehr als freundschaftliche waren? Ja, wie soll man sagen, bis zusammen gelacht haben zum Beispiel. Gelacht? Ja, gelacht. Auf so eine vertrauliche Art, intim eben. und angefasst hatte sie am Arm. Am Arm? Ja, am Arm, auch an der Schulter und am Nacken, bis eben zwischen nicht intim stehen nicht üblich ist. Und ein Kreischen ist aus dem Atelier gekommen und ein Geflüstung, kleine Schreie, überhaupt eben anstößige Laute. Das wollen Sie alles genau gehört haben? Ja, das habe ich selber mit anhören müssen. War das denn so ohne weiteres möglich? Ihr Zimmer liegt doch gar nicht direkt neben dem Atelier. Ja, das ist schon richtig, aber bei angespannten Aufmerksamkeit in der Nacht, wenn man noch dazu so ein gutes Gehör hat wie ich, da hat man es wohl hören müssen. Hören müssen oder können? Bitte bereuen hat man es müssen, dass man nicht einen ordentlichen Mieter herein genommen hat. Da können Sie fragen, wen Sie wollen. Den Herrn Huber, den Postsekretär oder den Blechnermeister Amitsrieder, der sein Geschäft in Partei hat. Wissen Sie, was sie dem angetan hat? Eine Katze hat sie ins Haus gebracht, so eine aufgelesene Struppige, die dann sein Katzerl mit der Reude angesteckt hat. Hofrat und die 5 Mark. Ist das nicht die Höhe? Gibt sie noch am Tag vor ihrem Tod einem Wächter in der Staatsgalerie 5 Mark Trinkgeld? Was man dafür noch alles hätte richten können, wo sie zwei Monats schuldig geblieben ist, ganz abgesehen einmal von der Gasrechnung, die am Ende ganz unmäßig hochgelaufen ist und die ich jetzt bezahlen kann. Der Rechtsanwalt und Landtagsabgeordnete Dr. Siegbert Geier lässt sich auch an dem verhandlungsfreien Sonntag pünktlich von seiner Haushälterin wecken. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Über jede Stunde auch dieses Sonntags ist verfügt. Es ist 8 Uhr und das Bad ist schon hergerichtet. Und der neue Anzug, wenn Sie den anlegen möchten, wo er Ihnen doch viel besser steht und der Alte nicht mehr zu anschauen ist. Schon gut, schon gut, schon gut, danke. Im Bade dann erlaubt er sich gelöste Gedanken, entspannt, der scharfen Logik, zu der er sich diszipliniert hat. wird er heute Ruhe finden, um weiter zu arbeiten an dem Buch Die Geschichte des Unrechts im Lande Bayern? Das kleine Buch, Vorarbeit zu dem großen Werk, das er einst schreiben wird, Recht, Politik, Geschichte. Es wird ein gutes Buch werden. Das Material ist gesammelt. Ein wichtiges Buch. Es wird auch auf bessere Leute wirken, als auf Richter und Abgeordnete. Vielleicht sogar gelangt es einmal an einen, der seine Gedanken in die Tat umsetzt. Der Anwalt Dr. Geier schaukelt in der Wanne, seine Glieder schwimmen mild in dem warmen, grünlich-hellen Wasser. Ich sollte die Arbeit im Fluss halten, mich zurückziehen für einige Zeit. Oder soll er zeitlebens hin und her hetzen zwischen Advokaterei und kleiner Tagespolitik in dieser trägen Stadt München, in diesem unbeträchtlichen, ungewöhnlich erkenntnislosen Land? Die Arbeit verlangt den ganzen Mann. Heimlich, nicht jetzt, weiß er, dass er das große Werk nie schreiben wird. Dass er, ein Fremder zwischen den Söhnen der bayerischen Hochebene, verbissen in seine albernen Kämpfe mit diesem Duodets-Diktator Kling, dass er seine große Aufgabe lächerlich umsetzen wird in scheinbare Erfolge, in zwergige Geschäftigkeit. Ah, theoretische Spindesiererei. Albern. Herr Doktor, er überfliegt die Zeitungsberichte zum Fall Krüger. Schon hat er unter dicken Brillengläsern wieder die raschen, nüchternen, erkennerischen Augen wie im Gerichtssaal. So, Herr Doktor, das Frühstück war gericht, gell? Dankeschön. Aber jetzt essen Sie nicht wieder so schnell. Das tut Ihnen nicht gut. Ja, und müssen Sie denn schon wieder rauchen vor dem Frühstück? Mei, und der Anzug. jetzt haben Sie doch schon wieder den alten Anzug, den Drecklerten hin, unmöglichen. Müssen Sie denn so geschlampert rumlaufen, dass er Schande ist? Und Sie sind doch ein so gebildeter Herr. aber, mei, da kann man reden und reden und reden, es nutzt überhaupt nichts. Dr. Geier frühstückt hastig, nervös, unachtsam, große Brocken in den Mund schiebend, heftig kauend, von billigem blau gemustertem Geschirr der süddeutschen Keramik in Ludwig Hessreiter und Sohn. Plötzlich Dillmeier, ein neues Zeitungsblatt umschlagend hat er jenes schreckhafte zusammenzucken wie im Gerichtssaal. Ein Zeichner hat gut und frech die Köpfe der Geschworenen porträtiert, vorne an das windige, arrogante, hagere Gesicht dieses Versicherungsagenten. Wo Dillmeier ist, ist Erich nicht fern. Tage hindurch muss er dieses Gesicht nun Stunde für Stunde sehen. Es wirft ihn immer wieder aus seinem nicht leicht erkämpften Gleichmut. Erich. Der Komplex Erich ist überdacht, geklärt, ausgesprochen. Alles ist abgelebt, erledigt. Aber wenn der Junge einmal leibhaft hier hintreten wird, wird eben nichts erledigt sein. Dann mit einem Ruck reißt er die Augen weg. Gebietet sich nicht mehr an den Dillmeier zu denken. Schon gar nicht an den Freund und Genossen des Dillmeier. Erich, der Junge, mein Sohn. Herr Doktor. Ja, was ist? Da war ein Besuch für Erner. Ja. Wie jetzt Johanna Krein, die Freundin des angeklagten Krüger ins Zimmer tritt, im rahmfarbenen Kostüm, das den sportlich kräftigen, eben gewachsenen Leibgut umschließt, packt den Anwalt wie immer ihre Ähnlichkeit mit einer, an die er nicht denken will. Grüß Gott. Guten Morgen. Darf ich das Fenster aufmachen? Ja, aber selbstverständlich, bitte. Das bräunliche Haar, eigensinnig gegen die Mode geknotet, dunkle braun über ihren großen, grauen, unvorsichtigen Augen. Na bitte, frühstück uns doch weiter. Ja. Leider kann ich Ihnen nichts Gutes berichten. In seinem Ei löffelnd, krünend, zusammenscharend, brotbrechend, nur manchmal mit scharfem, schwämendem Blick, setzt Dr. Geier Johanna Kreien die Prozesslage auseinander. Und die Aussage des Ratzenberger? Hat den Prozess so gut wie aussichtslos gemacht. Die Glaubwürdigkeit dieses Chauffeurs anzuzweifeln hätte vielleicht vor einem anderen Gericht Sinn. Ja, und meine Aussage? Ihre Aussage? Sie wollen also bekunden, dass Martin Krüger an der fraglichen Nacht vom 23. zum 24. Februar zu Ihnen kam und sich zu Ihnen in Ihr Bett legte? Ja. Ich brauche nicht zu sagen, dass damit nicht viel gewonnen ist. Die Tatsache, dass Dr. Krüger in dieser Nacht bei Ihnen war, entkräftet an sich nicht die Aussage des Chauffeurs. Sie wollen sagen, man kann ihm zutrauen? Johanna schweigt. Senkrecht stehen über der Nase drei kleine angestrengte Falten in der sonst sehr glatten Stirn. Der Anwalt zerkrümelt Brot. Ich halte es für Richtige von Ihrer Aussage abzusehen. Die Anklage wird sich selbstverständlich auf den Standpunkt stellen, dass er eben bei Frau dann Heider und bei Ihnen war. Packt sie plötzlich mit den Augen. Die Aussage wird für Sie nicht angenehm sein. Man wird Sie nach Details fragen. Ich stelle ein Heim von der Aussage abzusehen. Ich möchte Aussagen. Ich kann mir nicht denken... Sie leben doch lange genug in dieser Stadt. Dr. Krückert selbst wünscht die Aussage übrigens nicht. Ach das. Das ist eine Geste. Nun gut. ich will mich natürlich bemühen alles aus Ihrer Aussage herauszuholen was möglich ist. Tapfer sind Sie ja. Über die Peinlichkeiten sind Sie sich im Klang? Ja, das werde ich aushalten. Erinnern Sie sich vielleicht Wann in dieser Nacht Dr. Krüger zu Ihnen kam? Die genaue Uhr. Es ist lang her. Das ist mir nicht unbekannt. Aber sehen Sie, der Chauffeur Ratzenberger zum Beispiel kann sich trotzdem an die genaue Zeit erinnern. Zwei Uhr. So steht es jedenfalls im Protokoll. Wenn ich mich also erinnern sollte, dass Martin schon um zwei Uhr zu mir kam, dann hätte Ihre Aussage Sinn. Ja, ich werde meine Erinnerung überprüfen. Wahrscheinlich wird man selbst dann dem Chauffeur mehr glauben als ihn. Alles in allem stelle ich noch einmal anheim, um der Aussage abzusehen. Ich rufe Sie an. Der Rechtsanwalt und Abgeordnete Geier schaut ihr aus dem Fenster nach, wie sie fest und kräftig durch die Junisonne schreitet. Ein großes bayerisches Mädchen, entschlossen ihrem unbesonnenen Freund, auch mit Gefahr aus seiner blöden Geschichte herauszuhelfen. Er setzt sich zurück an den die Zeitungen unordentlich überdeckten Giften. Erbarmungswürdig schlaff. Das Zeitungsblatt mit den Köpfen der Geschworenen liegt noch aufgeschlagen. Aber er will ja nicht daran denken. An den Jungen nicht. An die Mutter des Jungen nicht. Alice. Alice Bornhag, eine Norddeutsche, verstorben vor längerer Zeit. Am gleichen Sonntag fährt der Minister Otto Klenk durch das grün und gelbe Bayerische Alben Vorland den Bergen zu. Schön ist das Land. Fest und greifbar steht alles in der klaren kräftigen Luft. Wind und Sonne dieses Landes gerben Haut und Seele. Er wird einen Gang durch seine Jagd machen. Er freut sich auf die Derbe Kost, die die Veronika ihm vorsetzen wird. Die Veronika, von der er einen Sohn hat. Herr Simon, der Babs, die ihm dort jetzt den Haushalt führt. Herr Rotspupp, der richtig Dickseeler. Er schlägt mir nach. Man hat ihn in der Filiale der Staatsbank in Allertshausen untergebracht. Aber anstatt dort Karriere zu machen, tut er nicht gut. Ihm Klenk gefällt das. Er stolz. Ein Marterl, eine bisher noch nie bemerkte Gedenktafel am Wegrand ist ihm aufgefallen. Interessiert betrachtet er die naive Bauernmalerei, die darstellt, wie ein ehrengeachteter 54-jähriger Ökonom auf sehr fahrige Art mit seinem Heuwagen in die Tiefe stürzt, liest schmunzelnd die pfiffig derbe, klobig versifizierte Inschrift. Da riecht ein Bauer brav und ehrgeacht. Gott werde sich seiner erbarmen, da er einen Weib gehabt habe, das ihm schon auf Erden sogar das Wirtshaus zur Hölle gemacht habe. So sind es meine Landsleute. Dr. Klenk interessiert sich sehr und von innen her für diese bayerischen Kulturdinge. Beiläufig fällt ihm ein, dass auch die Zahl der Rohheitsverbrechen nach der letzten Statistik südlich der Donau höher ist als irgendwo sonst im Rhein. Vital Sommer, darauf hört sie nichts. Sieht euch denn an, was da steht. Do, do liegt a Bauer brat und er hier achtet. Einen golden Humor haben diese bayerischen Ureinwohner. Ein komfortabler Tourenwagen hält neben dem seinem irgendwelche neugierige exotischen Aussehens. Minister fehlt weiter. Viele Fremde kommen jetzt ins Land. Das ist breite Schlawine. Er hat einen Aussatz gelesen, unlängst der sich intensivierende Verkehr müsse notwendig so etwas wie eine neue Völkerwanderung zur Folge haben. Er wird erfreulicherweise diese schönen Zeiten kaum mehr erleben. Unvermittelt der Geier. Fast körperlich vor sich sieht er den rot-blonden dünnhäutigen Kopf. Was mischt er sich ein? Den, wenn ich einmal was kommen krieg, was wäre ich um die Mahlzeit? Er beißt stark auf das Mundstück seiner Pfeife. Logik, Menschenrechte, Reichseinheit, Demokratie, zwanzigstes Jahrhundert. Schworen. Was versteht so ein Saujut von dem, was in Bayern und viel Bayern recht ist? Schnaubt durch die gepressten Lippen, knurrt wie ein aufgeregtes Tier gegen den Feind. Hat niemand gerufen? Hier will niemand besser gemacht werden. Hörst was, wenn so ein damischer Hammer reinschmeckt mit einem Papierschel, dann wird das Bier sauer. Der Wagen gleitet an den schönen langgestreckten See entlang. Hügelige Ufer, dahinter die heitere Linie der Berge, blau und grün. Bald wieder verdunstet sein Zorn. Er lässt die Gedanken kraus und quer gehen. Kinderspielzeughaft bunt bunt wie die stark farbige Landschaft. Ein Bild spürt man oder man spürt es nicht. Was braucht noch so viel Soße drum zu machen wie der Krieger? Immerhin ein offener Kopf. Muss dieser Lally der bayerischen Politik in ihre Maschine hineintapsen? Du Martin Krieger bist schädlich für das Land. Ich muss dich also bedauerlicherweise erschießen. Der Klenk tut nicht recht nicht unrecht. Er tut was der Tierarzt der Maßnahmen gegen die Maul- und Klaunseuche anordnet. Hoppla! Hoppla! Jetzt hätte er fast den Radler niedergefahren. Was wäre ein Gaudium und eine Hetz für die Oppositionspresse gewesen. Mach doch deine hochsten Augen auf! Auf! Geschöchter! Die Dämmische! Saupreis Kinesische! Da hinten liegt das Gut des Toni Riedler. Der ehemals bayerische Diplomat im Krieg gesund gestoßen macht sich jetzt den Spaß Landsknechts Verbände zu organisieren. Macht einen Wind, dass er Klenk es schwer hat ein Auge zu zu drücken. Schon ein Pech. Eine ganze Kompanie unählicher Kinder hält sich der Riedler außerdem. schon ein Pech für den Krieger. Meng einer Frau. Hier in Bayern den höchsten Prozent sind in ganz Mitteleuropa. Es ist schon eine Sau Arbeit offizielle bayerische Politik zu machen. Die anderen die die wirkliche heimliche machen haben es schöner. Gleich nach dem Essen wird er mit seinen Jäger zur Gschwendhütte gehen. Die neuste Ausgabe der Rechtsphilosophie hätte er sich mitnehmen können. Er pflegt auf dem Anstand zu lesen. Es ist sehr unterhaltend ideologischer Überbau. Gaudi. Theorien hin oder her. Ich bin der Gesetzgeber. Von dessen Wort nach dem berühmten Satz ganze Bibliotheken zu Makulatur werden. Der Justizminister fährt durch sein Land. Dem Riedler wird ich doch noch einmal eine auf den Kopf gehen. Fährt Pfeife im Mund zufrieden mit Appetit wachsam. Herr Hutmüller, wenn Sie uns jetzt die Schöpfstücke verlesen wollten, bitte. Sehr wohl, Herr Landesgerichtsdirektor. Am Tage darauf spielt der Staatsanwalt seinen großen Coup aus. Die Gerichtsbehörde hat unmittelbar nach dem Tod des Mädchens Teile eines Tagebuchs und nicht abgeschickte Briefe beschlagnahmt. Martin Liebster Nun, leidend unter der besonders drückenden Hitze im Saal, aus dem Munde eines Gerichtsschreibers, erfahren Richter, geschworene Journalisten, erfährt der Verteidiger Dr. Geier und erfährt Martin Krüger selbst zum ersten Mal diese aus dumpfer Seele für ihn herausgeschleuderten Dinge. Briefe aus dem Grab. Martin Liebster Nachts Es ist kalt Ich schreibe um die klammen Finger zu erwärmen auf den Tasten des Herzens Ich warte auf dich Aber so viele Tage vergehen bis du kommst Ich kann nicht leben ohne dich Das Auditorium sieht nach den Händen des Angeklagten von denen viel die Rede ist nach seinen Lippen nach dem Manne Krüger Einige Damen haben den Mund töricht und hübsch halb offen Deine Berührung Deine Hände Deine Muskeln Deine Lippen Deinen Körper Deine Haut Das üble Gefühl außerordentlicher Schamlosigkeit das Einige überkommt erstickt in der großen Sensation Mein Leib ist rauchendes Feuer wenn du nicht da bist Ich laufe im Regen herum Ich kann nicht atmen Ich weiß dass du mich nicht mit der wilden Frömmigkeit begehrst wie ich dich Aber nur wenn ich unter dir verlösche kann ich atmen Ein dumpfiger Brand in den Worten eigentümlich gemischt mit der Luft katholischer Vorstellungen wohl aus klösterlicher Erziehung herrührend voll von dunkler immer wieder gekapselter immer wieder durchbrechender Sinnlichkeit eingesperrte tierische Schreie Meine Malerei liegt unvollendet da Ich zwinge mich zu arbeiten Aber es geht nicht Traurigkeit und Begierde reißen mir jedes Gesicht aus der Hand Stundenlang stehe ich vor deiner Wohnung Heute habe ich lang vor der Staatsgalerie gewartet Müde mit heißen Händen und trockenem Mund sitze ich und nichts auf der Welt und nichts und auf Nichts ist auf der Welt Entschuldigung und nichts ist auf der Welt als meine schreckliche tiefe Verwirrung und Traurigkeit und die Kälte im ungeheizten Atelier und die schreckliche Stimme der Hofrätin die Geld will Die Zeitungsberichte über die Aufzeichnungen sind groß aufgemacht Mit hurtiger Eloquenz berichten geschickte Berichterstatter über die sensationelle Wendung im Prozess Krüger Die gespenstische Liebeserklärung des toten Mädchens die nun sehr verspätet vor vielen Ohren dem Mann ins Gesicht gestellt ihren Empfänger überdies mit Zuchthaus bedroht Die Zelle 134 ist von mäßigem Umfang kahl Aber zu sonderlichen Beanstandungen keinen Anlass gebend Nur abends Um neun Uhr wird das Licht aus Wenn das Licht ausgeht werden die Gedanken dumpf beklemmend Es ist eine Episode Eine unangenehme vorübergehende Episode Es ist doch nicht möglich Wohl hat sich der Mann Krüger mit rascher Fantasie nur zum Spiel Bilder des Martyriums ausgemalt Wie das sein wird Verzicht auf alle angenehmen Gewohnheiten seines Alltags Verzicht auf vernünftige Tätigkeit Kunst Gespräche mit musischen Menschen Verzicht auf Frauen Draußen Juni Schon streckt man sich am Meer auf besonntem Strand Jagt auf weißen Landstraßen in bestaubten Wagen Hockt vor Schutzhütten Die Glieder wohlig ermüdet Weintrinkend Weintrinkend Berggipfeln Während Sein Leben so sein wird kahle graue Wand wenige Quadratmeter zu seinen Füßen morgens braunes Wasser im Blechnapf den Anordnungen mürrischer schlecht riechender Aufseher unterworfen das Jahr hindurch und weitere 52 Wochen und vielleicht weitere endlose 365 Tage Es ist doch nicht möglich dass jemand dieses jämmerliche Kleinbürger Gewäsch ernst nimmt dieses unsauber Gestammel Dass jemand aus diesen verwirrten dumpfpoetischen Briefen für ihn Gefängnismauern baut Es ist doch nicht möglich Auf der heruntergeklappten Bettpritsche im Schlafanzug Zwischentisch Stuhl Wasserkrug Immer hinab fürs Essen Weißen Kübel für die Notdorft Die Kehle schlaff Alle Kraft dringt aus den Gliedern Ein hohles übles Gefühl kriecht den Magen hinauf Die Hände auf den Knien Der Unterkiefer leicht herabgefallen Nicht mehr gefährlich Anna Er hat sie nicht mehr gesehen nach ihrem üblen Tod War damals in Spanien um sein Buch über die spanische Malerei zu Ende zu schreiben Eigentlich froh dass er ihre letzte schlechte Zeit nicht mehr mitmachen musste Warum bringt ein Mensch sich um Als er zurückkam war sie tot und Asche aufgefunden zwischen ihren zerschlitzten Bildern Er hat nicht gelogen Er hat niemals mit ihr geschlafen Das Bild war zu sehr da Wie sie die Treppe hinunter hüpft Ihr rundes Gesicht mit dem dicken blonden Haar Die Augen grau Mit einem verwirrenden Ausdruck von Vertiefung und Abwesenheit Unbequem Verzweifelt Weltfremd Gleichgültig gegen alles Äußerliche Dazu ihre wilden Anfälle von Portalsinnlichkeit Sie hat sich dann ziemlich wahllos Männer zusammengerührt Durch eine undeutliche Zeit schwierig aber unablenkbar richtig vorantastend Ihr Kunstwille Sie hat mühselig produziert mit Stockungen Zusammenbrüchen aber doch unbeirrbar einmalig gewachsen Diese Frau die ihr Leben durch Zeichenunterricht an einer Schule bestritt war einer der seltenen geborenen Künstler der Epoche Er ist nach Spanien gegangen Was hätte ich denn tun sollen? Obwohl jeder in diesem Lande den Ausgang hätte voraussehen müssen Ich habe den Eid für Sie geleistet Den Eid für Ihren Läumen und in jenem Disziplinarverfahren gegen Sie Eingeleitet nach dem Ankauf Ihres Bildes durch die staatliche Galerie Den Eid der nicht nur fatal sondern noch dazu überflüssig war Denn selbstverständlich wurde sie trotzdem diszipliniert Nur ich hätte die Folgen verhüten können Aber ist es nicht begreiflich dass er wenn er sich einmal aus dem deutschen Betrieb freimacht Ruhe haben sich dem Werk widmen will und dass er sich die Post nicht nachkommen lässt Es ist aber auch begreiflich dass sie nachdem sie mehrmals vergeblich geschrieben hat nicht mehr aus und einwissend sich mit Leuchtgas vergiftet eine halbe Minute vor neun wie sie in ja die wanne gehockt die Haltung schlampig sie raucht wie sie ohne Schirm im dicken Regen ziemlich langsam mit angestrengtem Gesicht über die Straße trippelt mit ihrem zu zierlichen Schritt das Licht oder beim Tanzen sie hängt mir gelöst sonderbar schwer im Arm gelöst und schwer beim Tanzen ich sehe sie nicht mehr nur noch das Bild das Licht ist aus die dumpfe Luft in der Zelle die Hände heiß die Bette gekratzt den Kragen des Schlafanzugs höher die Hose tiefer der Atem beschwerlich die Augen zu farbige Wirbel wieder auf drückende Nacht Ich bin zu weich zu wenig energisch lass was mir gehen das jetzt ist die Strophe die Heimsuchung alles ist ihm leicht gemacht worden fast nie hat es ihm an Geld gefehlt die Frauen verwöhnen ihn Seine Begabung ist gefällig Immerhin kein Wort steht in meinen Büchern dass ich nicht mit gutem Gewissen vertreten kann Aber die schärferen Erkenntnisse die unbequemeren Dann sitze ich nicht hier weil ich Zeugnis abgelegt habe und zu den Bildern gestanden habe Und Josef und seine Brüder Josef und seine Brüder Die Gelegenheit einen Maler wie er vielleicht einer Generation nur einmal geschenkt wird ins Licht zu heben Aber dann jenes Angebot einen dicken Urlaub zu nehmen Der ihm willkommen war Denn er schuf ihm die Möglichkeit sein Buch über die Spanier gründlich durchzuarbeiten Als er zurückkam war das Bild Josef und seine Brüder oder Gerechtigkeit fort Ich habe es gewusst Gewusst dass es ein Kuhhandel war Der Urlaub als Gegenleistung für den üblen Verrat an dem Maler Landholzer und seinem Werk Ich bin nicht der liebe Gott Ich bin ein Mensch in zwei Händen einem Herzen und einem Hirn der Einiges von dem tun kann was an ihn herankommt Nicht alles Falsch Hätte es ein anderer vielleicht besser machen können Nein ein anderer vielleicht nicht Aber ich selber bin ein fauler Mann Ich bin nicht bis zu meinen Grenzen gegangen Wer nicht bis zu seinen Grenzen geht ist ein Fahrer Mann Hat er nicht einmal halb im Spiel Was tue ich nicht halb im Spiel eine Stufenleiter aufgestellt der Werte in seinem Leben Ja einmal gemeinsam mit Johanna an einem Regentag im Bayerischen Vorgebirg Johanna mit ihrer kleinen altmodischen Melodie in einem friedlichen Schlosspark angefüllt mit mythologischen Tieren im Geschmack von Werzei Was machst du Willst du reiten Die Werte dieses Daseins Ganz oben in der Skala Deine Arbeit Ja Noch vor dem Erfolg Auch vor unserer Freundschaft Ja Ja Was ist jetzt das Hey Sie Was machen Sie da drum Nicht lang allerdings Und das war zu Ende mit der Philosophie Machen Sie das da runter kommen Das Reiten auf den Kunstwerken ist verboten Und Martin Krüger war herunter geklettert von der Mythologie Ja Herrschaftszeiten hat man sowas schon erlebt Er hat aber einen Ausweis bei sich Ja Direktor der Staatsgalerie Ja so Erklärte dem strammstehenden Wächter für die Erforschung dieser Art Kunstwerke sei es notwendig darauf zu reiten Ich muss darauf reiten Ja so Dann entschuldigen Sie mal Herr Direktor Ja es ist merkwürdig dass ihn Johanna Krhein jetzt schon im vierten Jahr aushält in ihrer klaren Luft Unvermittelt überkommt ihn heftige Lust sie zu sehen Wahrscheinlich verhindert sie jetzt dieser widerwärtige Geier Dabei will ich gar nicht dass sie aussagt Sie soll nicht in diese schmutzige Angelegenheit gemengt werden aus der jeder nur bedreckt herauskommt Aber der Mann in Zelle 134 kann nicht verhindern dass er sich immer wieder mit rascher Fantasie ausmalt wie das sein wird wenn Johanna mit ihrer unbekümmerten Stimme für ihn Zeugnis ablegt Der leibgewordene gesunde Menschenverstand in diesem mittelalterlich gespenstischen Gerichtsverfahren Er hat die Wahrheit gesagt Das können Sie beschwören Wenn der Prozess in sein albernes Nichts zusammenschrumpft Im Namen des Volkes der Angeklagte wird freigesprochen Wenn Sie dann alle kommen sich bei ihm zu entschuldigen Ich bitte Ich bitte recht sehr Herr Dr. Krüger Nimm Sie fortan wohl oder übel in seinem Amt größere Unabhängigkeit werden einräumen müssen Unter solchen Gedanken kratzt die Decke weniger Auch legt er sich unbesorgt wieder auf die linke Seite ohne Furcht wegen seines Herzens Die natürliche Müdigkeit siegt über die Nervosität der Nacht und der Zelle Er schläft ein mit einem kleinen zufriedenen Lächeln Johanna Stoßend knackend knackend mit den ungeduldigen Fingern ihrer festen großporigen Hand auf und ab durch ihr Zimmer Das geräumig doch für ihre Heftigkeit fast zu klein ist Im Spiegel wechselnd sieht sie die helle Isar Anlagen den breiten Keh Egal Widerwärtig Übel riechend Dummfe Luft steigt auf aus den Worten des toten Mädchens Hätte ich ihn warnen müssen ihn von ihr loslösen Das konnte nicht gut ausgehen wie sie ihn festhielt in ihrer wunderlich saugenden schwülen Art Bin ich seine Gouvernante Man muss er gestoßen sein Findet keine Entscheidung fühlt sich am wohlsten im Zwielicht Man kann ihn aufblättern wie eine Zwiebel Blatt für Blatt und findet nichts Festes Aber sie lächelt das Kinn in die großporige Hand gestützt sitzt sie am Tisch denkt an den Martin jener Stunden zu dem sie Ja gesagt hat Unsere Reisen Wer unbeschwert jungenhaft lustig sich allen Eindrücken hingab jubelnd über jede Freundlichkeit der Witterung tief gekränkt über jedes zu primitive Wirtshaus wie er zufallsbekannte mit rascher Fantasie verulgte und ihr dabei zublinzelte Es war schön Wie er sich im nächsten Augenblick in Kunstding hineinwühlen konnte ohne Vorbehalt hingegeben verwandelt vor Kunst Schön Sehr genau hat sie das alles im Gedächtnis und noch anderes vieles sehr im Detail Ich hätte ihm doch helfen müssen Es war ein Fehler Es war bequem Sie weiß nicht ob er mit ihr geschlafen hatte es interessiert sie nicht Aber das weiß sie dass es nicht gut sein kann wenn ein Mann länger als eine Nacht unter der Last solcher Briefe bleibt Der Mann in Not der Mann in der Zelle Der Mann mit dem sie in den Bergen war auf dem Meer Der Mann mit dem sie zusammen lag Der kindisches und starkes albernes gütiges weises in sie hineinflüsterte Martin Krüger mein Freund Es wird nicht einfach sein Nein verflucht schwer wird es sein Martin Krüger wieder los zu kriegen nachdem er sich auf so einfältige Art von ihren stierhaft bornierten Landsleuten hat fangen lassen Aber sind ihre Landsleute stierköpfig ist sie es doppelt Könnte der Rechtsanwalt sie sehen wie sie jetzt dasteht mit starrsinnigen zornigen Augen er beginne zu zweifeln wer von den beiden bayerischen Menschen schließlich siegen wird der Justizminister oder dieses große Mädchen Johanna Krein geboren in München 24 Jahre alt bayerische Staatsangehörige evangelischer Konfession ledig im Publikum und auf den Bänken der Berichterstatter spannt man sich wie sie vortritt erregt und doch sicher fest kräftig das dunkelhaar fein und dicht über der breiten stirn die köpfe der geschworenen stoßen mit einem ruck wie gezogen näher gegen sie der angeklagte dr. krüger ist mein freund was heißt das bitte genau wollen sie bekunden dass sie intimen verkehr mit ihm gehabt haben ja nun gut was wissen sie also von den vorgängen in der fraglichen nacht dr hrtl zeigt unruhe zum ersten mal während dieses prozesses zwei anträge dr geyers die öffentlichkeit auszuschließen lehnt 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 ab ein schlafzimmer wird berochen in dieser nacht ist der martin zu mir gekommen können sie sich auch der genauen zeit erinnern ja das kann ich es war um zwei uhr die beziehung stand ja merkwürdig diese bekundung macht keinen günstigen eindruck es waren flüchtige beziehungen ich habe es ihm nicht weiter verübelt naja merkwürdig dass er allerdings aus dem schlafzimmer einer anderen zu mir gekommen ist das ist ausgeschlossen so es ist ausgeschlossen bitte mäßigen sie sich zeugin jetzt sagen sie mal fräulein krein wovon leben sie eigentlich ich habe etwas vermögen und einnahmen aus grafologischen analysen sie haben nicht etwa von dem angeklagten geld erhalten die zeichner der großen journale stürzen sich begierig auf den moment die starke pose festzuhalten wie der mann krüger voll wut um sich schlagend das kinn vorstößt gegen den staatsanwalt der dem blitzenden blick des rasenden mit ironischer geduld standhält sie haben nicht etwa geschenke an geld oder geldes wert erhalten doch blumen verschiedene male bitte ruhe heiterkeit ist hier wirklich nicht angebracht ähm was ihre grafologie anbetrifft hat da nicht einmal ein verfahren wegen gaukelei gegen sie geschwebt nein ein solches verfahren hat niemals geschwebt äh aber ihre kundschaft besteht doch vor allem aus männern sichtlich hat die zeugin mit ihrer hartnäckigkeit ihrem unverstellten zorn alle sympathien zurückgewonnen sie jedenfalls kann niemand als zugereiste als schlawinerin verdächtigen von der geschworenen bank aber erhebt sich heftig schnaufend mit einer weiten armbewegung herr landesgerichts rektor ein elegant wenn ich diese frage für überflüssig halte ach nehmt bitte wieder platz es ist sache des gerichts über die zulassung von fragen zu entscheiden ich verstehe die frage nicht ja na gut das sehr will ich mir bei der konfrontierung zeigt sich der zeuge franz xaver ratzenberger sehr patzig er hat den doktor krüger in jener nacht um 2 uhr früh zum haus katharinen straße 94 gefahren der ist aber auch und zwar ebenfalls um 2 uhr im bett der zeuge in krein in der steinsdorf straße gewesen der zeuge ratzenberger hat gute gründe für sein genaues gedächtnis aber die gründe der zeuge in krein sind nicht schlechter der vorsitzende der ehrgeizige richter dr hartl schließt die sitzung nicht ohne betretenheit zum ersten mal mit einer kleinen wolke sorge um den ausgang des prozesses der doch durch klug zusammengesetzte geschworenen bank und biegsame paragrafen von anfang an gesichert schien der prozess krüger fand statt im dritten jahr nach dem ersten großen krieg neben vielen ähnlichen prozessen in italien wurden anhänger der an der macht befindlichen diktatur trotz erwiesener mordtaten freigesprochen gegner dieser diktatur nach geheimen verfahren verbannt und für verlustig ihres vermögens erklärt in frankreich wurden offiziere der am rhein stehenden besatzungsarmee nach tötung von deutschen freigesprochen pariser kommunisten um nicht erweislicher gewalttätigkeiten willen auf jahre ins gefängnis gesperrt in vielen ländern europas und amerikas wurden jüdische und sozialistische angeklagte nach postenhaften gerichtsverfahren zu tausenden erschossen gehängt auf lebenszeit in kerker gesperrt nationalisten in den gleichen ländern wurden nach erwiesenen straftaten entweder nicht belangt oder freigesprochen oder zu geringfügiger strafe verurteilt und amnestiert so auch in deutschland dies geschah entweder im namen der republik oder des volkes oder des königs in jedem fall im namen des rechts justitia fundamentum regnorum der minister doktor otto klenk überliest einen vortrag gehalten vor kurzem und sehr beachtet im feudalen herrenklub am abend wird er in dem rundfunk wiederholen sein thema das ideal einer wahrhaft volkstümlichen justiz ja gerechtigkeit ist das fundament der staaten aber gerade darum muss eines jeden staates gerechtigkeit auf dem gleichen stoff sein aus dem gleichen stoff sein wie eben der staat selbst das absolute zu erreichen ist dem menschen nicht gegeben unsere bayerische gerechtigkeit das weiß das weiß ich darum mit naturwissenschaftlicher genauigkeit ist gut die beste aller hier deckbaren denn sie ist begründet im Boden im Klima im Volk volkstümliches bewahrend volkschädliches auswärzend passend passend zu dem land der bayern gut wie seine wälder und seine berge gut wie seine menschen seine elektricität lederhose sein waschling und sein bier wollen wir also gemeinsam die verantwortung übernehmen und beruhig geschlafen der rechtsanwalt und landtagsabgeordnete dr. Siegbert Geier steht an der wand gegenüber dem Apparat immer weiter zurückgewichen vor der jovialen höhnischen stimme die ihn aus der Luft überfiel sich geradezu in die Wand hineinpressend steht mit erloschener Miene von Abscheu Scham und Ekel gepackt steht in der Schwüle seines ungelüfteten Arbeitszimmers zwischen verstreuten Papieren Büchern Zigarettenasche die ausgezogenen Schuhe kotig im Raum den besudelten Rock über einen Stuhl geworfen steht erschöpft von der Anstrengung seine Nerven in der Gewalt zu halten wischt sich mit dem Handrücken den Schweiß ab nun sieht er das Unrecht mit leiblichen Augen die Seele der nackten Gewalt sein Leben lang wird er gegen sie kämpfen anormales fanatisches Bedürfnis nach Sauberkeit im Recht nach Klarheit niemand dankte sie warum nur will er ausgerechnet hier sauber machen in einem Haus in dem man sich nur in Dunst und dumpfig ungelüftet und behaglich fühlt wie die Agnes eine arme Haushälterin ist er im Innersten weiß er ob er nach Berlin ja nach Moskau gehen wird in Zukunft wird das Unrecht für ihn ein Gesicht haben es wird einen kräftigen Mund haben es wird auf einer Pfeife kauen und eine Lodenjoppe tragen da ist Nieder die Lieder unter den dicken Gläsern liegen rot stark geädert er atmet beschwerlich aber er sträfft sich die dünne haut sieht trotz der starken rötung verfallen aus unter spärlichem flauen denn er ist schlecht rasiert aber er spannt sich zieht trotz der späten Stunde noch einmal das Manuskript hervor das ihn begleitet von der Kanzlei in die Wohnung von der Wohnung in die Kanzlei das Plädoyer ist vorbereitet es darf nicht an die Vernunft appellieren wirken aber in seinem Werk in der Geschichte des Unrechts wird er scharf logische Gedankengänge entwickeln mathematisch das Unrecht aufzeigen Scham und Wut über die bayerische Justiz in die Welt hinaus schreien aussichtslos das Recht verteidigen gegen einen Staat der das Recht nicht will aber das Unrecht wenigstens weithin sichtbar ins schärfe Licht stellen er schreibt sachlich nüchtern eifrig hoffnungslos noch nach zwei Stunden sitzt er und schreibt anderen tages hat sich der Anwalt ganz in den Zügeln seine Hände flattern nicht seine Wangen sind gestrafft keine jähe Röte flackert sie an jede Wirkung sitzt wo er sie wünscht kein Zweifel das Publikum ist gefesselt auch einige der Geschworenen zeigen nachdenkliche Minen nichts meine Herren Geschworenen spricht für die Schuld des Angeklagten außer einer Aussage die durch eine andere widerlegt ist und außer einem jämmerlichen Gebäude aus Halbwahrheiten das nie und nimmer zu einer Verurteilung führen darf die Zeitungen von München bis nach Berlin berichten in mehreren Spalten selbst die Gegner müssen konstatieren dass das Plädoyer des bekannten Anwalts ein eindrucksvolles forensisches Schauspiel gewesen sei Am Tag nach der Verurteilung Martin Krügers geht Johanna Krein auf dem Weg zu Dr. Geier durch die Anlagen an der Isar frischer Wind geht die Stadt liegt gut anzuschauen in dem heiteren starken Licht der Hochebene und Johanna liebt sie sie genießt den Weg bemerkt nicht ohne Erstaunen dass sie eigentlich nicht mehr zörnig ist sondern gelassen kampfmutig In den Jahren nach dem ersten großen Krieg zählte die Bevölkerung des Planeten 1800 Millionen Menschen Darunter etwa 700 Millionen Weißhäutige Die Kultur der Weißhäutigen wurde für besser gehalten als die der anderen Die Weißhäutigen hatten untereinander vielerlei Grenzen aufgerichtet sehr willkürliche sie redeten verschiedene Sprachen und bekriegten einander unter den verschiedensten Vorwänden Ihre Wirtschaftsformen waren verwickelt großer Wert gelegt wurde auf technische Meisterschaft und auf gesteigerten vervollkommneten Verkehr Doch organisierte man dies ausschließlich nach den Bedürfnissen der Kriegerkaste und nach den Wünschen einiger weniger kapitalkräftiger Interessenten während man die anderen zwang in riesigen Hallen stumpfsinnigen Tätigkeiten nachzugehen Die Bildung orientierte sich an den Anschauungen die Griechen und Römer zwei Jahrtausende früher niedergelegt hatten Die Weisheit der alten asiatischen Kulturen war vergessen Ökonomische Zusammenhänge wurden im Schulunterricht verheimlicht Begriffe mittels deren man den Erscheinungen der Erde beizukommen suchte waren die Relativität die Klasse die Rasse Ihre Sexualempfindungen suchten die Weishäutigen an die Peripherie zu rücken Alle Komödienschreiberei der Zeit zog ihren Stoff aus dem Gegensatz zwischen allgemeiner Praxis und offizieller Moral Solcher Art waren die Weishäutigen Menschen die der Planet in jenen Jahren durch den Raum drehte und die zwei Fünftel seiner menschlichen Gesamtbevölkerung bildeten Johanna Krein steht an der straßenbanalte Stelle wartet auf einen der blaulackierten Wagen der sie nach Schwabing fahren soll der Abend ist neblig und kühl im Spiegel eines Schaufensters sieht sie sich im Licht der Bogenlampen das breite kühne Gesicht im Gegensatz zur Mode nicht geschminkt und nur wenig gepudert guten Abend guten Abend jemand geht vorbei grüßt höflich unbeteiligt ein Gesicht wie es viele Männer der herrschenden Klasse jener Zeit tragen klug unter breiter Stirn etwas schläfrige vorsichtige Augen relativistisch die Träger solcher Gesichter zugebend der Fall des Kunstwissenschaftlers Krüger sei des Zorns und des Mitleids wert pflegen trotzdem Zorn und Mitleid zu verweigern denn es sei zwar ein Skandal einen Mann durch gekauften Zeugen ins Zuchthaus zu bringen weil es der Regierung nicht gefiel dass er Direktor der staatlichen Galerie moderne Kunst kaufte doch gäbe es jetzt tausende solcher Fälle politisierter Justiz Sie kennt das doch sie begreift es nicht sie wird nicht stumpf empört sich mit unverstelltem Zorn schlägt um sich immer von Neuem Ihr Anwalt Dr. Geier hat ihr eine Möglichkeit gezeigt um ihren Freund aus der Zelle zu befreien einen Unschuldigen bevor er zugrund geht gesellschaftliche beziehungen er hat ihr fünf Namen genannt die heimlichen Regenten in Bayern wie soll ich Johanna Krein Johanna Krein von etwas Vermögen und Einnahmen aus graphologischen Analysen mäßig lebend wie soll ich zu gesellschaftlichen Beziehungen kommen nur ein Gesicht ist dir eingefallen immer wieder dieses Gesicht sie hat es auf der geschworenen Bank gesehen im Prozess während ihrer peinlichen Aussage ein fleischiger Kopf mit schleierigen abwandernden Augen und einem kleinen genießerischen Mund Hessreiter der sich auftat sie vor einer schmutzigen Frage des Staatsanwalts schützte Kommerzienrat Paul Hessreiter sie hat ihn einfach antelefoniert Martin sagt ich hab einfach keine Kinderstube sieht aus um gesellschaftliche Beziehungen anzuknüpfen wie auf einer Abenteuerfahrt in ein unbekanntes Land das Haus des Großbürgers Hessreiter liegt versteckt hinter einer Mauer und alten Kastanienbäumen am Rand des englischen Gartens etwas altväterisch behaglich nicht ungefährlich aber ich bitte Sie Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen mit seiner fülligen Eleganz seiner altmodischen Höflichkeit passt er hinein über Krebs und seine Schale Ich habe Ihre Tatverkeit bewundert sehr bewundert begrüßt sie herzlich wortreich ihre beiden Hände nehmen wir sprechen die gleiche Mundart verstehen sich leicht gesellschaftliche Beziehungen Er kommt zugleich in Schwung Gerne bin ich der rechte Mann rudert heftig mit den Armen den Fall aus dem politisch schachmäßigen ins menschliche Rücken ich bin dabei mit ganzem Herzen und Verstand was immer Sie mir anvertrauen werde ich bestens erledigen Ja Hessreiter obwohl er nicht direkt zu den Fünfmächtigen gehört ist schon der Richtige Jedermanns Spezi Inhaber einer keramischen Fabrik einer der Fünf Eingeborenen Lebemänner Münchens Sie steht in dem niedrigen Salon vollgestopft mit Bildern aus einerlei Sammlungen Münchner Autothümer zwischen Menschen deren Gesichter sie aus den illustrierten Zeitungen kennt Darf ich Sie gleich mit der ganzen Bande bekannt machen Findet sich bald zurecht Mein Freund Faunler er beherrscht das Vergnügungswesen im Holben Reich Ein glasshäutiger schlauer Kopf pinzige Mausaugen in dem wulstigen Schädel wandeln emsich ihren Körper auf und ab Sehr angenehm Sehr angenehm Dr. Pfister sicherlich kennen Sie seine Romane Ein rosiges bezickertes gütiges Gesicht mit mediertem Vollbart Grüß Gott junge Frau Grüß Gott Herr Doktor Meine Freundin die Baronin von Radolnik Sie ist selbstverständlicher Mittelpunkt der Gesellschaft Schönfrau stattlich gelassen Kupferhaarig fühlt sie den Raum Wollen Sie sich nicht hersetzen? Die Art wie sie Johanna beschaut kühl ungeniert prüfend scheint dem großen Mädchen nicht uneben Sie ist natürlich innig und durchaus einverstanden mit den Methoden der herrschenden Klasse wie alle diese Menschen Wissen Sie ich bin tolerant Aber sie findet Gefallen an ihr freut sich der eigenen Bestätigung Sie ist nicht immer Baronin gewesen Ich finde es sympathisch wenn sich eine Frau nicht unterkriegen lässt Sehr richtig Und muss man nicht auch einmal vorurteilslos europäisch denken Sie dienen sich zur Folie Die üppige kupferfarbene Schönheit der Frau von Radolni und die frische Resolute des Mädchens mit dem breiten klaren Gesicht den unvorsichtigen grauen Augen Und Ihre Sache kommt ins Gespräch Der Lärm Lärmender Der Rausch Rauschender Der ganz Glänzende Meine Devise Sackrisch Nur in München kommt es nicht so recht vor Habe ich Recht Verstehen Sie das Deutschlands erster Vergibungsort war die Stadt einmal Denk Kommen sind haben was ausgesprochen Ungelüftetes an sich Mit Ihrer Eselhaften Verwaltung haben Sie Die Die Na die Herr Herr Habe ich Sprich das nicht Bände wie es uns den schönen Bau jetzt mit Militärdenkmälern verschammelt Und in die Stadt will ich das Kabarett zurück Johanna Die Berge Lackfarben Das Leben in Gold Schnitt Sie haben breite Erfolge Aber für ein Gränen das kann ich nicht haben So ein Unrecht in unserem schönen Heimatland Das doch gerade wieder heimgefunden hat auf dem rechten Weg nach der Revolution Dass er Einfluss hat ist gewiss Der Justizminister dieser blitzgescheide Mann der steht wie ein Baum Muss man den anderen für einen Schurken halten An allen deutschen Höfen ist er wohlgelitten Bestimmt kann er ihr helfen Glauben Sie nicht an das Gute im Menschen Sacht überall dämpfend setzt sie auseinander das hier Willkür ist Nie würde der Kronprinz so etwas deuten Er schaut sie an verständnislos betrübt schüttelt nachdenklich den rotblanden großen bezwickerten Kopf aber wenn ich sie vor mir sehe ein so festes lebfrisches bayerisches Merl wenn sie so sicher zu der Sache stehen senkt den ungefügel Nacken atmet schwer Unreich geschieht in meinem Land und wird geduldet von allem soll ich mich so geirrt haben mein Leben lang führte in der gut ja auf wiedersehen der alternde schwerblütige Mann verabschiedet sich bald geht den Kopf vorstoßend gegen ein unsichtbares undenkbares das er dennoch denken muss etliche Zensis seppeln Vronis warten von ihm fertig geschnitzt zum guten Ende geführt zu werden sie werden geraten selbstverständlich aber sie machen ihm heute mit einem Mal keinen Spaß ich hoffe doch ich kann sie demnächst in Garmisch begrüßen den Ort werde ich starten aber selbstverständlich glauben sie wir lassen uns den Trubel entgehen ich sage ihnen das wird heuer der modernste Platz des deutschen Winters ein Salon beim englischen Garten in München im Überfluss während man im übrigen Deutschland hungert und verkommt eigentlich müsste ich schon lange wieder im Geschäft sein von Stunde zu Stunde muss man auf neue Preise sparen die glauben ja nicht was für ein Geld gerade jetzt in der Vergebungsbranche zu machen ist das ist eigentümlich bewiesen mein Lieber eigentümlich bewiesen schon kostet der Dollar 408 Mark ein Leibbrot 15 und ein Anzug 4000 Mark ich werde jetzt bald ins Ausland reisen Geschäfte die Geldaufblähung wirkt für uns wie ein ungeheures Dumping Sie wollen Ihr Unternehmen ausdehnen? Jetzt? Alles andere wäre gerade zu töricht wenn der Mut in der Brust die Sparenkraft übt hat schon unser alter König Ludwig I. gedichtet ich bleibe lieber auf dem sicheren Boden meines Guts Ludpolsbrunn da haben Sie nicht Unrecht zumal er seinen Wert jetzt alle paar Tage verdoppelt ich weiß jetzt auch wie ich das viele Geld anlege das ich an der Inflation verdiene nicht in einem Passionsfilm sondern in einer Revue eine was echte große Revue? ein Mordstrumpf von Revue künstlerisch veredelt einen fix Kerl von Autor hab ich schon gewonnen Motto höher geht's nimmer damit mein ist noch nicht am Ende die Frauenkostüme danke Herr Hessreiter sitzt neben Johanna stolz wollen Sie uns nicht nach Garmisch begleiten? ja wirklich eine ausgezeichnete Idee da können Sie auf zwanglose Art mit aller Welt Verbindung aufnehmen ich sag schon immer Sie sind die praktischere von uns beiden danke falls das ein Kompliment sein sollte sie hat Eindruck gemacht er betrachtet das als persönlichen Erfolg sogar der Kronprinz hat sich heuer angesagt der Kronprinz? ja das wäre einer der könnte diesen Kirchenlicht an den Marsch blasen auch noch in dieser sogenannten Republik wenn er wolle ja vielleicht könnte man bei Hofe was für Sie erreichen Sie müssen Ihnen unbedingt dazu überreden mir einmal die Ehre zu geben erst spät in der Nacht bricht die Gesellschaft auf als sie im Gegensatz zu den anderen zu Fuß gehen will besteht Herr Hessreiter darauf sie zu begleiten er geht neben ihr der ganze Mann schwer und schwebend eine einzige Zuversicht Johanna wieder in ihrem geräumigen Zimmer in der Steinsdorfstraße streicht skeptisch neunzehntel von seinen Hoffnungen ab gesellschaftliche Beziehungen garmisch doch während sie sich schlafen legt lächelt sie warum eigentlich nicht? denkt an seine altmodische angenehme Art versucht seine weiten rudernden Armbewegungen nachzumachen schläft lächelnd ein sind Sie mit dem Gölger verwandt? nein ich bin seine Verlobte so man steht in kalten Büros und tristen Korridoren herum beäugt von neugierigen Schreibern und Wärtern aus einem vergitterten Fenster schaut man gelegentlich in einen Hof mit sechs kümmerlichen eingemauerten Bäumen Johanna wie sie den Mann Krüger sieht im Sprechraum während ein Wärter daneben sitzt hinter dem Trenngitter Johanna erschreckt ich freue mich sehr dass du da bist er sieht heruntergekommen aus aber das ist es nicht steht Schlottrich da der ehemals glatte kräftige Mann mit dem tief hereingewachsenen strahlend schwarzen Haar schlaff von Gliedern ohne glanzte Augen aber nicht das erschreckt sie mit grauer überstoppelter Haut es ist dieses Lächeln ein friedsames Lächeln wie aus einem Grab ich bin nicht unglücklich ich sage nicht ja zu den Dingen und nicht nein ich glaube meine Lage sieht von außen schlimmer aus als hier zwischen den Mauern wagt friedlich höflich nichtssagend wie ausgelöscht dieses sich fügen in die Vernichtung schaubar an einem Menschen den sie so stürmisch lebendig gekannt hat nimmt ihr Wort und Haltung hast du meine Briefe bekommen? wann hast du geschrieben? du musst vorsichtig sein offenbar stand zu viel Unzulässiges drin sie legen sie dann einfach zu den Akten Dr. Geier hat ihr erzählt am zweiten Tag nach seiner Überführung habe er einen Tobsuchtsanfall gehabt der mit einem schweren Herzkrampf endete er staune an seinem Schicksal herum wie ein Tier das in Gefangenschaft geraten sei ihn so zu finden damit also hat sie gerechnet kann ich dir Bücher schicken? nein sie können sich nicht vorstellen dass Bücher einen anderen Zweck haben könnten als Kassiber hereinzuschmuggeln nun aber steht durch das Gitter von ihr getrennt ein ganz anderer vor ihr ein grauhäutiger alter verwester fremder Mann merkwürdig friedsam lächelnd in der Zelle hängen ein paar Broschüren die Vorschriften für Gefangene Verbote Hausstrafen du verstehst ich kenne jeden Buchstaben auswendig mit der Faserung des Papiers mit diesem Mann ist sie zusammen gewesen? lange? den Tag über klebe ich Tüten also Papier Kleistertopf Pinsel Falz Schablone davon sind meine Hände so rissig mit ihm hat sie Reisen gemacht? in die Berge? ans Meer? aber nach der Arbeit sehe ich mich nicht was ich bisher gemacht habe war Dreck höchstens eins darüber würde ich jetzt schreiben erinnerst du dich an das Bild das mich hierher gebracht hat? Josef und seine Brüder? ich habe es mir rekonstruiert jedes Detail an ihm könnte ich meine Anschauungen entwickeln über den Sinn der Kunst in diesem Jahrhundert ein Wärter in einem Tiergarten hat ihr einmal erklärt die Tiere spürten die Gefangenschaft nicht liefen sie im Käfig auf und ab so hätten sie 10.000 mal 6 Meter laufend hin her das gleiche Gefühl wie wenn sie 60 Kilometer Distanz machten woran das Tier glaubt ist also der Weg nicht die Distanz der Anwalt hat recht scheint es Martin Krüger versteht von seiner Lage so wenig wie ein eben eingefangenes Tier es ist gut von dir dass du um meine Freilassung kämpfst sie ist froh als die Zeit um ist es wird von dir und Dr. Geyer sicher alles bestens erledigt erst ganz zuletzt nach so vielen Veränderungen bemerkt sie dass er auch kurz geschoren ist über lange Korridore laufend fast sucht sie den Ausgang das Haupttor durch das Fenster sieht sie im Regen sechs kümmerliche eingemauerte Bäume im Hof Gerechtigkeit ist in politisch bewegten Zeiten eine Art Seuche vor der man sich hüten muss der eine erwischt eine Grippe der andere Justiz sie ist froh am nächsten Tag mit Jacques Duverlin zu reden einem ausgelüfteten richtigen Menschen sie sind an den Ammersee hinausgefahren es ist windstill der See liegt weit und blassfartig die Berge dunstig dahinter auch ihn den Schweizer Schriftsteller hat sie durch den Prozess kennengelernt sie ist zum dritten Mal mit ihm zusammen der Mann Krüger war prädisponiert er hätte Präventivmittel anwenden müssen sein Fall ist Bech bedauerlich doch ohne Interesse für die Allgemeinheit untragisch er geht neben ihr vergnügt betrachtet sie mit einigen verschmitzten Augen in dem sonderbar nackten scharfen Gesicht kräftige Schultern schmale Hüften seine Hände sind sommersprossig rötlich blond behaart mich persönlich interessiert zur Zeit vor allem die Figur des Kasperl Kasperl im Klassenkampf was halten sie davon ich schreibe nämlich gerade eine Revue bisher hat sie wenig Ohr für seine Theorien gehabt heute hört sie besser zu übrigens haben Märtyrer für mich etwas komisches eine Sache mit Blut zu düngen ist ein probates Mittel aber es muss das Blut des Gegners sein Gerechtigkeit ist eine Folgeerscheinung von Erfolg und heute ist sie von seiner saloppen sachlichen Art nicht angenehm berührt wenn sie so denken warum legen sie dann immer noch Wert darauf mit mir zusammen zu sein meine Interessen gehören ziemlich ausschließlich dem Fall Krüger dazu sind sie hinlänglich legitimiert ihnen macht die Sache ja Spaß Spaß einziger Rechtfertigungsgrund menschlichen Handelns ist der Spaß finden sie es schamlos dass ich alles so heraus sage ja er blinzelt sein kluges gesicht verzieht sich in lauter kleine fältchen ein verknittertes lausbubengesicht ich schlage ihnen eine verständigung auf unsentimentaler basis vor ich schargtüferlin interessiere mich für den Fall Krüger und sie Johanna Krain interessieren sich für meine Späße sie wollen mir also helfen selbstverständlich was halten sie von einem Essay meine Schreiberei ist im Ausland recht angesehen der Grundgedanke wäre die eigentliche Schuld trifft den Mann Krüger selbst wie bitte? er als gebildeter Mann musste wissen dass er freventlich handelte wenn er für das Bayern dieser Jahre gute Kunst kaufte das erklärt der Schriftsteller Jacques Tüvel in dem Mädchen Johanna Krain am Ufer des Ammersees unter alten unbewegt stehenden Kastanienbäumen sie hört ihm zu mit hochgezogenem Braun nur warum dieses komische machiabilistische Verfahren warum erklärt nicht klar und eindeutig der bayerische Justizminister du Martin Krüger bist ein Schädling du musst ausgerottet werden ich hab ihre Aphorismen satt hören sie doch man greift die lauter Glassplitter wenn sie reden sie sind schlechter als die bayerischen Gerichte dann seh ich sie wieder und sie geht zum Bahnhof verärgert in ihrem bayerischen Gemüt fest in ihrem geraden aufrichtig geführten Kampf um eine gute Sache schließt ein für allemal mit ihm zu brechen so kommen sie alle rein bitte schön voila die Puderdose hab ich nicht so viel versprochen das ist erstaunlich alle Achtung Pfauhundler da haben sie wieder mal gezaubert ihr Kompliment freut mich ganz besonders meine Frau Wintersaison in Garmisch der vergnügungsindustrielle Pfauhundler führt seine Gäste durch sein neues Etablissement geradezu stilvoll 18. Jahrhundert nicht wahr ja ja das ist der Anteil der Künstler an der Schose nicht schlecht herumgerafft habe ich mich mit denen zierlich zart elegant schön selbstverständlich Puderdose aber die Hauptsache an einem Lokal habe ich gesagt ist doch schließlich die Gemütlichkeit ich sag ja sie verstehen ihr Geschäft das halte ich mir zu Gute also montain und bayerisch da fehlt sie nix die weißblauen Kacheln sind aus ihrer Manufaktur Herr Sreiter so erstaunlich wie das alles zusammenpasst sagen Sie Herr Nachbar können die Herren Künstler nicht gerade so zufrieden sein wie ich als Geschäftsmann unbedingt kommen Sie ich habe Ihnen ein besonders lauschiges Man setzt sich in einer der listisch versteckten Logen geschaut das Getränk jeder Platz ist besetzt vor allem gefällt mir diese ganz leise Dosis Verruchtheit ja ja das ist der Zeitgeschmack verehrte Glaubst mir ich hab den Rücher die Dekadenz hat auch ihren Reiz Johanna sitzt schweigsam drei Wochen ist sie nun hier meine Nägel sind gefeilt und poliert bald werden sie mondförmig sein und milchig schimmern langsam führt sie ihre Augen über die geschmückten Menschen die in mancherlei Zungen halblaut kleine gefällige Dinge schwatzen auf der Bühne wird ein Kabarettprogramm exekutiert Auftritt einer Tänzerin Scheinwerfer sticht sie aus dem Dunkel heraus wie sie sich rührsam schamlos bewegt Olga in Sarova hab sie in Moskau entdeckt na Pfeu und war es nicht eher ein finsteres Lokal in der Berliner Friedrichstadt du kenne süßig aus bei der Beste Garnisch Winterkuh früher war mir sowas sehr wurscht eher zu wieder im Saal beachtet man sie die illustrierten Zeitungen haben über sie geschrieben darum bin ich doch hier an einem Ort wo kein Mensch eine Preise fragt wie lange kann es dauern bis sie auf dem Boden ihres Bankkontos ist Vorsicht Pfau und auf ihren Erfolg und auf ihren Eligste als Königin der Nächte und auf ihren Frau Lenkrein ja zu seinen Vorzüge der elegante Herr neben ihr und natürlich auch auf ihren Herr Hessreiter jetzt muss ich aber unbedingt hinter die Bühne Frau Lenkrein auf ihr Spezialist ist fürsorglich von umständlichem ungefähr gibt Neigung Wärme Zuversicht seine fleischige Gegenwart ist kein schlechter Schutz ich sollte ihm dankbar sein er hat sie an einem Spielgewinn beteiligt eine gute Art Geld zu geben er gefällt ihr aber es ist an ihm etwas Undurchsichtiges Trübes hier ich habe schon die französischen Prospekte drucken lassen die Fabrik davon also lebe ich die keramischen Werke Ludwig Hessreit und so eine geteilte Freude das muss ich zugeben Johanna hat sie besichtigt er hat darauf bestanden ein Mann der vertritt was er macht ein riesiges rotes hässliches Gebäude erfüllt von säuerlichem Geruch so stark dass sie sich fragte wie man ihn je wieder aus Kleidern und Haut herauskriegen kann Enzian und Wedelweiß die Säule des Geschäfts jeder zweite Mensch südlich der Donau speist von meinen Schüsseln Tellern Nepfen und entleert sich in meine Fabrikate die Kunstabteilung seit die Markt nichts mehr wert ist verkaufe ich diese Hirsche Rehe Jungfrauen Gnomen und Fliegenpilze ton und weise ins Ausland und dafür leiste ich mir das immerhin schaut Stiergefecht heißt die Serie ein junger Bildhauer hat sie entworfen den Mann werde ich durchsetzen ein Geschäftserfolg ist natürlich kaum draus zu machen von dieser verlogenen Bildnerei also lebe ich nun mit etwas von der säuerlichen Luft haftet seither er hockt neben ihr schleierig beschäftigt sie wollen den dr krüger heiraten gepflegte fleischige hände die augen irgendwo im saal regentümlich mit einem elfenbeinstock macht er bewegungen als rührer er in einem brei regentümlich diese verdammte diskretion sie weiß es ja selber nicht ob was sie vorhat heroisch ist eigensinnig dumm oder anständig müssen sie alle so einen rand hin reden oder einfach notwendig weil die behörden damit sie weiter für martin wirken kann eine legitimation verlangen es wäre gut wenn jetzt statt des breiten nebligen konzilianten hessreiter der scharfe saloppe türeli neben mir säße er würde sich nicht zart fühlen ausschreiben türelein türein ich habe mit dem kronprinzen gesprochen ist ihr kampf nicht endlos aussichtslos ihr kampf einen unschuldigen zu befreien um das recht gegen einen staat der das recht nicht will er will sie empfangen wirklich schon bald jetzt kriegen sie doch boden unter die füße ich gratuliere ihnen schon ganz ich schließe mich gern an meine liebe wir werden uns zusammensetzen und alles bereden er ist ein so prächtiger großherziger mensch unser maximilian sie werden singen jetzt wird äußere gut wintersaison in garmisch jetzt weiß ich's dass sie schaffen mit ihren darf ich sagen energischen grauen augen so schwärmerisch kenne ich sie ja gar nicht paul eine junge frau sitzt mit undeutbarer mine ihre nägel vorher viereckig und nicht sehr gepflegt glänzen im licht anschlag auf den abgehorteten geier fahre die kraft die rechte auf die ordnung in ferrers das bekam die letzten mal schwer verletzt rein hier 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 diesmal geht Johanna zu Fuß von der Ortschaft Odelsberg durch die flache langweilige wie ein ungedeckter Tisch hingebreitete Landschaft endlich die kahle Zufahrtsstraße der nackte öde Würfel des Zuchthauses das kahle riesige Tor die Wache die Stube in der die Papiere geprüft werden die langen Korridore mit ihrem modrigen Geruch dann im Zimmer des Zuchthausdirektors Förtsch kann ich Herrn Krüger vorher sehen leider durchaus nicht angängig wir haben ja ohnehin jede mögliche Konzession gemacht unter dem Bildnis des Feldmarschalls Hindenburg aber nach der Trauung habe ich ihnen und ihrem Herrn Gemahl eine volle Stunde Sprechzeit zugebilligt da werden sie sich reichlich aussprechen können denke ich umlagert von Journalisten die jedes Detail der Hochzeit von Odelsberg registrieren ob es journalistisch verwertbar sei als Standesbeamter fungiert der schwitzende Bürgermeister des nahegelegenen Marktfleckens man hat Martin Krüger erlaubt die Zuchthauskleidung abzulegen er trägt seinen grauen Sommeranzug allein er ist schlotterig geworden und sieht befremdlich aus ja ich will ja ich will hiermit sind sie Mann und Frau die Zeremonie in dem kleinen dumpfigen Raum die Gratulation nimmt er so gleichmütig hin wie alles andere die Unterhaltung im Sprechzimmer fließt zäh mit Pausen wie braun du bist ja Johanna schämt sich dass sie so kalt bleibt aber was soll sie diesem Mann sagen der mit einem wissenden freundlichen Lächeln auf sie schaut wie ein Erwachsener auf ein Kind ich muss einen traurigen Anblick bieten ich esse fast nichts sie mischen so da hinein gegen den erotischen Appetit sie will es sich nicht leicht machen sie will an seine Umstände denken an denen er unschuldig ist die Zelle den winzigen sarghaften Raum in dem er jeden Pinselstrich und jeden Nageleinschlag kennt den er sehr hungrig Neues zu sehen längst ausgelebt hat jeden Kubikzentimeter in dem er hockt graugesichtig in sich eingesponnen mit zugeschnittenem Papier kleistertopf Pinsel falzholz schablone manchmal gestatten sie mir spaziergänge zwischen den sechs bäumen im hof mein garten aber sie denkt was eigentlich habe ich mit ihm zu schaffen manchmal lassen sie mich sogar schreiben eine vergünstigung dann verbieten sie es mir wieder ohne grund vielleicht kommst du bald frei ja ich werde alles bestens erledigen zuletzt kurz ehe die Sprechzeit abläuft sieht Johanna dass ihr Körper Martin sehr erregt seine Augen schleiern sich er setzt an zu sprechen Johanna schluckt greift nach ihr durch das Gitter der Werber setzt stumpf dabei sie weicht nicht zurück entzieht sich ihm nicht aber sie biegt krampfhaft den freien rechten Arm die Finger ihr Blick auf sechs kümmerliche eingemauerte Bäume sie atmet hoch als sie endlich wieder draußen steht dankbar die frostige Luft befreit beinahe fröhlich ja hallo guten abend guten abend anderen tages in ihrem Hotelzimmer in Garmisch ruft Jacques Tüverlin sie an es freut mich wie sie in dieser halbwelt reüssieren also sie er tue als sei niemals ein gewisser Tag am Ammersee gewesen an dem sie sich im Zorn umgedreht hat und gegangen ist eigentlich bin ich geschäftlich hier wir müssen über die Revue reden Kasperl im Klassenkampf sie erinnern sich ich werde einen Grundriss des Stufanes verwenden es ist gut nach so langer Zeit wieder die muntere Stimme zu hören er plant zwar etwas unter dem Titel höher geht's nimmer aber das rede ich ihm schon noch aus auf einmal spürt sie wie sehr sie einander gefehlt haben spürt sich zu ihm gehörig dafür sie zum Abendessen einladen ich habe mir ein hübsches kleines Haus am Wald gemietet gern ich ich habe einen Mordshunger sie müssen es nur noch zurecht machen wissen sie was sie sind ein Lausbub auch sie jenes tages mit keinem wort gedenkend nimmt an odelsberg liegt hinter ihr ihre heirat war eine dummheit aber eine notwendige dummheit die sich bezahlt macht durch größere freiheit sie machen skitouren zusammen treffen sich zu den mahlzeiten im hotel besuchen gemeinsam die puderdose der trübe nie greifbare her hessreiter auch pfüsterer der dichter schauen sie vorwurfswell an erbittert gegen tüverlis ein hüpfer isa ein flow sehr richtig und ein flow paul wollen wir nicht auch tanzen paul sie reden miteinander viel und offen doch johanna spricht nicht von dem fall krüger auch dass sie den mann krüger geheiratet hat erwähnt sie nicht nur manchmal wenn sie tüverlins körper spürt beim tanzen bei gruß und abschied ist zwischen ihnen entschärten der schatten eines graugesichtigen mannes klemmend dumpf in begleitung des rechtsanwalts dr geier sucht sie den reichs justizminister dr heinroth auf der für kurze zeit zur holung in garmisch ist er wohnt in keinem der großen luxuriösen hotels sondern in der einfachen pension alpenrose am ende der hauptstrasse dr geier hinkt an einem stock aber sonst damit muss in solchen zeiten jeder rechnen der für eine idee eintritt er sitzt der hagere blonde herr den minister aus berlin mit zupackenden dringlichen dick bebrillten augen bedrohend dr heinroth ist ein betulicher herr mit mildem vollbart erstaunlich belesen voller verständnis ja ich darf Ihnen versichern dass die reichsregierung den fall Krüger unendlich bedauert ich persönlich bin kenner und verehrer seiner schriften aber er hat einen weiten gesichtskreis andererseits darf man nicht außer acht lassen dass in manchen fällen die rechtssicherheit der gerechtigkeit vorangehen muss es sind somit durchaus fälle denkbar in denen einem mann zu recht unrecht geschieht summe er zieht den einzelfall ins allgemeine wo er sich rettungslos verflüchtigt es ist oft wichtiger dass ein rechtsstreit überhaupt als wie er beendet wird ist denn also jeder der willkür eines jeden justizbeamten ausgeliefert irgendeine frau ist ein gewisses risiko dass die gesellschaft bei eingehung eines gesellschaftsvertrages in kauf nehmen muss johannas rücken wird rund wozu sitzt sie hier alles ist sinnlos zwei freidenkende juristen führen einer beliebigen zuschauerin ein interessantes turnier vor ein gütiger mild lächelnder greis tunkt kuchen in milchkaffee auf dem boden ihrer tasse kann sie das enzian und edelweiss muster der süddeutschen keramiken ludwig hessreiter und sohn studieren jetzt aber fängt der anwalt geier an den minister ernstlich zu bedrängen in großen hellen worten entfaltet er das elend das die justiz jener jahre über die menschen bringt tausende wurden um läppischer kleinigkeiten willen ins zuchthaus gebracht hunderte getötet sozialisten und kommunisten versteht sich das ist sicherlich sehr zu missbilligen herr kollege während andere nationale mehrfacher mitten im satz bricht er ab jemand ist an ihren tisch gekommen ein junger mensch gut angezogen sehr rote lippen in dem hageren spöttischen windigen gesicht guten abend ein leiser geruch von heu und leder verbreitet sich einmaliger geruch eines sehr männlichen parfums dr. geyer zuckt zusammen zwinkert stark flattert mit den händen der junge mensch nickt ein freches vertrauliches kopfnicken zu dem anwalt hin richtet seine hellen dreisten augen dringlich auf johanna aber ich will nicht stören ein fernsig den merkwürdigen duft von heu und leder in der luft lassend was haben sie der anwalt schluckt hat rote flecken auf den backen es ist nichts mehr mit dem anzufangen entschuldigen sie mich bitte er hinkt hinaus auf einmal schlaff niedergedrückt auch johanna verabschiedet sich bald sie sieht den anwalt geier und den minister heinrod beide tauglich die dinge wie sie sind zu sehen nicht tauglich beide aus ihren gesichten taten zu machen ah her hessreiter ganz in schwarz was für eine art nachtwander soll das da die nacht schlecht weg freil wird ja hoffmann einer der erzählt ich wirklich schätze mit weinlaub soll das ord falls in der unter will erraten aber was sagen ist das nicht sakrisch was mir die künstler hingebaut haben ganz erstaunt die buddertose ist nicht wieder zu erster der sternenhimmel der hexentanzboden der hades das fegfeuer der stadtobische turn die überfahrt über den stück sollte ihnen 200 mark oder 5 cent wert sein wintersaison in gar der vergnügungs industrielle veranstalter ein kostüm ist diesmal heißt die parole die nacht war genau motto auf erden geht es jetzt sakrisch zu auf dem mond ist künftig bayerische ruhe was nicht alles wandelt in der nacht spanische granden und orientalische wirkenträger nymphen wachantinnen blühende orchideen fernöstliche göttinnen kompliment gängige frau du gibst ein prächtiges kürzen bitte das schwarzen kostüm der macht sieht aus wie ein etwas beleibtes distinguiertes gespenst neben ihm thronend in idolhaft und prunk gelassen kupferhaarig frau von erdeut sogar er sich der pfisterer hatte gewohnt und er mit dem medizianemann vertauscht jetzt ist die ganze bande versammelt aber er ist weiter trotz aller umständlichen munterkeit kann seine nervosität nicht verstecken meine freundin kennt ihn habe die ehre ich muss mich auch noch um andere gehen krass er sucht jemanden der bis jetzt nicht erspäht hat er rückert sich von schleimigen paul wandern durch die großen hauptsaal mit dem sternen himmel und den vielen rot und grünen mond finden johanna nicht sie sitzt mit jacques tyverlin in einem der lauschigen winkeln am rand der mond landschaft einer grotesken öbnis ist nicht die revue die ernsthafteste kunstform der epoche es ist der fragwürtige worden ob kunst noch als menschenwürdige betätigung anzuschauen ist in einer zeit ohne einheitliche lebensform gerade darum reizt es mich den alten allstofen es wieder lebendig zu machen sie sitzt schön groß blühend erregt von tanz hitze fest männern und insbesondere dem mahnert vor ihr ihr ebener bau ihre warme haut kommen augenscheinlich aus dem umgezierten schwarzen kleid sie sieht das nackte spaßhafte clowns gesicht die heutlich behaarten kräftigen hände wie er elegant schlenkerig locker und doch beflissen ist seine gedanken in sie hineinsprechend sie sehr begehrend ich liebe die arbeit kann ich ihnen das erklären dieses sich schweben fühlen die stockungen das hineinfühlen die lust wenn plötzlich ein ein fall aufspringt hören sie wie diese melodie übrigens kenne ich den klavierspieler früher hat er revolutionäre musik gemacht jetzt ist er kabarimann geworden diese kleine freche melodie verruch zusammengesetzt aus eleganter pose und lust am töten ist sehen sie nicht auch vorsicht den schnierkampf sie spürt beglückt jenes gefühl des wartens sich lösen das in ihr war kein leisester gedanke ist in ihr an den mann krüger das zeitungs gewäsch den endlosen kampf sie ist ihm sehr nahe weiß nun wird sie gleich zu ihm reden können einmal habe ich in der arena ein tier gesehen das als es nahe am ende war niederträchtigerweise in ruhe sterben wollte sehen sie das bild und die palisade drückte sich inmitten der tausende gespickt mit bunten spießendumpf schmerzvoll brüllend so für menschen selbst pulver und feuch reizen es nicht mehr es bleibt im schatten und steh auf nie passt die geschichte nicht genau zu dieser melodie merkt er nichts ist er so blöd ja ist so blöd neuer schriftsteller aber auch der vielstere zustand gehört dazu wo man da ruckt zusammen geigelt sich sagt es geht nicht dieser berg ist zu hoch nie kommt man hinauf und endlich wieder sitzen mit dem alten erquicken der nachricht doofanis lachen wie er gelacht hat als er diesen witz von diesem kleinen dreh mit dem er über die sicherlich ebenso gespürte schwierigkeit hinweg kam am liebsten würde ich mit ihm weggehen irgendwo hin fort von garmisch in eine große stadt in ein verlorenes schneedorf auf seinem zimmer in sein bett was ist komfort was reißen was können geschäftliche politische siege sein was was ist erfolg vor dieser lust an der arbeit ist recht herr künstler aber höher geht's nicht machen sie mit bitt schön zu einem erfolg im krieg und im theater zählt nix als der erfolg da fällt mehr ein brauchen sie einen vorschuss die hören wir bei ihnen gepfändet also da plötzlich reißt die verbindung so unvermittelt dass er zusammenzuckt fast körperlich ist das da sitzt mit am tisch sie schaut auf seine beharrten Hände und findet sie hässlich sie schaut auf sein arbeitendes zerknittertes Gesicht und findet es eine clowns fratze sie ist erbittert über sich und ihn dass sie hier nebeneinander sitzen jeder in sich eingesperrt so Geldschwierigkeiten haben sie gegen ihren Willen aber alle anderen kritisieren ist das nicht komisch wenn jemand in den eigenen Angelegenheiten so jämmerlich versagt sie selber leidet unter ihrer albernen Bosheit er schaut sie an er begehrt sie sehr er hätte sie am liebsten geprügelt und sie haben also wirkliche in Märtyr geheiratet das geht sie nichts an finden sie nicht dass das eine ziemlich lächerliche sentimentale geste ist ich habe noch mit Vandler zu sprechen während das fest seinem Höhepunkt zutreibt geht Johanna zwischen den immer wüsteren Machtwandlern durch die Mondlandschaft an weiß-blauen Bierstüberl vorbei durch den Hades das Fegefeuer über den Fluss Stücks zum astrologischen Tor die Oberlippe eingeklemmt drei scharfe senkrechte Furchen über der Nase das habe ich nicht gewollt sich selber zuwider weil sie sich so unsagbar blöd benommen hat und er ihr zuwider dabei hat er recht weil er recht hat in ihre Wut Reue Scham hinein gleitet etwas gravitätisch schwarz und behutsam ein distinguiertes leicht beleidendes Gespenst Frau Krüger da sind Sie endlich mit ihm ein grotesk umwalter Venezianer und eine fernöstliche Göttin äußerlich gelassen in idolhaftem Prunk wir haben Sie den ganzen Abend gesucht der Hessreiter legt den Arm um sie betont herzlich gierig schwärmerisch wie ein Gymnasiast Frau von Radolny steht dabei schön kupferfarben mit satten wissenden Augen klug wie sie ist hat sie Johanna protegiert aber nicht damit sie sich etwas zusteckt das ihr gehört es war nicht leicht für mich nach oben zu kommen gar nicht leicht Sie wird jetzt das mit Paul klären wenn mir was wegnehmen will ist mein Feind jetzt hier will sie klare sicht haben Frau Krüger wissen Sie eigentlich schon dass der kronprinz abgereist ist was was sagst du ja ich hab es eben erfahren wirklich bedauerlich für sie meine liebe aber das kann doch nicht sein ein so wackerer kernfester Mann und steht nicht zu seinem Königs leider dringende Geschäfte es gibt eben noch wichtigere Angelegenheiten als die ihren Katharina Fistra bitteschön könnt ihr mir noch ein Glas Sekt besorgen Johanna wendet sich langsam geht blicklos schwankend durch den Saal Herr Hesreiter zottelt ängstlich und gravitätisch neben ihr fürchtend sie werde im nächsten Augenblick zu Boden schlagen ein tiefer Ärger gegen Katharina ist in ihm was will sie sie mag Gründe haben von Johanna abzurücken aber warum in einer so launisch taktlosen Form nein das ist doch geradezu ungehörig Paul komm der Dichter Pfisterer schaut ihnen nach bekümmert in schweren Gedanken Unrecht ist im Land nichts mehr anderes kann er denken und sieht es spreizt sich in der Sonne und hört schreien und steht nicht oben Johanna und das beleibte Gespenst winden sich durch das Getriebe der kostümierten Großbürger begleitet von kühlen Blicken die Haltung Frau von Radonis hat gewirkt Frau Krieger wollen Sie nicht den ganzen Ärger einmal vergessen draußen sind Schlitten sollten Sie davon noch etwas hinauszufahren in die Nacht Sie verlassen die Puderdose durch den Hades das Fegefeuer er führt sie hinaus vorsichtig ganz dick voll Mitleid Zärtlichkeit Begierde der Himmel ist eisig klar mit einem stillen Halbmond und ruhigen Sternen gefühllos urweltlich steht der Zirkus der Berge in dem gleichmäßigen Licht in beruhigender Unabänderlichkeit nach dem willkürlichen Gezappel in der Puderdose Johanna sitzt unter der riesigen Pelzdecke mit abebbenden Gedanken zufrieden behütet zu sein langsam in der Atmosphäre des Mannes sich aufruhend der sonderbar verschollen neben mir sitzt elegant schwer doch zart eine Wohltat nach den scharfen rücksichtslosen Reden Tüverlins zärtlich aus seinen braunen schleirigen Augen sieht Hessreiter auf ihr breites offenes Gesicht in dem jede Regung kommt und geht ja ich empfinde mehr für sie mehr als nur jenes rasche begehren und genießen das in ständige Wiederholung in seinem Leben eigentlich lau geworden ist gleichmäßig lau ja dies ist mehr nur zweimal im Leben hat er wirklich Leidenschaft gespürt einmal sehr jung dann als er Katharina kennenlernte dieses ist das dritte mal das letzte mal für diese Frau wäre er bereit Opfer zu bringen ja selbst wenn es sein ist ein behagliches Leben aufzugeben johanna ist auf einmal gerührt er erschüttert der reiche herr verwöhnt von frauen der einzige der wirklich etwas für sie getan hat der demütig dienstbeflissen fröhlich um sie herum war der geruch der gnomen und fliegen pilze ist fort sie nimmt seine fleischige gepflegte hand streichelt sie mit ihrer groß groß vorigen festen der schwere man beginnt zu zittern verstummt vollends erwidert die berührung verwirrt dankbar sehr behutsam die erste helle des winter morgens kommt ins zimmer johanna schaut auf den man nicht verwirrt nicht lächelnd ernst ohne scham undeutliche gedanken dies ist gut so besser als mit tüverlin vielleicht und martin hat nun eigentlich der dr krieger einen meinheit geschworen oder nicht sie ist so erstaunt dass sie zu atmen aufhört dieser mann also der mit wichtigkeit ja mit leidenschaft für sie gekämpft hat er hat niemals an sein und ihrer sache geglaubt hat sich eingesetzt weil ihr wuchs ihre haut ihre stimme ihm gefielen so also sind die leute mit ihren beziehungen und ihre richter ab jetzt werden wir die sache richtig managen noch etwas kaffee ja danke ich glaube fast im ausland könnte man jetzt mehr erreichen und wie er nimmt sorgfältig ein stückchen butter auf das messer ich höre der bauernführer bichler wird demnächst nach paris gehen auf reisen ist der man weniger unzugängig ja und ich ich habe zufällig ebenfalls eine reise nach paris vor ich will mich endlich einmal persönlich ums auslandsgeschäft kümmern immer noch hält er das messer in der luft also ich meine willst du mich nicht eventuell begleiten endlich streicht er die butter auf sein brötchen ja johanna sitzt in paris wartet die reise des geheimrats bichler nach frankreich hat sich verzögert der mächtige mann ist launisch auch liebt er es zwielicht um sich zu verbreiten sie ist also befreundet mit diesem manne hessreiter er sucht sehr ihre gegenwart mit dir ist mein dasein so viel darf ich sagen lebendiger geworden aber kann er sich überhaupt richtig hineinwerfen in ein gefühl du wie du kräftig und fanatisch zu deiner sache stehst und ich ein Mann mit plänen großen plänen in München werden sie schauen er ist gefällig immer bemüht sich in sie einzufühlen dennoch es ist ungerecht reizt sie manchmal der ganze Mann ihr leben läuft ruhig gleichmäßig angenehm geregelt dennoch oftmals ist ihr als sei sie verpuppt als sei dies vor dem leben schlafleben eines tages in der nähe der oper am peron eines cafés hallo grüßt sie ein junger mensch steht auf kommt mit vertraulicher nonchalance auf sie zu hallo ich hab's gewusst wir werden uns noch einmal über den weg laufen der ist hell locker angezogen aus dem blassen frechen windigen gesicht stechen sehr rote lippen erinnern sie sich wir haben uns damals in der alten rose gesehen wollen sie mir nicht ein wenig gesellschaft leisten sie zögert dann setzt sie sich zu ihm mein name ist erisch bornhack ich heiße johanna krüger ich weiß ich hab von ihrer sache gehört nachdem geier sie geführt hat war es von vornherein sicher dass nichts dabei herauskommen konnte ach übrigens verstehe ich nicht weshalb sie sich da so verbeißen man muss doch auch noch leben es ergibt sich dass erich bornhack häufig in paris ist und die stadt gut kennt soll ich sie einmal führen ich kann ihnen verschiedenes zeigen was sie sonst bestimmt nicht zu sehen bekämen er blinzelt sie an sieht verkommen aus eine zeit lang habe ich sogar davon gelebt jetzt habe ich andere geschäfte ziemlich komplizierte so ein gesicht bei aller lasterhaftigkeit sieht auf einmal jungenhaft aus ich würde ihnen gern mehr erzählen es ist nicht uninteressant besuchen sie mich doch einmal ich habe eine nette kleine wohnung sie kommt erich bornhacks winzige zimmerchen freundlich zwischen bäumen sind luxuriös puppig unordentlich an den wänden hängen gipsmasken von hundeköpfen sehr verschiedene terrier doggen spaniels hunde aller art ich liebe hunde unter anderem betreibe ich eine hundezucht rauchen sie nein danke ich darf doch ja er geht herum elegant locker mit seinem überheblichen lächeln leisen geruch von heu und leder verbreitend ja geschäfte am meisten reizen mich die politischen es tut sich jetzt allerhand ich könnte manchen mann auffliegen lassen hält die zigarette etwas geziert in seinen spitzen gepflegten fingern meine mission ist eigentlich ganz reizvoll so weit in dieser langweiligen welt etwas reizvoll sein kann spieße würden vielleicht von spionage sprechen phrasendrescher von feme schaut sie mit frechem spitzbübischem knabengesicht auf und ab sehr weiße zähne bloßlegend er spricht vertraulich was will er nennt namen was soll ich mit diesen bekenntnissen gibt sich mit lässiger selbstgefälligkeit in ihrer hand will er mich zum spießgesellen machen denkt johanna sich wundernd über das abgelegene wort haben sie heute schon die zeitungen gesehen hier dieser mord an dem abgeordneten der links partei dem abgeordneten g wissen sie man hält mich nämlich für den mörder der verdacht hat mir übrigens viel anziehungskraft auf die jungen damen eingebracht irrenwort jetzt hören sie aber auf was soll das alles was der mensch sagt ist zufällig sonderbar inhaltslos kommt aus leerer brust sie ärgert sich lebt jetzt legen sie meine zeitungen weg was haben sie ihnen getan dabei ist er nicht dumm hat einfälle nur eben verkommen schauen sie sich lieber meine masken an sind sie nicht ungewöhnlich ausdrucksvoll vom lebenden tier abgenommen das verfahren habe ich selbst entwickelt wissen sie eigentlich dass geil auf dem papier wie mein vater ist sie fährt nach haus immer noch verblüfft mit gespaltenem gefühl sein angebot sie im wagen nach paris zu bringen lehnt sie ab den ganzen geckenhaften kerl lehnt sie ab aber sie kann nicht verhindern dass sein tonfall sein gesicht seiner weißen zähne ihr im gedächtnis bleiben der leise geruch von heu und leder der dr bichler ist angekommen ihm vorzudringen er lässt sich verleugnen angeblich führt er geheime gespräche über die abtrennung süddeutschlands vom reich wie er mit den armen rudert natürlich sie ist ungerecht aber durch einen meiner geschäftsfreunde sollte es möglich sein der mann ist bei den klerikalen oder den nationalen das lässt sich jetzt schwer auseinander halten im berühmten restaurant orvillet trifft johanna den ökonomen und geheimen rat bichler den mächtigsten unter den heimlichen regenten der bayern hinter einem zierlichen tisch sitzt der schwere man er ist blind umwickelt mit servietten gefüttert von seinem sekretär schiebt mit blauroten knotigen fingern die zarten mit erlesener kunst bereiteten gerichte in den weiten mund die kellner stehen dienstbereit mit staunendem ekel was ist und die gibst mir da naja du irgendwie nicht so herr dr bichler grüß gut ich sehe aus künstler sitzt ja nie aber zu was kommst er sagt warum sie zu ihm komme ob sie an das zeitungsgetratsch glaube dass er sich viel um politik kümmere alter blinder bauer der er sei glaubst gleich die politik nichts wie getratsch bloß weiß zu viel zeitungen es ist gar nichts ein alter blinder bauer er schnuppert das wolle er sich durch ihren geruch ein bild von ihm machen johanna hält still was müssen sie schreiben er sagt weiber sollten sich nicht in politik mischen leibst chaus was freut mich bist immer noch unschuldig geweiht Herr dr bichler er sagt etwas wird der krüger schon angestellt haben irgendwas der krieger oder miteinander die schlawiner kommt über die letzte mal hätte er sich ruhig gehalten nie was glaubst dass ich gar nichts bin ich Minister und was denn er tun solle sei er Minister was was Ihnen die Justiz an nichts mit Justiz er hat nichts mit Justiz was groß mit die Justiz er schüttet einen riesen Bissen mit einem riesen schluck schluck hinunter schinde er sei guter Christ das wisse man das ist bekannt zu was Menschen sind du an mir wenn du mich fragst wegen mir will es begnadigen wenn es den Schuldigen zu begnadigen das sei ganz in seinem Sinn von mir draus wenn die nächste amnestie was wäre laut so das werde er laut sagen bloß was ist nichts und alter wie er schon falls jemand auf ihn hören wolle blinder bauer alter blinder bauer er gieß sich Wein in die käme verschluckt sich verschüttet das halbe glas johanna macht sich fort während ihm der sekretär mit der servierte den mund wischt der man ist gar nicht so uneben an mir lags nur an ihr lag es nur an jener wunderlichen lähmung jener träger ihres herzens lages dass sie nicht mehr erreichen können als erich bornhack sie ein zweites mal einlädt lehnt sie ab auch das dritte mal verabreden sie einen ausflug an die see es ist ein frischer strahlend heller tag er sitzt am steuer seines wagens ist knabenhaft vergnügt er ist gar nicht so windig wie er sich gibt das sind posen ein eichhorn wo da ich seh's nie links auf dem baum sehen sie es er er ist liebenswürdig spricht wenig von seinen eigenen dingen geht mit verstand und wirklicher anteilnahme darauf ein als johanna von dem kampf für den mann krüger berichtet auf einmal interessiert sich halb frankreich für den fall ausgeht dieses interesse von einem essai eines kunstkritikers jean leclerc sie wissen davon ich habe ihn scharf auf die sache gemacht es freut mich dass ich es recht gemacht habe er der windige sie schweigt erstaunt ist es denkbar dass der windige einfluss hat auf den berühmten mann auch er spricht nicht weiter darüber als sie aber auf der schönen strandpromenade spazieren gehen hat er unversehens wieder seine maske zwischen spitzbüberei zynismus und betrübnis leider muss ich bald nach deutschland zurück mein partner dellmeyer ist nämlich angezeigt worden ein fabelhafter mensch aber er soll unsere köter überversichert und dann vergiftet haben man kann eben keinen menschen allein lassen johanna bleibt stehen hinhörend auf das meer schauend weiße nette wellen hüpfen über die glasgrüne fläche auf sie zu ist es nicht unangenehm dass junge menschen gezwungen sind berufsmäßig hunde zu vergiften ich lasse dahingestellt ob es in der zeit oder im charakter liegt sie steht die drei falten über der stumpfen lebendigen nase der empörend überlegene spöttisch sentimentale ton des jungen der leise geruch von heu und leder die krankhafte freude mit der er beichtet fort von dem lumpen ihn stehen lassen aber sie geht nicht fort und wie ist es mit dem mord an dem abgeordneten g mit dem abgeordneten g mich beschäftigt das offengestanden weniger als das mit den hunden hat sich da was neues gefunden sehen sie mit diesem politischen morden ist das seine sache sein abgeordneter hat ansichten redet er sagt gerechtigkeit humanität zivilisation pazifismus wahrscheinlich denkt er sich sogar etwas dabei warum soll er nicht reden aber wenn er zu laut schreit dann wird er lästig sein flotter wortschfall dringt in ihr ohr wirkt wie ein gefühlstötendes mittel leichter frischer wind ist das meer sieht fröhlich aus wenn sie stark in der arbeit sind und nebenan spielt jemand klavier bekommen sie vielleicht auch lust den klaviermenschen zum schweigen zu bringen aber diejenigen die sich dazu hergeben diese sogenannten entmenschten burschen sind manchmal ganz nett ehrenwort kennen sie das symbol ein kreuz mit haken versehen auf blutrotem grund was wollen sie wir kämpfen für das vaterland die rasse im krieg hieß man uns helden jetzt mörder ich finde das unfair und unlogisch sie sieht mit ihren kühnen gläubigen augen der kahlen lässigen verderbtheit dieser jugend ins gesicht ist der gedanke nicht reizvoll dem herrenvolk anzugehören das die hochkulturen der welt erschaffen hat da ist nichts sieht so ein mörder aus auf diesem dünnen zähen zynismus wächst nichts kann nichts angebaut werden aber hat er nicht über den mann krüger hilfsbereit wie ein bruder gesprochen viel klarer als jemals hessreiter leider habe ich jetzt so viel um die ohren geschäfte konferenzen da ist er wieder der säuerliche geruch in deutschland wird die arbeitskraft durch die inflation jeden tor billiger ich werde den westen amerikas erobern mit süddeutscher keramik gnomen und fliegenpilze gnomen und fliegenpilze von moskau bis new york weißt davon kann ich mir dann endlich auch ein wenig ernst auf die kunst erlauben die serie stiergefecht zum beispiel in den tagen darauf verflüchtigen sich die gedanken an die hunde und den toten mann übrigens wollen wir nicht eine wohnung nehmen im hotel ist es auf dauer doch etwas unbehaglich nein gegen ihren willen hackt sich das bild des jungen wieder in ihr hirn sein unschuldiges knabenlöcheln seine saloppen selbstgefälligen gesten die rotgefärbten lippen die sonderbaren gesichter der terrier doggen spaniels windhund in seiner wohnung die plötzlich anpackenden augen es ist als sei die ganze luft erfüllt von dem leisen geruch nach leder und heu an einem julitag an dem das thermometer auf 33 grad und der berliner dollarkurs auf 1300 gestiegen ist lässt sie sich das haar nach der mode kurz schneiden und macht einen besuch was für eine überraschung er zeigt unverhohlen jungenhaft seinen triumph da bin ich kompliment der kurze kopf steht ihnen sie stöhnt geburtstag ein gut geschnittener frack ein fleischiges gesicht mit dem kleinen mund und was soll ich dir sagen die feldherren alle haben sie schon wieder verschandelt mit einer art mahnmal sie machen aus dem schönen bauwerk gewissermaßen ein warenhaus militärischer wunschträume seine manschettenknöpfe seine redeweise sein appetit johanna ich weiß dass keine menschliche beziehung immer gleich heiß sein kann sogar jetzt ist er noch zuvorkommend es wird schwer sein sich seine aufmerksamkeit zu entwöhnen bin ich ihnen denn gleichgültig geworden paul sie fahren also nach München zurück ja als sie sich trennen küsst er ihr noch höflicher als sonst die hand und beide wissen dass es zu ende ist so ist johannas abschied von dem großbürger hessreiter der sie eine nacht lang von herzen und mit all seinen sinnen geliebt hat der sich mit seiner serie stiergefecht hinweg tröstet über fliegenpilze langwärtige gnomen und all widersinn der welt jack duvelin arbeitet an der revue kasperl im klassenkampf schreibt wippt herum storcht stellt es durch sein kleines büro das zerknitterte gesicht beschäftigt eifrig vergnügt seine gesellschaft sucht frau von radolni der hessreiter mehr abgeht als sie erwartet hat ihm gefällt die dame die massig und gegeben aus einer versinkenden zeite die seine hineinragt klassenkampf klassenkampf tausche objekt freundlich beteiligt eine kärzter kassperl 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 klassenkampf jetzt lassen sie endlich die politischen faxen auf geht's stellen sie ihn über die zähler der parteien herr tandler ich bin politisch durchaus nicht sehr ja ja ist schon recht ich sehe hier nur eine quelle großen legitimen gelägt aber man muss nicht nur senf geben sondern auch wurscht bauen braun sauen der alte marspruch münchner das hauptstück einer revue auch einer veredelten münchner revue sind die nackten mädchen vergesst es nicht wer zahlt je mehr die proben fortschreiten umso deutlicher zeigt sich dass fauntler den tüverlin nur einen winzigen teil dessen ans licht stellen lässt was er gemacht hat so gleicht was da gemixt wird von tag zu tag mehr den üblichen revue in der zeit auf geht's etwas bewegung die kürz haben sie den tanz hättestudiert dafür haben sie jetzt also ein halbes Jahr gearbeitet ich 150 exemplare mädchenfleisch zeigen ihre leeren puppengesichter und ihre ausdruckslosen glieder vor das hat alles verbrochen sein dicken fingern hat er geändert gestrichen wasser zugeschüttet nichts mehr vom kasper entlassen wer nach vorn gehört er wird den zick weg streichen glauben sie das interessiert mich noch wo sind die geräuschmaschinen her schlug sei nur die melodie an dieser stelle dieser einzigen hat revue noch sinn wenigstens der tonper nicht wie bei dem spektakler volk der arme kerl steht nicht mal auf dem programm zettel was na wissen sie das nicht vor allem leid in meinem pauschalhonorar gezahlt für das man sich heute kein stück brot mehr kaufen kann hören sie mal zu herr mediziner ich will jetzt wissen ob dieser pavian am glavier wirkt mit kronik hat oder ob ich das quer über hauen will dann müssen sie ihnen schon an einen tierarzt wenden sie sind der theater an ich bin für schauspieler zuständig und nicht für paviane sie werden jetzt über berlin haben sie was zu bemerken nein euch dann belegung auf geht's komischerweise bin ich nicht einmal mehr zornig nein blöd an einem frühen morgen badet johanna in der isa spült die alte johanna in den kühlen schnellen fluss mit einem mal ist sie klar frisch mit untrüglich sicherem wissen was sie zu tun hat das vergangene ist nicht hat kein recht an mir ich selber entscheide alles allein sie spürt die Zeit des Wartens ist zu Ende auch der Flucht vor einem Gesicht ob ich für Martin Krüger kämpfen will steht bei mir ich hab die Wahl wähle werde kämpfen ehrlich das tun was ein Mensch für einen anderen tun kann aber auch ein anderes weiß sie nun selbstverständlich und gut kehrt zurück eine erwachsene Frau ihrer Zeit auf sich selber gestellt frei fröstelnd in ihrer Freiheit nicht mehr wollend als sie kann nicht mehr verlangend als ihr zukommt heiter und ernsthaft das Theater ist gefüllt bis auf den letzten Platz gekommen sind die rundschädeligen Männer von München und ihre sauberen etwas fleischigen Frauen gekommen ist hürdevoll elegant dem Smoking Herr Hessreiter eben in seine Vaterstadt zurückgekehrt denn nach langem überlegen hat er sich entschlossen seine Schwimmbewegungen im wilden reißenden Strom der Auslands Geschäfte doch lieber um sichern Ufer aus mitzumachen gekommen ist nicht mit ihm schön üppig kupferhaarig Frau von Radolni nicht gekommen ist der dichter Pfisterer er hat einen Schlaganfall erlitten niemand sagt doch alle wissen dass er gestorben ist an der Verlumpung seines Landes gekommen ist Erich Bornhak auf einem Eckplatz im Parkett neugierig wer den leeren Stuhl neben ihm einnehmen wird und weiter hinten lässt ein auffallend schlampig gekleideter Herr in asche bestäugtem Anzug sehr hohl die schläfen fiebrige dringliche Augen nicht von ihm viele Kleinbürger sind da sonntäglich herausgeputzt erwartungsvoll die Mütter Onkel Tanten Vättern Bräutigame der 150 nackten Mädchen vor diesen Leuten beginnt also die Regie höher geht's jemand wie er Kasperl im Klassenkampf jenes Spiel in das der Schriftsteller Jacques Tüvelin einen guten Teil bester sachreicher Zeit und nicht geringer Begabung gesetzt hat verschüttet durch den Eingriff seines Auftraggebers der schwer blasshäutig mit emsigen Augen hinter der Bühne auf und ab wetzt das Spiel ist verloren die Revue wird versagen die Soße ist zu dünn alles Bruch jetzt weiß ich ich hab den Riecher genauso gut hätte ich durch Kunst verzapfen können aber die wäre wieder nur in Berlin durchzusetzen gewesen zum Auswachsen warum verbeiße ich mich bloß immer wieder in meine sakrische Vorliebe für mich der Schriftsteller Jacques Tüvelin kommt erst nach Beginn des Spiels eigentlich nur deshalb weil es bliebe erfern wie die Session aussieht er hat längst Bilanz gemacht klar unnachsichtig was ist Kunst was ist ein Kunstwerk es entspringt aus dem Ausdrucksbedürfnis das dem Menschen eingeboren ist wie der Trieb zur Nahrung und Fortpflanzung damit er seine Erfahrungen möglichst rein und unvermittelt für die Art konserviere ich Jacques Tüvelin habe mein Ausdrucksvermögen schlecht und ungewöhnlich dumm verwertet zäh doch äußerlich glänzend schreitet die Revue voran das Bild nackte Wahrheit zeigt ein tibetanisches Götzenbild das die Eigenschaft hat so oft jemand lügt sich zu bewegen der Zug bewegt sich immer rascher immer heftiger tanzt etwas fad die ganze Geschichte hat er nicht mehr zustand gebracht für Schweizer was versteht so einer Schwund von München seine Heimatstadt ihre Gemütlichkeit obwohl es seit er zurück ist gerade damit nichts rechtes sein will es gibt so merkwürdig schnelle Umschwünge in der Luft dieser Stadt diese Trupps der Patriotenpartei denen man jetzt auf Schritt und Tritt begegnet mit ihren Trommeln und ihrer blutroten Fahne unsympathisch wirklich wie können meine Landsleute übernacht so militaristisch sein auf das Orkenkreis hereinfallen da gilt es zu demonstrieren im rechten Moment dem muss man einen Fußtritt in den Hintern geben natürlich im rechten Moment nackte Wahrheit Katharina hätte so was besser gemacht in ihrer alten Zeit habe ich sie nicht Rechtsanwalt Dr. Dr. Siegbert Geier sieht alt aus verfallen Erich auch sein Sohn ist bei der Bande des Wahnsinnigen bei dem Anschlag damals nicht daran denken glaubte er ein Gesicht erkannt zu haben das widerwärtige Gesicht seines Freundes nur den Bruchteil eines Augenblicks vielleicht auch war es nur Geträume Fieberfantasie er will es nicht erfahren lieber im Ungewissen bleiben ein windiges freches spöttisches Gesicht der Junge mein Sohn während des Bildes still leben die Mädchen stellen mit Hummerscheren gigantischen Fasanfedern Austernschalen kostümiert einen lockenden gedeckten Tisch da im Übrigen sind sie nackt wird der freie Platz neben Erich Bornhag besetzt die Dame ist Johanna ich hab's gewusst auch damit hab ich Glück ich bin in einer Glückssträhne die Ermittlungen wegen des Mordes sind niedergeschlagen die Unternehmungen gehen gut vor allem die politischen haben die Patrioten nicht in München schon die eigentliche Macht wir machen jetzt großen Wind das Leben ist überhaupt eine spaßhafte Sache ein bisschen sehr kühl ist sie neben mir das bildet sich ein es gibt andere viele besser gewachsen intelligentere spritzigere feschere ich werd mich nicht ärgern während er sich sehr ärgert während die Girls über die Bühne tanzen bekleidet nur mit kleinen Trommeln während Lilliputaner stehen festlich geschmückt während der Pavian von seiner Kolik genesen das Klavier bearbeitet hat Johanna den Windigen sobald er aufhört sich bemerkbar zu machen tatsächlich sofort vergessen das soll der Tübeling gemacht haben er der in seiner Profession auf äußerste Reinlichkeit hält was muss er hinuntergewirkt haben bis sich seine Sache in dieses absurde lächerliche Klump verwandelt hat während ich fort war sie weiß es deutlich und gut sie wird mit ihm zusammen sein die Revue rollt in des Zäh und gut klappend weiter bis zum einzig sicheren Bild dem Stierkampf zwar ist alles politische die Schärfe der Witz in Tübelins Szene entgiftet verhunzt anstelle der bösen geglückten Verse tanzen die Girls die Brüste nackt unter kurzen bestickten offenen Jäckchen wellenmäßig über die Bühne doch die Melodien des unbekannten Komponisten mohrenhaft wild und spanisch elegant verrucht zusammengesetzt aus eleganter Pose und Lust am Töten spritzt ins Blut dem Publikum zuckt zurück auf die Bühne selbst die Beleuchter oben auf ihrer Brücke schmutzig unrasiert in einer Wolke von Staub, Schweiß üblem Geruch selbst sie summen die Melodie mit so dann aber überraschend schnell entscheidet sich endgültig das Schicksal der Revue die Handlung der Sinn und Rückgrat herausgestrichen sind fällt in sich zusammen die Arbeiter die gerechnet hatten hier wenigstens für ein halbes Jahr ein sicheres Dach zu haben finden sie nicht gut eingerichtet die kapitalistische Welt so wird sie sein die Revolution so wird sie einmal losbrechen auch hier und sie werden die Scheinwerfer leuchten lassen über die großen Plätze während hunderttausend Menschen die internationalen singen da sind sie endlich sie haben keine gute Zeit gehabt sie hat früher kommen können sie haben recht als sie das Theater verlassen kommen sie an zwei Männern vorbei die sich leise unterhalten der eine mit sorgfältig gescheiteltem Kopf redet mit langen blassen Lippen einringlichen Gesten auf den anderen ein der andere der auflacht ist der windige der gescheitelte trägt ein Symbol am Arm das Kreuz mit Haken versehen auf blutrotem Grund sie sehen die Männer nicht können do hat ein enviar das dem In den Jahren nach dem ersten großen Krieg, während die Mark auf den hundertsten Teil ihres Goldwerts sank und 55 Millionen von den 60 Millionen Deutschen nicht satt wurden und notlitten an Kleidung und Hausrat, versammelte sich in einer Seitenstraße der Münchner Innenstadt, im Restaurant zum Geissgarten, allabendlich die Standtischrunde mit Namen, da fehlt sich nichts. Etwa ein Dutzend Männer hatten an ihr teil, Monteure, Droschkenkutscher, Kleinhändler, Handwerker. Man trank reichlich Bier, raunzte über die notigen Zeiten und die Dinge der Stadt des Staates, die Großkopfigen, die Straßenbahn, die Fremden, die Revolution, die Geistlichkeit, die Monarchie, über Gott, Lenin und das Wetter. Nun kamen zu dieser Runde eines Abends zwei Brüder, der Boxer Alois Kutzner und dessen Bruder, der Monteur Rupert Kutzner, zur Zeit stellungslos, ein Mann von großer Bereitsamkeit. Mit heller, leicht hysterischer Stimme deklamierte er mühelos, von langen, blassen Lippen flossen ihm die Worte. Mit eindringlichen Gästen, predigenden Landpfarrern abgesehen, unterstützte er seine Rede. Man hörte ihm gern zu, er hatte Gesichtspunkte, unter denen sich die Dinge des Staates und des Tages bequem bereden ließen. Schuld an allem Bösen war das Zinskapital, war Judah und Rom. Wie die Lungenbazillen, die gesunde Lunge, so zerstören die international versippten Finanzjuden das deutsche Volk. Und alle Dinge werden gut und renken sich ein, wenn man nur die Parasiten ausschwefelt. Der Runde im Restaurant zum Geistgarten sagten die einfachen, leicht fasslichen Ideen zu. Die Nüchternheit der marxistischen Erkenntnisse, soweit sie überhaupt davon gehört hatten, stieß diese kleinen Bürger ab. Das Programm des Rupert Kutzner schmeichelte ihren Bedürfnis nach Romantik. So wurden am Stammtisch, da fehlt sich nix, romantische Fragen lebhaft diskutiert. Gab es detaillierte Pläne der Juden, sich der Herrschaft über die Welt zu bemächtigen? Lebte König Ludwig II. von Bayern noch? Hatten zusammen mit dem Papst die Juden den Weltkrieg angezettelt? War der Hagel eine Strafe Gottes für die Abschaffung der Monarchie? Die Niederlage der Deutschen eine Intrige der Roten? Die Inflation ein Trick der jüdischen Bankherren und Kaufhausbesitzer? Der Friede ein Manöver der Nachfolge des Juden Marx, um das deutsche Wesen auszurotten? Diese und ähnliche Fragen, gründend nicht auf Erkenntnissen, sondern Gefühlen, erörterte der Stammtisch. Da fehlt sich nix, breit und immer wieder. Der Erfolg mancher Juden, die Vision ihres luxuriösen, rauschenden Lebens, biss sich grimmig zwickend fest. Der Mann aber mit langen, blassen Lippen, eindringlichen Gästen, sorgfältig gescheitertem Haar, entzündete in seinen Zuhörern Leben, Tatkraft, Hass. Die Juden, Jesuiten, Marxisten, die werden müssen, sagen wir mit der Hand! Wie weit, der Ratzenberger, was haben die Juden mit deinem Taxi-Tarif zu tun? Weil sie ihn künstlich niedrig halten von Stab, wegen die Hundsheidern, die Lumpenpacker, die Hundsheidern. In Folge dieser Dinge kommt es im Restaurant zum Geißgarten eines Abends zu Tod und Verklärung des Chauffeurs Franz Xaver Ratzenberger. Noch sitzt der untersetzte, kleinäugige Mensch mit dem blonden Schnauzbart friedlich unter seinen Vereinsbrüdern. Im Gegenüber ein hagerer, stiller, trauriger Mann mit vielgebuchtetem Birnenschädel über dem landesüblichen Kropf. Du bist ja ein ganz stark Bicker. Was verlangst jetzt du momentan für die Sinne, ha? Preist mal, kostet sie. Aha. Du siehst deine Preise auch noch, solange das Brot noch warm ist, gell? Wo alle Preise steigen? Da siehst du es. Ich hab die damische Inflation nicht gemacht. Und wer hat's gemacht, ha? Ich weiß nicht, weil's ein Komplott ist. Nach dieser Bemerkung trinkt der Chauffeur. Du siehst die Ostern ein Christenkind einfangen und schlachten. Glaubst du? Weil ich's weiß. Was ist? Mach's mit. Und er spricht seinen Herzenswunsch aus. Schlagen wir dem Rothschild doch endlich einmal seine Scheibe ein. Seit er einmal in einer illustrierten Zeitung das fürstliche Grabmal eines Rothschild gesehen hat, verbindet sich mit diesem Namen in seiner romantischen Seele die ganze Idee jüdischer Finanzherrlichkeit. Denn mit Grabdenkmälern hat er sich aus bestimmten Gründen intensiv befasst. Allein der kupferne Engel auf dem Grab seiner älteren Schwester hätte den Hunger der weitverzweigten Familie Ratzenberger beenden können. Welch ungeheurer Machtfüller also muss sich hinter dem riesigen Mausoleum jenes Rothschild verbergen. Meinst du den Hurtdantler in der Theresienstrasse? Ein Geheimbund haben sie gegründet. Die Rothschild zusammen mit den Freimauern. Der Rothschild nicht. Das ist sicher? Der Mann kann nicht reich sein. Er misst seine Kundschaft selber im Laden Tiertum. Eigenhändig. Was hast du jetzt gesehen? Freilich. Auch der Bäcker trinkt. Das ist, gerade das ist ihm das Verdächtige. Wieso das Verdächtige? Ja, das zeigt ihm die hintertickische Schlauheit von dem Geschmärer, verstehst du? Geh weiter. Das ist ein komoter Mann und nicht wahrscheinlich, dass er den Krieg gemacht hat. Das sagst du, weil du mir jeden Tag deine miserablen Semmel verkaufst. Das hat über meine Semmel noch keiner gesagt. Geh weiter. Wollt mehr Krap meine Box als wie ein Mehl? Wenn's kein Mehl nicht gibt. Hilflos jetzt und zornig, aus blassblauen Augen, stiert der Chauffeur den Bäcker an. Ich muss er werden. Wischt sich Schaum von dem dicken, blonden Schnauzbart. Und doch ist er im Geheimbund. Gefahren hab ihn einmal. Mit einem Rapiner ist er zusammen gewesen. Mit einem Galizis. Ich hab vergessen. Solche Faust? Ja. Weil eine Hinnahme sehen muss. Und was da geredet haben, die Saujuden, das war verteidlich. Dann trinkt er. Auch der Bäcker trinkt. Er ist ein stiller Mensch. Auch sein Gemüt ist romantisch. Aber diese offenbare Lüge bringt ihn auf. Der Chauffeur Ratzenberger, im Begriff den Bierkrug niederzustellen, verlangsamt die Bewegung. Die anderen sind alle still. Sie wissen gut, wovon die Rede ist. Denn der Ratzenberger, auch wenn er ein Klachel und Scheißkerl ist, genießt in der Stammtischrunde, da fehlt sich nichts. Gewisses Ansehen seit er, über ein Jahr ist es jetzt her, als Hauptzeuge in einem großen Prozess ausgesagt hat, dem Prozess Krüger. Zwar seine Aussage, das hat er einmal nach reichlichem Biergenuss ausdrücklich gesagt und sich dessen gerühmt, war falsch. Gerade dadurch war sie eine unerschrockene, patriotische Tat. Denn jener Kunstwissenschaftler Dr. Krüger, der dann vom Direktorensessel ins Zuchthaus geschickt wurde, hatte die staatliche Galerie mit unsittlichen, modernen, provozierenden Schweinereien verhunzt. Ist eine Pestbeule. Das also, wissen die Vereinsgrüder. Sie äußern deshalb nichts, außer Allgemeinungen, wie... Da schreien. Da soll man herschauen, oder... Du liegst dich nieder. Da soll man sich niederlegen. Im Übrigen betrachten sie stumm und gespannt den hageren, traurigen Bäckermeister und den rosigen Chauffeur. Das sagst du nicht noch einmal, gell? Jawohl, sag ich das noch einmal. Hundsknocher, meineidiger, miserablicher. Worauf der Chauffeur alles sehr langsam, wie unter der Zeitlupe, aufsteht und den Bierkrug hebt, um ihn am Kopf des Widersachers zu zerschmettern. Allein der Widersacher hebt gleichfalls seinen Krog und lässt ihn, auch er ohne Eile, doch mit Wucht und als Erster auf den Gegner niederfallen. Schnell jetzt und ungewohnt klar, während die Knochen seines zerschmetterten Schädels in sein Gehirn eindringen, erlebt Franz Xaver Ratzenberger sein ganzes bisheriges Dasein. Es war ein gutes Leben, breit, laut, in einem schönen Land. Mit Fleisch und Bier und Weibern, bevor die Zeiten so notig wurden. Und auf dein Fest. Und am Sonntag eine Rauferei. Den Krieg durch listig vertauschte Kommandos überstanden. Jeden zweiten Tag die Frau verprügelt. Besitzer. Besitzer eines Automobils. Sich mit den Geschwistern wüst um den kupfernen Engel herumgestritten. Herum geschrien, herum geflucht. Sauhammeln von Herrenfahrern, die Gummireifen zerschnitten. Dadurch der Polizei gut bekannt, aber dann dem Vaterland. Dem Vaterland den großen Dienst mit dem Krüger erwiesen. Und auf ewig die Droschkenkonzession gesichert. Und am Stammtisch des Geistgarten gehockt. Geachtet. Ein fester Mann. Es ist schön, dies nochmals zu leben. Er hätte es gerne ein drittes und viertes Mal gelebt. Aber es bleibt ihm nichts übrig, als den schweren Oberkörper nach vorne sacken zu lassen. Und nicht zu gurgeln. Und zu sterben. Die anderen sind betreten. Der See. Mit Hodes. Der Hami. Der Damischi. Die allgemeine Erbitterung aber richtet sich gegen den Huthändler Rothschild. Den Juden. Der Anlass gegeben hat zu dem Tod des verdienten Chauffeurs. Und die Kunde von dem beräten Monteur Rupert Kutzner verbreitete sich. Immer mehr Leute kamen in das Restaurant zum Geistgarten. Seinen Reden aufmerksam und zustimmend zu lauschen. Den genial einfachen Mitteln, das öffentliche Leben zu säubern und auf die Beine zu stellen. Einer von ihnen, der Besitzer einer Druckerei, machte eine kleine Zeitung auf. Gedruckt allerdings nahmen sich diese Ideen dürftig aus. Immerhin diente die Zeitung, den Lesern den lebendigen Eindruck des auf seinen Worten überzeugt hinrudernden Mannes ins Gedächtnis zu drücken. Der Wirt, der Druckereibesitzer, der Boxer und zwei Chauffeure begründeten eine Partei unter Führung des Rupert Kutzner, der sich jetzt als politischer Schriftsteller bezeichnete. Ihr Name, die Wahrhaft Deutschen. Ihr Zeichen, ein Kreuz mit Haken versehen, auf blutrotem Grund. An einem anderen Stammtisch im Bratwurstglöckl, dem alten rauchigen Restaurant zu Füßen des Doms mit den unvollendeten Kuppeln, sitzt der Justizminister des Landes Bayern, Dr. Otto Klenk, zwischen Kollegen aus der Richterschaft, Kollegen aus dem Kabinett, die Lodenjoppe um die Schultern, die Pfeife, wie stets im Mund, riesig in dem niedrigen Raum. Wirt, an Achtung gewöhnt, heute mit doppeltem Respekt behandelt. Klenk ist Klenk. Und schreckt sich Klenk. Die Kabinettsumbildung dieser Woche hat er besorgt. Sie haben es gespannt. Er, Klenk, macht jetzt bayerische Politik. Leise, elegant, aus dem Hintergrund, wie es seine Art ist. Lange fällig war der Wechsel. Auf die Dauer hat man sich wirklich genieren müssen, was für Viecher einen die herrschenden Klerikalen auf die Ministerbank schickten. Scherter Romme. Was wollen wir denn immer auf den Tisch hauen? Wie ist er mit der Herreden im Sauherdenton gegen Preußen und das Reich? Er hat die heimlichen Regenten des Landes vor die Wahl gestellt. Der Reindl hat das Signal gegeben, der Industriebaron. Als ob man mit Konzessionen im Kleinen nicht im Großen noch viel saftiger zu langern könnte. Harte Arbeit hat es gekostet. Zwei Konzerte hat er auslassen müssen. Jetzt ist es also geschafft. Heute kann er sich einmal Feierabend vergönnen. Der Mann mit dem langen, rotbraunen Schädel lehnt sich behaglich zurück, schaut durch den Dunst auf die Tafelrunde, lächelt, vergnügt. Eine Hetz wird er sich machen, eine Gauhi. Soll ich mir den Flaucher vornehmen? Da sitzt Dr. Franz Flaucher, der Kultusminister, der Dackelwaldmann zu seinen Füßen. Den plumpen, dickschädigen Menschen zu reizen, ist ein besonderer Spaß. Oder den Hartl? Da sitzt auch der Landesgerichtsdirektor Dr. Hartl. Der ehrgeizige Mann, der damals dem Krüger den Prozess gemacht hat. Der jetzt in einem anderen Fall etwas zu souverän mit dem Gesetz umgegangen ist. Oder den Flaucher und den Hartl? Wie er diese Affäre Hartl gelöst hat, war ihm in dem Hin und Her der letzten anstrengenden Tage eine Art Erholung. Wenn du das Recht beugst, mein Lieber, darfst dir keinen Formfehler leisten. Nicht einmal gegen einen Roten. Er hat dem Hartl eins aufs Dach gegeben, denn er hat ihn diszipliniert. Er hat aber auch der Opposition eins aufs Dach gegeben, denn er hat ihm das wichtige Referat für Gnadensachen angetragen, was an der Beförderung verdammt ähnlich sieht. Ihm, Klenk, gefällt das. Danach als Privatmann an den Stammtisch des Bratwurstglöckel zu kommen, ist nach außen hin eine Demonstration. Und ihm selber eine Gaudi. Wie er aber jetzt im Bratwurstglöckel sitzt, ist es auf einmal doch keine Gaudi. Sie gefallen ihm nicht, seine Richter. Wir sehen nicht gut aus. Traurige Fach sind wir. Verdrieslich, abgetragen. Verschlissen, Minen und Kleider. Hoffnungslose, papierene Esel. Das ist nicht verwunderlich. In diesen Nachkriegsjahren bleibt doch Ihre Besoldung weit hinter der Geldaufschwemmung zurück. Auch Sie, vor dem Krieg überaus angesehen, leiden jetzt Not. Nichts wie Geholzstufen und Kohlepreis im Kopf. Dazu hat sich Ihre Arbeit gehäuft. Schuld daran, wie an allem Bösen, ist die neue Staatsordnung. Die Republik. Sie hat die Sitten gelockert, die Ziffer der Verbrechen gesteigert. Und wer hat die Arbeit? Sie. Dass heute der Minister an Ihrem Tisch ist, das allerdings ist ein Ereignis. Wie er breit und mächtig da sitzt. Zeigt das nicht, dass die Justiz noch gepanzert ist, in diesem wackeligen Staat? Sie, die Richter, sehen unleugbar abgerissen aus. Aber Sie sind immer noch autonom, unabsetzbar. Niemand kann Sie zur Rechenschaft ziehen. Das haben die Meuterer vergessen, die Saubande, als sie auf Meinheit und Hochverrat einen neuen Staat aufbauen wollten. Sie, die Beamten, die wichtigsten Pfeiler der alten Ordnung, haben Sie unangetastet stehen lassen, die Rittviecher. Dieses Gefühl hebt die alternden Männer, steift ihnen den Rücken, wärmt ihnen das Herz. Sie geraten in Laune, bestellen sich neues Bier, hoffen heimlich, der reiche Hartl werde sie an seinem Ehrentag frei halten. Dieser Hartl. Wie er aufgeblasen da sitzt. Eigentlich hat's wieder ein Kerl. Schleimig, glatt, arrogant. Herrschaftszeichen. Mit dem hat das jetzt also jeden Tag zu tun? Die Laune des Ministers fällt herunter. Entschuldigen Sie mich, meine Herren. Also, dieser Teil des Abends war beschissen. Der Flaucher hat sich an einen Nebentisch gesetzt. Hoffentlich wird das amüsanter. Er weiß schon, womit er ihn frotzeln wird. Der Flaucher, wie viele hier im Raum begünstigt diesen Kutzner, anstatt ihn zu benutzen, wo man ihn brauchen kann, gegen die Roten natürlich. Ihm aber wird er zu frech, auch ab und zu aufs Maul zu hauen. Großen Zulauf haben jetzt die wahrhaft Deutschen. Auch sein Sohn, der nicht gut tut, der Simon. Ja, Bams. Auch der hat sich diesen Hornochsen angeschlossen. Gleich sollte man sich doch mehr um ihn kümmern. Sagen lassen wird er sich sowieso nichts. Der wird ihm immer ähnlicher. Nicht das Schlechteste. Schmarrn. Seine Dummheiten muss jeder allein machen. Lang da hat er sowieso nicht mehr mit dem Kutzner. Da ist er am Tisch des Flaucher. Der schnuppert dem Feind ängstlich und doch fast begierig entgegen. Grüß Gott mitsam. Ja, denn die Feindschaft mit dem hochfahrenden Klenk ist ihm, dem vierten Sohn des Konzipienten des Königlichen Notars in Landshut in Niederbayern, lebenswichtig geworden, wie sein Rettich, sein Bier, seine Politik, seine Verpflichtung auf die alten, wohlbegründeten Anschauungen und Gebräuche sein Dackelwaldmann. Was halten Sie denn von der damischen Geschichte an der Feldhahn, Halle? Ja, diese Demonstration. Was denn haben die Kraner-Verprügeltram? Was meinen Sie denn, Kollege? Ich? Würden Sie aburteilen, die Kutzner-Leute? Der Minister Flaucher reibt sich zwischen Hals und Kragen. Meint der Klenk das jetzt ernst? Oder will er ihn nur wieder mit scheinheiliger Freundlichkeit da blicken? Er, Flaucher, hält den Kutzner für einen Verbündeten im Kampf gegen die Dekadenz und das ganze neumodische Gift. Darf man denn immer eintreten für die gute Sache? Und was hat er denn da zu suchen, der Amerikaner? Mit so einem jüdischen Gfriesen. Schaut's, Kollege. Dass sie den Juden verhaut haben, darüber könnte man wegsehen. Sehr richtig. Über das Geschrei, das der amerikanischen Behörden jetzt machen, erst recht. Ja, sehr richtig. Was gehen uns die Damischen aus? Aber, wie der Kutzner jetzt das Maul aufreißt. Darüber, Kollege, sehe ich diesmal nicht weg. Was meinst du denn damit? Der Minister Klenk schielt aus spaßhaften Augenwinkeln auf den vor Ärger fauchenden. Ich fürchte. Einmal müssen wir ihn auf seinen Geisteszustand untersuchen lassen. Die Kutzner. Der Minister Flaucher schweigt eine Weile. Bemüht sich, den wulstigen, viereckigen Schädelswecken, den Klenk fest anzublicken. Schiebt den leise winzenden Dackel mit dem Fuß zur Seite. Sagen Sie, Klenk, wenn Sie mich immer vortratzen, warum haben Sie mich eigentlich in der Regierung passen? Klenk, ruhevoll, klopft seine Pfeife aus. Sehen Sie, Flaucher, das frage ich mich auch mal, Frau. Es ist kein Spaß für mich, mit Ihnen zu arbeiten. Aber für mich, Flaucher, ist es ein Spaß. Sie sind eben ein unernster Mensch. Seltsamerweise trifft Klenk diese nüchterne, salzlose Feststellung. Klenk ist Klenk. Und schreibt sich Klenk. Was der Flaucher über mich denkt, kann mir vorverwurscht sein. Was heißt das überhaupt? Ein unernster Mensch. Der Dackelwaldmann gähnt. Der Wein im Glas schaut hässlich aus. Die Haar. Dem Klenk ist die Laune verdorben. Die Richter im Nürnberger Bratwurstglöckel aber sind jetzt sehr aufgekratzt. Der Hartl hat sie, wie sie gehofft, freigehalten. Die Narben in ihren Gesichtern, beigebracht in Waffengängen zum Zweck gegenseitiger Verwundung, färben sich rot. Sie denken nicht an die gehäuften Termine vom nächsten Tag, nicht an die Objekte dieser Termine, die keine gute Nacht haben. und angstvoll gespannt jedes Wort, jede Geste vorbereiten. Nicht ahnend, wie wenig ihre Richter Zeit für sie haben. Aber auch nicht mehr an ihre Privatsorgen denken sie, und nicht an die blöde, nörgelnde Presse, die den Richter bald so behandelt, wie in früheren Zeiten den Henker. Sie denken an Mützen, Bänder, Bierzipfel, Fechtboden, Bordell, an militärisch-studentisches Zeremoniell, an die ganze Seligkeit ihrer lange vergangenen Jugend. Und sie singen mit Überzeugung und so viel Schneid, als sie ihre Stimmen hergeben, das lateinische Lied. Nun wollten sie fröhlich sein, solange sie jung seien. Nach einer vergnüglichen Jugend, nach einem verdrießlichen Alter, werde sie der Erdboden haben. Der Minister Klenk aber, auf dem Heimweg, hat doch noch einen Spaß. Schau an, der Herr Baron Riedler. Grüß Gott, Frau Baronin. Wann das heute wieder Ihre Leute am Odeonsplatz? Grüß Gott, Klenk. Haben Sie was dagegen? Der wüffelte Umzug war das in dem Monat. Das tut niemand weh. Außer den Roten. Er trifft den Baron Toni Riedler, der jetzt ehemals bayerischer Diplomat, illegale Landsknechtsverbände aus Soldaten der aufgelösten Armee organisiert. Als es darum ging, die Revolution zusammenzuschießen, da konnten sie uns doch auch brauchen. Ich möchte Ihnen trotzdem empfehlen, in Zukunft nicht mehr militärisch provokant aufzutreten. Tatsächlich? Ich müsste mir sonst fast überlegen, ob ich Ihre Sportverbände noch als Sportverbände anschauen kann. Ein großer, breitschultriger Mann von etwas roher Eleganz, mit hartem, brutalem Gesicht. Und was heißt das? Militärisch provokant? In Uniform herumziehen. Meinen Sie die Händen? Paradehäupen. Schlägereien provozieren. Nimm bei, Sie würden uns und allen einen Gefallen tun, wenn Sie den Major von Günther auf ihrem Gut ein bisserl unsichtbar machen könnten. Und wie, lieber Klenk, wollen Sie den Günther verhindern, sichtbar zu sein? Man kann einen Mann verhaften, zum Beispiel. Wegen meines Eides. Das möchte ich sehen, ob einer den Günther vor dem jüngsten Gericht verhaftet. Vielleicht erleben Sie es noch. Heustern. Der Minister Otto Klenk, den Mann mit rot angelaufenem Gesicht zurücklassend, lächelt wieder. Vergnügt. Die Totenfeier für den Chauffeur Ratzenberger war groß aufgemacht. Rupert Kutzners Ansprache riss die Menge mit. Ohne Furcht habe ein Deutscher die Wahrheit bekannt, heftig verfolgt von Schlawinern und Roten, Judah und Rom. Man werde es Ihnen noch zeigen, dachten die Ratzenberger, der Stammtisch und viele Zuhörer. Rupert Kutzners Zorn glühte. Die Menschenmenge, aufgepeitscht von den Worten, ging hoch in stürmischer Empörung, in Pfui rufen, Drohungen. Die Fahnen mit dem Hakenkreuz senkten sich vor dem Grabmal, das die Wahrhaft Deutschen für den Helden und Märtyrer in Auftrag gegeben hatten. Auf einem rollenden Rat, Anspielung auf seinen Beruf, ein Mann, der eine Schwurhand ausgestreckt gegen den Himmel hält. Anspielung auf seine mannhafte Tat. In der folgenden Zeit aber, während der Kurs des Dollar an der Berliner Börse von 2000 auf 2350 steigt, zieht das Geständnis des toten Chauffeurs Kreise. Der Meineidige nämlich findet keine Ruhe in seinem Grab. Seiner Witwe Christentia erscheint er im Traum. Ich hätte den Achtuch würden. Wo soll ich den bloß machen? Meine Tochter. Im Fegefeuer breit er. Doch nicht in der Art der anschaulichen Schilderungen, die sie aus einem ländlichen Bezirk stammend von Predigten und Bildern her kennt, nicht brutzelnd, die rosige Haut mit Blasen überdeckt, Haare, Wimpern, Schnauzbart versenkt. Nein, weit unheimlicher. Hier, da steht mein armer Franz Xaver, unversehrt, mit nicht die Flamme. Die haben mir viel ausgestreckte Hände, wie ein ganz leiswinselnd. Kreissens, schafft ich meine Rastowel. Du, wie ganz, sagt er auch zu mir, wo er dieser Lebtag zu mir gesagt hat. Meine Tochter, geh in dich und schau auf dein vermesseres Gemüt. Was war es? Welches sich begladet dünkt. Ich glaube, es habe eine Vision, wo es in Wirklichkeit eine Halluzination ist. Und das Geständnis des toten Chauffeurs zieht Kreise. Es erfährt von ihm der Stammtisch, da fehlt sich nix, im Restaurant zum Geißgarten. Es erfahren von ihm die wahrhaft Deutschen. Rupert Kutzner eifert gegen die schweinische Verleumdung. Es erfährt von ihm Dr. Geier, Martin Krügers Anwalt. Man versucht, von der verstörten Witwe eine schriftliche Aussage zu bekommen. Die Wiederaufnahme des Prozesses wird betrieben. Es erfahren von ihm die Gegner der wahrhaft Deutschen, die unter dem Namen Rote Sieben gegenüber dem Geißgarten in der Hundskugel tagen. Dort erfährt davon der Ingenieur Kaspar Pröckel, Angestellter der bayerischen Motorenwerke, Martin Krügers Freund. Es trifft sich, dass ihn sein Chef tags darauf zu sich bittet. Andreas von Reindl, Aristokrat, Lebemann und Gebieter über ein riesiges Gemenge aus Autos, Zeitungsunternehmen, Bier, nationalistischen Wehrverbänden, Schifffahrtslinien, kochender Volksseele. Der Herr der südostdeutschen Industrie. Schon früher, während des Prozesses, hat Pröckel den Reindl gebeten, zu intervenieren. Jetzt wird er die Bitte noch einmal vorbringen. Sie wollen zum Herrn Baron? Ja, wenn es recht ist. Massig, mit gewölbten braunen Augen, dickem schwarzen Schnurrbart über gefressigem Mund, sitzt der Industrielle in seinem Büro, in einem weiten Raum ausgestattet mit kostbaren Möbeln und Bildern wie ein Saal in einem Museum. Sein Ingenieur, finster, verwahrlost, in verschwitzter, schmutziger Lederjacke, bietet in der luxuriösen Umgebung einen befremdlichen Anblick. Nehmen Sie doch Platz, lieber Pröckel. Danke. Ich habe das Serienauto weiter verbessert. Darum haben Sie mich doch hergesprengt. Darum? Kaum. Warum eigentlich? Da. Die neue Kuppelung. Wie Sie sehen können, sitzen die Antriebsräder auf einer Vorgelegewelle. Herr von Reindel betrachtet, interessiert den großen Riss oben rechts in der Lederjacke Pröckels. Er erinnert sich deutlich, diesen Riss vor einem halben Jahr schon gesehen zu haben. Er riecht wie Soldaten auf dem Marsch. Rasiert ist der Kerl natürlich auch nicht. Verstehen Sie? Wahrscheinlich hat er das wirklich sehr listig konstruiert. Aber weiß er immer noch nicht, dass seinen Chef technische Details nicht interessieren? Ein Kopf. Köpfe sind was Rares in meinem Heimatland Bayern. Im Betrieb schwer zu verwerten. Ich sammle Köpfe. Verstehen Sie? Der Ingenieur Pröckel, während er seinem Chef immer von Neuem sein Projekt auseinandersetzt, fragt sich, warum eigentlich er diesen Schweinehund so umständlich bediene. Herr von Reindel, ein billiges Auto für den kleinen Mann. Dass Ihnen das wurscht ist, das weiß ich. Aber das Wörtchen Profit? Mit dem Wagen können es die Amerikaner schlagen. Der Industrielle von Reindel fragt sich, weshalb ein begabter Mensch wie der Pröckel so gar keine Ahnung hat von Geschäften. Da reden diese Kommunisten immer wichtig daher von Imperialismus und Kapital. Und dann? In der Praxis? Warum nennen Sie ihn eigentlich der fünfte Evangelist? Ob ich Serienwagen herstellen lasse oder nicht, mein allerwertester Pröckel, das hängt nicht von Ihren Konstruktionen ab, sondern vom französischen Eisensyndikat. Vermutlich, weil es so einen Grad so nötig braucht wie ein fünftes Evangelium. Die Arbeitskraft ist billig jetzt in Deutschland während der Inflation, äußerst billig. Wenn jemals, dann kann man jetzt die ausländische Konkurrenz schlagen. Wieso rede ich eigentlich dem Saukerl ein Loch in den dicken Bauch? Bloß wenn ich Ihre billige, einfache Konstruktion herstelle, Herr Ingenieur Pröckel, dann kompliziert das vielleicht gewisse Verbindungen mit amerikanischen Autowerken. Anstatt ihm den Dreck vor die Füße zu schmeißen. Und ob ich diese Verbindungen kompliziere, das hängt davon ab, ob die Herren an der Ruhe sich mit den Franzosen einigen oder nicht. Und da kommst du mir mit deiner schlauen Kumpel um. Aber nein, ich sitze mit diesem fetten, frechen Protz. Hören Sie, lieber Pröckel, Sie haben ja durch seine Zeit von Ihrem Freund Krüger gesprochen. Ja, und? Warum jetzt der andere das fragt, ist Kaspar Pröckel durchaus unklar. Er müsste nur winken und Martin Krüger wäre frei, begnadigt. Aber offenbar hat er sich entschlossen, nicht zu winken. Was also? Ich konnte Ihnen damals noch nichts Bestimmtes sagen. Es war schade, dass ich gerade um die Zeit nach Moskau musste. Mit Ihren Genossen kann man übrigens beim besten Willen keine Geschäfte machen. Es ist zu anstrengend. Ach! Die Leute sind so doktrinär und bäurisch schlau. Es ist da eine gewisse Ähnlichkeit mit unseren Landsleuten. Aha! Was für eine bösartige Stirn der Kerl hat. Nein, Kaspar Pröckel wird sich nicht ein zweites Mal das Maul verbrennen. Wie ist das, lieber Pröckel? Wollen Sie mir nicht einmal ein paar von Ihren Liedern zu lesen geben? Den Liedern? Ja, woher wissen Sie das? Kläre Holz hat mir vorgeschwärmt, die Schauspielerin. Der Ingenieur erwidert nichts. Herr Baron, die Herren sind da. Jetzt allerdings habe ich keine Zeit mehr. Nicht einmal für Ihre Lieder. Er ärgert sich sehr über den Mann, über seine geschmeidige Höflichkeit, über sich selbst. Er hätte die Stimmung des Reindl doch benutzen sollen. Auch muss er zugeben, dass bei allem Krampf hinter der fleischig-traurigen Maske etwas stecke. Während er das widerwärtig-dekorative Büro verlässt, gesteht er sich ein, dass er im Fall eines Umsturzes den fünften Evangelisten nur mit einem gewissen Bedauern an die Wand stellen ließe. Und das Geständnis des toten Chauffeurs zieht Kreise. Kaspar Bröckel fährt nach Odelsberg. Über dem Arbeitstisch des Strafgefangenen Nummer 2478 hängt ein Wandkalender, darüber ein Kruzifix. Sieht er auf, so erblickt er in einer Höhe von zwei Metern über dem Steinboden das sehr kleine Fenster. Darüber fünf senkrechte, zwei waagrechte Stäbe. Unter dem Fenster auf einem Wandbrett einige Emaille-Gefäße, Waschschüssel, Seifenbehälter, Krug, Becher. Zwei Eisenriegel und ein sehr festes Schloss sperren die starke Eichentür. Die Behandlung, die Martin Krüger erfährt, wechselt sprunghaft. Scheinbar grundlos gewährt man ihm Vergünstigungen, die man ihm ebenso unvermittelt wieder entzieht. Es scheinen Einflüsse dar, die den Strafvollzug in diesem Fall zu mildern suchen, wenngleich sie von raueren Strömungen immer wieder gekreuzt werden. Man will gehört haben, dass dem Justizminister Dr. Klenk an einem strengen Strafvollzug wenig gelegen sei. Umso mehr dem freilich hierfür nicht zuständigen Kultusminister Dr. Flaucher. Auch die jeweilige Einstellung der Regierung zu der Völkischen Partei des Monteurs macht sich spürbar. Denn aufmerksam schnuppert Dr. Förtsch, der Direktor der Strafanstalt, nach dem Wind, der aus München weht. Nehmen Sie Platz. Was wollen Sie? Nummer 2478. Bücher wollen Sie sich kommen lassen? Er ist ein kleiner, untersetzter Mann, bezwickert, mit einem vertrockneten Gesicht und einem stichelhaarigen Schnurrbärtchen. Sein Mund ist in unablässiger Bewegung. Die einzelnen Härchen ringsum zittern und zucken mit, was dem ganzen Mann etwas Kaninchenhaftes gibt. Die Bücher der Anstaltsbibliothek genügen Ihnen wohl nicht? Leider, nein. Das ist Ihnen ja gespaßig, Nummer 2478. Recht gespaßig. Er ist Oberregierungsrat, Gehaltsklasse 12. Er träumt davon, noch Ministerialrat zu werden, in die höchste Besoldungsgruppe, die Gruppe 13, aufzurücken. Er schielt also nach einer Gelegenheit, sich hervorzutun. Dieser famose Krüger ist so eine Gelegenheit. Wie ein Hund während der Mahlzeit seines Herrn nach seinen Speisen und Bewegungen eugt, ob etwas für ihn abfällt, späht Dr. Fertsch nach Winken aus dem Kabinett. Jede Schattierung bekommt Martin Krüger zu merken. An Kost, Schlaf, Gewährung und Entziehung von frischer Luft, Besuchen, Schreibgelegenheit. Sagen Sie mal, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ob Sie hier als Strafgefangener oder als Privatgelehrter eingestellt sind? Nein. Haben Sie vielleicht sonst noch Wünsche? Mehrere. Das ist eine Frechheit. Eine zynische Frechheit. Dafür sollte ich Sie abstrafen, Herr Dr. Krüger. Dann könnten Sie auf Bewährungsfrist den Rest Ihres Pensums vergessen. Ich rechne nicht auf Bewährungsfrist, mein Herr, sondern auf Freispruch und Wiederherstellung. Abführen. Doch unter der neuen Regierung weht aus München ein milderer Wind. Martin Krüger hat jetzt eine gute Zeit. Man lässt ihn schreiben. Er sitzt auf seinem Hocker, kurz geschoren, grau-braun berockt, umgeben, still und kräftig von Bildern gestalten, Ideen. Bekommt manches wieder von seinem alten Glanz. Fast geht etwas Strahlendes aus von dem grau-braunen Mann. Es ist ihm gelungen, sich Bücher zu beschaffen mit Reproduktionen von Bildern und Zeichnungen des Goya, des lebensgierigen, heftigen Mannes, der gut kannte die Schrecken der Kirche, des Krieges und der Justiz. Keiner vor Martin Krüger hat so wie er das Rebellische dieser Bilder gesehen. Hier in seiner nackten Zelle zwischen Emaigefäßen, Waschschüssel, Seifenbehälter, Krug, Becher unter dem kleinen Fenster mit den fünf senkrechten, zwei waagrechten Stäben entsteht für sein Goya-Buch das Kapitel Wie lange noch? Die fünf Seiten Prosa, die seither in allen revolutionären Schulbüchern stehen und zum Titel haben eben jene Worte, die der Taube Alte geschrieben hat unter das Blatt mit dem leidenden, riesigen Kopf, auf dem die Ameisen der Verwesung wimmeln. In diese Befriedung hinein dringt Kaspar Pröcki. Krüger, jetzt lassen's doch endlich einmal ihre Spanier und kommen's auf die wirklichen Probleme. Jung, brennend, voll tatwilligen Kunstverstandes müht er sich schon lange seinem Freund den rechten Weg zu zeigen. Sie wären der Mann, um endlich einmal über die Kunst im Sozialismus nachzudenken. Das ist die Aufgabe der Kunstwissenschaft in diesem Jahrzehnt. Er hat sich viel erhofft, dass nämlich die Widerwärtigkeit der Gefangenschaft Martin Krüger aus seiner Bequemlichkeit aufschrecken, ihn zu seiner eigenen harten, schonungslosen Lebens- und Arbeitsweise herüberbringen werde. Zum ersten Mal kämen sie aus ihrem Museum heraus, könnten in Verbindung mit dem Marxismus lebendige revolutionäre Gedanken entwickeln und sie, sie spüren irgendwelchen Sinnlichkeiten nach. Sie sind ein Puritaner. Ich fürchte, sie verstehen gar nichts von Revolution. Ach. Der Goya war revolutionär, aber eben, weil er die wichtigsten menschlichen Organe besaß. genussfähige Sinne und ein mitleidendes Herz. Da haben wir's. Sie machen sogar aus Goya noch ein Leckerbissen. Sogar hier. Dann aber trägt Bröckel in das kahle Sprechzimmer den Aufruhr. Hat Ihnen eigentlich der Goya schon geschrieben? Nein. Seltsam. Letzte Woche hat er den Antrag eingereicht. Welchen Antrag? Wiederaufnahme ihres Prozesses. Diese Mitteilung plötzlich reißt dem Manne Krüger die Zelle wieder auf. Wiederaufnahme. Schüttelt ihn bis an die Nieren. Reißt die dicke Watte auseinander, in die er sich gepackt hat. Auf einmal wieder steht das Leben vor ihm. Reisen. Bilder. Meer. Sonne. Frauen. Erfolg. Tanzsäle. Bauten. Theater. Bücher. Wiederaufnahme, sagen Sie. Der Ingenieur erschrickt vor dieser tiefen wortmangelnden Aufgewühltheit. Krüger. Halten Sie sich aufrecht. Beißen Sie sich durch. Er wünscht, er hätte nichts gesagt. Beißen Sie sich durch. Sie haben noch viel unter Dach zu bringen. An diesem Abend kann Martin Krüger nicht still sitzen. Er geht auf und nieder, zieht mit zitternden Händen den graubraunen Rock der Anstalt aus wieder an. In seiner nackten Zelle zwischen Pritsche und stinkendem Kübel steht bunt seine frühere Zeit. Warum? Südliche, starkfarbige Landschaft. Manuskriptbogen, sich bedeckend mit raschen, eleganten Schriftzeichen. Ein bequemes Bett, darin eine gut riechende, gut gewachsene Frau. Ja, spürt man von so herrlichen Dingen so wenig, wenn man sie besitzt. In einem schönen Raum sitzen, gut essen, ausgewählte Weine trinken. Wenn ich frei bin, dann vor einem Bild stehen, seine Wirkung schmecken. Dann werde ich sie besser genießen. In der Nacht seiner Zelle tanzen vor dem Manne Krüger die Genüsse seiner früheren Nächte. Aber das Wasser vor Jahren getrunken stillt nicht den Durst von heute. Er glaubt, einen Fetzen jener altmodischen Melodie zu erkennen, die Johanna vor sich hinzusummen pflegte zwischen Lippen und Zähnen. Johanna Krein. Jetzt Johanna Krüger, seine Frau. Mit festen Beinen steht sie, hell, kräftig, mit breitem, kühnem Gesicht. Er sieht sie, nackt, spürt ihre Berührung. Ein starkes, körperliches Verlangen überkommt ihn, eine unerträgliche Gier. Er beißt sich in die Arme, ihn ekelt vor seinem Körper, seiner, ungepflegter, seinem Geruch. Er beginnt einen Brief, gemischt aus Geilheit, Erbitterung, Zärtlichkeit, Beschimpfung. Er hat das alte, gewalttätige Gesicht von früher. Dann wechselt er hinüber in die schlaffe Maske eines hilflosen Kreises. Dies ist der erbärmlichste Tag seiner Gefangenschaft. Die Bewegung der wahrhaft Deutschen wie Gas breitete sich aus. Schon formierten sie reguläre Truppenkörper, hielten in aller Öffentlichkeit Übungen ab. Hatten Stab, ein richtiges Oberkommando. Robert Kutzner an der Spitze hieß allgemein der Führer. Gläubige drängten sich um ihn, Alte und Junge, Arme und Reiche, wollten den Retter sehen, brachten Geld, Verehrung. Vor allem die Frauen hingen an Kutzner, begeisterten sich an seinem forschen Gesicht, seinem streng geführten Scheitel, seinem winzigen Schnurrbart. Rentnerinnen, Hofrätinnen, Gräfinnen, Generalinnen hielten den Tag, da sie den Führer sahen, als den Besten ihres Lebens. Es hingen ihm Junge an, begeistert vom vaterländischen Abenteuer. Pensionisten, denen die Inflation die Bezüge wegfraß. Viele, die Juden und Reichsregierung dafür verantwortlich machten, dass der Wert der Mark von Tag zu Tag so närrisch sank. Hausbesitzer, die Mieter, Mieter, die Hausbesitzer loswerden wollten. Arbeiter, Arbeiter aus Wut auf Unternehmer. Unternehmer, um den Roten, Leute wegzufangen. Bauern liefen ihm zu. Im 20. Jahrhundert, immer rascher wurde die Zeit, Maschinen ersetzten die Kraft der Männer und der Pferde. Im 20. Jahrhundert hieß es auf einmal, sie produzierten unrationell. Sei es der Krieg abgeschafft, fielen erst die Zölle, dann sei es aus mit der deutschen Landwirtschaft. Sie knurrten. Sie, aber auch viele andere, wollten es nicht wahrhaben, dass alles, was immer gewesen war, auf einmal anders sein sollte. Denn in diesen Jahren liebten viele das Gestern, hassten das Morgen, waren misstrauisch gegen das Neue, argwöhnisch gegen das Fremde. Aus Instinkt wurden sie Nationalisten. Niemals jemand, vielleicht mit Ausnahme des verstorbenen Königs Ludwig II., war in Bayern so populär wie Rupert Kutzner. Die Wälder Die Wälder Die Wälder Die Wälder Man liegt im Walde, der sich den Hang hinaufzieht, auf braun und rotem Laub, schräg unter sich dem See, über sich durch das Geäst den blanken Himmel. Dieser Herbst der bayerischen Hochebene ist von einer stetigen Heiterkeit. Die Tage folgen einander klar und hell. Man liegt auf dem Boden eines Boots, auf dem großen See, lässt die helle Sonne über sich rinnen. Kaum eine Stunde Wagenfahrt nordöstlich liegt die Stadt mit ihren 700.000 Menschen, die sich schweißig abzappeln und für das Geld, das ihnen jetzt vom Vormittag zum Nachmittag schneller unter den Händen fortläuft, ein bisschen Nahrung und Kleidung zu errennen. Denn schon kostet der Dollar 3.641 Mark. Für einen Zentner Kartoffeln muss man 2.400 Mark anlegen. Der schofelste Windermantel ist nicht unter 3.270 Mark zu kriegen. Während die Städte fiebern, leben Johanna Krüger und Jacques Tüverlin sich abkapselnd friedliche Tage. Eines seiner Bücher hat jenseits der Grenze unerwarteten Erfolg und bringt hinreichend ausländisches Geld, um in der Villa Seewinkel am Ammersee behaglich zu leben. Das Leben auf dem Land bekommt Johanna. Auch Tüverlin bekommt ihr. Sie liebt sein nacktes, verknittertes, spaßhaftes Gesicht, seine scharfen, klaren Gedanken, seine Arbeit. Sie liebt ihn. Ich liebe ihn. Ein dummes Wort. Sein Gesicht würde sich bestimmt auf unangenehme Art verfältern, wenn sie ihm sagte, sie liebt ihn. Aber es ist so. Sie kann sich nicht ausdenken, dass sie wieder allein leben soll, ohne ihn. Ich möchte ein Kind von ihm haben. Manchmal will sie mit ihm darüber sprechen. Setzt an. Jacques? Ja? Er merkt nichts. Er hätte von selber darauf kommen müssen, dass sie mit ihm reden will. Herrgott, Sacra, manchmal ist er der dümmste Mann auf der Welt. Scheußlich, unpraktisch, der komischste Mann, der hässlichste Mann. Der schönste, gescheiteste, geliebteste Mann. Eines Tages, unvermittelt, unterbricht er seine Arbeit an einem Hörspiel und beginnt etwas Neues. Arbeitet, verbissen, konzentriert. Dann, im Boot auf dem See, liest er ihr seinen Aufsatz zum Fall Krüger vor. Heute noch beispielhaft die kühlste, schärfste Beschreibung der erschüttert unentwickelten Justiz jener Zeit. Sie ist verwirrt. Er hilft ihr, den Mann aus dem Kerker zu holen, seine natürlichen Rivalen? Ich persönlich brauche, um in Frieden mit mir zu leben, eine gewisse Sauberkeit. Mein Sozialismus beginnt zu Hause. Ich bin nicht ethisch. Lieber fair. Ihr ist der Kampf Alltag geworden gegen die gleichgültige Grausamkeit einer bornierten Regierung. Aber er? Dr. Geier gibt der Wiederaufnahme keine großen Chancen mehr. Was diese Witwe Ratzenberger sagt, das kann wahr sein, aber gerade so gut die Einbildung einer narrischen Frau. Er meint, vielleicht, wenn man jetzt gleichzeitig ein Gnadengesuch einreicht. Ein Tauschgeschäft, hm? Du willst nicht viel davon, nicht wahr? Hättest lieber, dass Martin Krüger aus Schlamm und Dreck strahlend herausgebracht. Ich möchte nicht, dass er noch zwei Jahre zwischen den sechs Bäumen sitzt. Nicht immer ist man in der Stimmung für Tüverlins kantige, saloppe Art. Habe ich dir schon erzählt, dass ich den Minister Klenk kennengelernt habe? Ein ungewöhnlich, sympathischer Mann. Wirklich? Er vertritt die schlechteste Sache der Welt. Und? Mancher gute Mann vertritt eine schlechte Sache. An dir umgekehrt könnte man zeigen, wie der Kampf auch um ein Gutes den Menschen schlechter machen kann. Schlechter? Schlechter. Wann habe ich zum letzten Mal an Martin gedacht? Sein Gesicht. Sein Gang. Seine Hände. Der frühere Martin mit strahlend schwarzem Haar. Der grau-braune hinter dem Trenngitter. Sie, bisher, wenn es ihr dreckig ging, hat niemals etwas bereut. Soll ich jetzt bereuen, wo es mir gut geht? Sie wird für Martin tun, was geschehen kann. Mehr wird sie tun. Sie wird fair sein. Und? Wenn er herauskommt? Aber Martin Krüger kommt nicht heraus. Denn der Minister Klenk, der ihn vielleicht nicht begnadigt hätte, ist schon seit Wochen krank und muss vom Bett aus regieren. Ich begreife sie nicht, Hartl. Das wäre doch die eleganteste Art, um diese Wiederaufnahme herumzukommen. Der begnadigte Krüger ist auf alle Fälle erledigt. Sein ehrgeiziger Stellvertreter, der Ministerialdirektor Hartl, aber er achtet in allen Punkten das genaue Gegenteil für richtig. Nur keine Gefühlsduselei, Herr Minister. Er spitzt offenbar drauf, dass das Kabinett den Kurs wieder herumschmeißt, wieder die frühere, schreimäulige Politik macht. Ja, und schärferes Vorgehen gegen die Patrioten, Herr Minister, das war nicht durchzusetzen, im Kabinett, wirklich nicht. Deutlich, doch ohnmächtig, sieht Klenk, was sich gegen ihn spinnt. Er ist ein damisch in die Ungeschichte. Die ganze bayerische Politik ist schon herumgeworfen. Jetzt scheißt es mir auf den Kopf. Der Flaucher und sein Protégé, der Rupert Kutzner, der Hohlkopf, regen sich, mandeln sich auf. Gewaltmenschen wie der Baron Riedler, der Landsknechtsführer, geben jetzt den Ton an. Er lässt ihn sich kommen. Also, ich verstehe Ihre Taktik nicht, Klenk. Jedes Kind sieht, dass die wahrhaft Deutschen Wind in den Segeln haben. Und das ist auch gut so. Wenn Sie diese Taktik nicht verstehen, Riedler, liegt es nicht an der Taktik. Sie, Sie halten die Geschichte nicht auf. Wem die wahrhaft Deutschen nicht passen, der passt nicht mehr in dieses Land. Ich sage Ihnen eine schöne Grüße an der Major von Günther. Bestehen Sie ihm in drei Tagen. Muss er über der Grenze sein. Ich kenne keinen Major von Günther. Sagen Sie ihm, ich habe seinen Fall studiert. Sagen Sie ihm, wenn es nicht wegen der guten Sache wäre, ließ ich ihm nicht über die Grenze. Und wenn er nicht in drei Tagen über der Grenze ist? Dann lass uns marschieren? Ja. Dann lass ich marschieren. Sie sind wirklich krank. Verdammtes Pech, so liegen zu müssen mit sehenden Augen und kraftlosen Händen, während die Lahmärsche alles kaputt schlagen, was man angefangen hat. Kollege, solche Schickung kommt auf, dass ich einer selbst prüfe und besinne. So habe es jedenfalls ich immer aufgefasst, wenn ich ernstlich und länger krank war. Sie sollten ablassen von der Hoffacht und ihr Schicksal in Demut annehmen. wissen Sie was, Flaucher? Jetzt werden nachher Sie Ministerpräsident und legen Sie mich am Marsch. Alle wollen ihn jetzt forthaben. Der Flaucher, weil er ihm zu lax ist, Der Klenk muss weg. Der Riedler, weil er ihn zu harte Knochen hat. Der Klenk muss weg. Der Hartel, weil er hofft, sein Nachfolger zu werden. Der Klenk muss weg. Alle horchen gespannt, was die heimlichen Regenten des Landes sagen. Dem Bauernführer Bichler ist er zu wenig handsam. Der Klenk muss weg. Dem Kronprinzen Maximilian hat er zu viel Saft im Hirn. Der Klenk ist weg. Das entscheidende Wort aber spricht eines Abends im sehr vornehmen Herrenclub, fast aus Langeweile, faul, der fünfte Evangelist. Um in Bayern zu regieren, muss man sich auf die Spielregeln verstehen. In Bayern muss man simplere Mittel anwenden als in der übrigen Welt. Anderswo muss man krumm regieren. Tja, in Bayern sind kriegt. Ich glaube zwar, dass der Klenk diese Spielregeln sehr genau kennt. In dem Fall wird er dafür zahlen müssen, dass er sie nicht anwenden mag. Beiläufig erwähnt er auch, wen er für den geeigneten Nachfolger hält. Er weiß, wer immer der neue Minister sein wird, es wird eine Strohpuppe im Wind sein. Wo der Wind gemacht wird, sitzt er. Nicht den Hartl schlägt er vor. Als der Klenk hört, wer sein Nachfolger wird, lacht er. Lacht. Trotzdem lachen, ihn den ganzen Körper schüttert und seine Schmerzen vermehrt. Lacht. Lange. So, wenn Sie haben, Herr Baron? Ja. Ihr Tee, Herr Baron? Danke. Ach, Herr Bröckel, Sie nehmen doch auch ein Gedeck. Sie müssen ja ganz durchkältet sein nach der langen Fahrt. Ach, lassen Sie uns lieber zur Sache kommen. Bitte. Ja, Verzeihung. Schenken Sie sich doch ein, bitte. Der Industrielle von Reindl empfängt seinen Ingenieur Bröckel in einem Salon des Hotel Platza in Garmisch, auf dem Sofa liegend, in einem üppigen violetten Schlafrock. Steif, unschön sitzt der hagere, finstere Mann vor der violetten Masse. Da, ich habe den Auspuff konstruiert. Reichen Sie mir bitte, den Zucker. Bitte. Also, im Prinzip werden die Abgase... Reimerisch mit seinen traurigen, braunen Augen betrachtet der Baron den jungen Ingenieur. Verstehen's? Nickt lässig, trinkt schlückchenweise, blättert in einem Journal. Wollen Sie lesen oder mir zuhören? Ich will Tee trinken. Der Bröckel, während er seine ganze Überzeugungskraft auffändet, fragt sich, warum eigentlich er hierher gerast ist, wie ein Hund auf dem Pfiff. Der Rheindl fragt sich, warum er seine Zeit immer wieder mit dieser Serien-Wagen-Soße vergeudet. Merkwürdig, dass die Frauen so weg von ihm sind. Verwahrlost, wie er ist. Warum nennen Sie ihn der fünfte Evangelist? Ist es dieser sichere Geruch von Revolution oder die Art, wie er sich die Haare in die Stirn wachsen lässt? Vermutlich, weil er das fünfte Evangelium hat, in dem die Lehre aufgezeichnet ist, wie man sich seines Nachbarn Weib, Esel, Auto aneignet. Auch seine Konstruktion ist revolutionär, gar kein Zweifel. Seit zwei Jahren lässt der Sauhund mich planen und konstruieren und das Geld zum Fenster hinausschmeißen. Der Mann ist auf seine Art ein Genie. Nur schade, dass er sich so verrennt zwischen Konstruktionen, Politik und Kunst. Ein Blödsinn, dass ich herausgefahren bin wie irgendein Arschkriecher. Herein! Schalten Sie doch bitte etwas Licht aus, es ist mir zu hell. Zu faul, ums Licht auszuschalten. Sehr wohl, Herr Wachung. Was soll ich überhaupt in dem Betrieb? Warum bleibe ich in dem Land? Ich hätte schon lang nach Moskau gehen sollen. Dort wären Sie froh an meinem Wagen. Wollen Sie mich nicht nächste Woche nach Moskau begleiten? Sie? Ja, vielleicht können wir jetzt doch abschließen. Der Vertrag von Rapallo hat da einige interessante Details. Ja, ich denke, wenn Sie mittun, werde ich Moskau machen. Überlegen Sie sich's. Was übrigens Ihren Freund Krüger angeht, ich sehe da eine Möglichkeit. Der neue Justizminister heißt Messerschmidt. Reindel wundert sich selber, aus welcher Laune er immer wieder dieses Thema anschneidet. Ja, der Senatspräsident Anton von Messerschmidt. Ein ehrenwerter, rechtlich denkender Mensch. Ich bin neugierig, wie lange er sich hält. Bröckel beschaut ihn aus tiefliegenden, brennenden Augen. Erwidert nichts. Ach, lieber Bröckel, wollen Sie mir jetzt nicht einige von Ihren Liedern vorsingen? Merkwürdigerweise begehrt er nicht auf. Das wird nicht gehen. Dazu bräuchte ich eine Gitarre oder sowas. Ich hab bereits eine kommen lassen da. Vielmehr ist ihm, als habe er nur darauf gewartet, als sei er nach Garmisch gefahren, bloß um dem fünften Evangelisten seine Lieder vorzusingen. Und ich brauch Licht. Er zieht sich einen kleinen, lächerlichen, vergoldeten Stuhl heran, stellt ihn mitten ins Zimmer, frei, hell ins Licht, sodass man jeden Stoppel seines unrasierten, hageren Schädels sieht. Der Heimgekehrte. Ich kam ein Gefangener spät erst nach Haus, drei Jahre nach dem drönenden Krieg. Wir füllten mit Brausen die Ohren noch aus, drei drönende Jahre nach dem Krieg. Ich kam durch die Küche und klopfte nicht an. Da schliefen mein Weib und ein anderer Mann, drei Jahre nach dem drönenden Krieg. Der Violette liegt auf seinem Divan, wird bewegungslos zu. Kaspar Pöckel steht frech, rotzbübisch in seinem verschmutzten Anzug. Die Gummisohlen der braunen, abgebrauchten Schuhe besudeln den Teppich. Nur das Gesicht des Barons spannt und entspannt sich. Ein Gewisch von Empörung, Hohn, Anerkennung, Unmut, Genuss. Der Ingenieur starrt unverwandt in das gepflegte, feiste Antlitz. Ich schreckt und ich rief und sie nahmen mich fest, drei Jahre nach dem drönenden Krieg. Und wiederum sitz ich verlaust im Arrest, drei Jahre nach dem drönenden Krieg. Und schießt ihr mich nieder und schart ihr mich ein. Ihr könnt sie nicht drosseln, ihr dämmt sie nicht ein. Die drönenden Jahre. Etwas weniger Licht, bitte. Läuten Sie doch Ihrem Zimmer, Mädchen. Danke. Werden Sie jetzt meinen Serienwagen herstellen? Ich glaube nicht. Ich bitte um meine Entlassung. Sie sind entlassen. Mit heftigen Augen zwischen starken Jochbögen beschaut Kaspar Pröckel die Träumerischen seines Chefs. Aber Sie haben ja Ihren Tee gar nicht angerührt. Sie werden doch mit mir zu Abend essen. Ich hätte Sie gern jemand vorgestellt. Ich glaube nicht. Einen Augenblick lang verzerrt sich sein Gesicht zu einer erschreckenden Maske der Wut. Ist nicht ein Privatdruck Ihrer Lieder erschienen? Doch. 20 Exemplare. Kann ich ein Exemplar haben? Ich biete Ihnen 100 englische Pfund. Es sind aber an jenem Tag 100 englische Pfund gleich eine Million Mark. Es kostet in München ein Laibbrot 80 Mark, ein Anzug 14.000 Mark. Für 100 englische Pfund kann man ein Haus kaufen. Kaspar Pröckel verlässt das widerwärtig elegante Hotel durch die Halle. Werf Ihnen an die Atten einholfen? Nein! Ärgert sich sehr über den aufgeblasenen Rheinl über sich und über die halbnackten Frauen, die zum 5 Uhr Tee den Lebensunterhalt ganzer Familien um den dummen Leib herumhängen haben. Die Band spielt das Stierkampflied aus der Revue Höher geht's nimmer. Die eine kleine freche Melodie, die ein großer Erfolg geworden ist. Der einzige in dem sonst verhunzten, verwässerten Werk des Schriftstellers Tübelin. Ein älterer Mann fällt ihm auf. Salopp, schlottlich, gekleidet, pfeife im Mund, aufmerksam, nach allen Winkeln, einäugend, horchend. Jetzt geht er durch die Halle zum Orchester, fragt etwas, notiert etwas in ein Buch. Hätte jemand Bröckel gesagt, dass eigentlich nur wegen dieses unscheinbaren Herrn der Rheinl in Garnisch sei, er hätte ihn für verrückt erklärt. Hätte ihm jemand gesagt, dass Mr. Daniel Potter, genannt der 30-Jahre-Danny, kommend aus Moskau unterwegs nach Berlin, auch in München, auch im Fall Krüger, mehr reinzureden habe als früher der Klenk, jetzt der Rupert Kutzner. Er hätte über einen solch spinnerten Tropf schallend gelacht. Die neun dunkelsten Monate Martin Krügers beginnen, als der enttäuschte Zuchthausdirektor Fötsch erfährt, wer Klenks Nachfolger wird. Unter dem Hartl wäre der Kaninchenmäulige bestimmt avanciert. Da der Messerschmitt das Amt hat, ist sein langes, mühseliges Rechnen und Streben wieder einmal vertan. Zum ersten Mal nach so vielen Jahren untertäniger, witternder Geduld verliert Fötsch die Ruhe. Der Begett auf, geht zur Nebenregierung über, zur wirklichen Regierung, zu den wahrhaft Deutschen. Dem Manne Krüger wird das Schreiben wieder verboten. Es hebt ein harter Kampf an und Martin weiß, dass dieser Kampf nicht enden wird, ehe Fötsch die Gehaltsklasse 13 erreicht hat. Wie lange noch? Er klebt wieder Tüten. Später zupft er Hanf, pflegt Säcke, die widerwärtigem Geruch ausströmen. Oh, er ist klug. 16 Monate Zuchthaus hinter sich hat er gelernt, sich zu ducken, schmiegsam, zäh zu sein, fest gewillt, sich nicht hinreißen zu lassen. Seine Ausbrüche behält er sich vor für die Einsamkeit der Zelle. In den Nächten schreibt er mit den Schriftzügen des Francisco Goya Schattenzeichen in den Schatten des Gitters an der Decke. Auch kleine, unzüchtige Zeichnungen, auch Worte, meist Geilheit und Bosheit, Flüche Zoten. Fragt mit wunderlich lauter Stimme wie lange noch. Übersetzt es sich in alle Sprachen, die er kennt. Schreibt es mit den Zeichen des Goya in die Stäbe des Schattengitters. Fragt es zur Musik, die ein fernes Grammophon oder Radio spielt, dem Welterfolg, von dem er nichts weiß. Antwortet es dem Bällen des Hundes, dem Insekters gegen das Fenster, er brummt, dem glucksende Heizungsrohr. Einmal in einer solchen Nacht besucht ihn eine Ratte. In der nächsten Nacht wartet er auf ihren Besuch, ängstlich, voller Spannung, Reste seines Mahles hingestreut. Und siehe, sie kommt und sie läuft nicht davon. Und der Mann Krüger hält Zwiesprache mit ihr. und er fragt sie, wie lange noch? Dann wird das Loch entdeckt, vergipst und der Mann Krüger ist wieder allein. Johanna hängt an Tüverlin. Nie hat sie an einem Menschen eine solche Freude gespürt. Es ist zwischen ihnen eine gelassene, glückliche Verbundenheit. Da hinein, ein scharfer Schatten, fällt die Erinnerung an Odelsberg. Auf Augenblicke so stark, dass sie vertauscht ist in den Mann Krüger. Sie ist in der Zelle, die sie nie gesehen hat, spürt den Hass gegen den Kaninchenmäuligen, die Stadt München, das Land Bayern. Tüverlin neben ihr ist vergnügt, frisch, gescheit. Ein Amerikaner hat mich am Telefoniert. Daniel Potter, ein Dollarmillionär, der mit dem bayerischen Staat Geschäfte macht und einiges von Kunst versteht. Der Mann interessiert mich. Ich habe ihn eingeladen. Er ahnt nichts von dem dummen Druck, der auf ihr liegt, dem unsichtbaren Käfig. Übrigens ist es nicht ausgeschlossen, dass er etwas für Martin Krüger unternehmen kann. Sie hat wenig Vertrauen zu solchen Unterredungen. Sie hat so viele gehabt. Sie weiß im Voraus, wie sie ausgehen. Wann will er kommen? Im Donnerstag. Einmal möchte ich... Einmal möchte sie jemanden treffen, an den sie sich nicht vorsichtig heranzuschleichen braucht. Einmal einen, den sie anschreien kann, den sie anklagen kann dafür, dass das Unrecht an Martin Krüger sein darf. Dem sie ins Gesicht schreien kann, dass diejenigen, die daran schuld sind, Schweine sind. Und dass diejenigen Schweine sind, die helfen könnten und es geschehen lassen. Einmal möchtest du... Hm? Nichts. Es ist am Montag, als Tüverlin Johanna mitteilt, am Donnerstag werde der Amerikaner kommen und am Dienstag ruft Rechnerinwald Geier aus Münchensee an, der Justizminister Messerschmidt sei bereit, sie am Donnerstag zu empfangen. Es ist übel, dass sie auf diese Art den Amerikaner versäumt. Aber sicher ist es richtiger, sich bei dem bayerischen Justizminister über ein bayerisches Unrecht zu beschweren, als bei einem Amerikaner. Sie fährt mit der Bahn nach München, geladen mit Zorn und Tatkraft. Und siehe, sie hat Erfolg. Ich weiß nicht, ob Sie recht haben, junge Frau. Weiß es wirklich nicht. Der Dr. Adl ist ein ausgezeichneter Jurist. Der Dr. Förtsch ist ein zuverlässiger Beamter. Sie sitzen einander gegenüber, Johanna und der alte Mann, am Schreibtisch, an dem früher Klenk gesessen hat. Und sie spürt, was sie dem stattlichen, etwas schwerfälligen Herrn mit dem altmodischen Vollbart sagt, geht in ein Ohr und in ein Herz. Also, den Förtsch lass ich kommen. Der soll mir in Odelsberg für ein humanes Regiment sorgen. Und über die Wiederaufnahme. Ja. Darüber haben Sie in zwei Monaten endgültigen Bescheid. Zwei Monate. Ja. Das verspreche ich Ihnen, junge Frau. Einige Zeit sitzen Sie wortlos beisammen. Zwei bayerische Menschen, denen vieles in Ihrem Land nicht gefällt. Bald kommt Johanna zurück, findet Tüverlin aufgeräumt. Er überlegt, ob er ihr von den Aussichten sprechen soll, die sich nach den Krüger geöffnet haben. Nein. Enttäuschungen hat sie genug gehabt. Er wird erst dann sprechen, wenn seine Aussichten besser sind. Wahrscheinlich werde ich einen Besuch in den Staaten machen. Das Mammut hat mich eingeladen. Übrigens ein sehr umgänglicher Mensch. Sie aber zürnt ihm, weil er offenbar nicht den Versuch gemacht hat, den mächtigen Mann einzuspannen. Er hätte wissen müssen, wie sehr sie das gewünscht hat. Sie liebt ihn, aber es ist bitter, dass er neben ihr her ist und nicht spürt, was sie wünscht. Natürlich könntest du mitkommen. Du weißt, dass das nicht geht. Tüverlin, kräftig neben ihr, sein scharfes, zerknittertes Gesicht, braun, gegerbt von Wind und Sonne, hört ihr aufmerksam zu, wie sie von Messerschmidt erzählt. Dann notiert er, sie hasst ihn. Der Fluss Ruhr floss durch den reichsten Teil Deutschlands. Unter dem Boden lag Kohle und Eisen in ungeheuren Massen, listig ausgebeutet durch geschickt organisierte Betriebe. Im Januar des Jahres 1923 besetzten französische und belgische Truppen dieses Gebiet als Pfand für geringe Verfehlungen der Reparationslieferungen. Deutschland war ein Industrieland. Das Ruhrgebiet war das Herz dieser Industrie. Wer das Ruhrgebiet in der Hand hielt, hielt das Herz Deutschlands in der Hand. Die deutsche Regierung ohne militärische Macht ordnete an, die Bevölkerung solle passiven Widerstand leisten. Die Behörden versagten den Besatzungstruppen den Gehorsam. Es gab Schießereien, viele Verwundete, manche Tote. In Bayern wussten nicht viele, was die Ruhr war. Die meisten hielten sie für eine unangenehme Krankheit. Die Zeitungen hatten es nicht leicht, ihnen auseinanderzusetzen, dass sie Ursache hätten, sich zu empören. Dann aber empörten sie sich mächtig. Das Elend der Bevölkerung nahm zu. Der Defekt des Ruhrgebiets störte die ganze Maschinerie des Reichs. In den Städten stieg der Hunger. Das Brot wurde gesundheitsschädlich wie im Krieg. Rupert Kutzner erklärte die von der Reichsregierung proklamierte Einheitsfront als stinkende Jauche und groben Schwindel. Nur Taten könnten zum Sieg führen. Die Mangelkrankheiten nahmen zu. In den Schulen wurden die Kinder ohnmächtig während des Unterrichts. Duberkulose griff um sich. Die Säuglingssterblichkeit stieg. Rupert Kutzner erklärte die große vaterländische Erneuerung. Das Volk stehe auf, der Sturm breche los. Wieder dienten muffige Höhlen als Wohnungen, Zeitungspapier als Wäscheersatz, Pappschachteln als Kinderbetten. Es war ein kalter Winde. Rupert Kutzner erklärte, die halben Massnahmen müssten aufhören. In Trümmer mit den Schwarzbuden der Revolution. Der Dollar kostete 31.000 Mark. Die Semmel 110, das Pfund Brot 1000 Mark. Die Löhne blieben zurück. Rupert Kutzner forderte den Befreiungskrieg. Die Zeit bis zum Losschlagen müsse man ausnützen gegen den inneren Feind. Die Geschäfte der großen Herrn von Rheinwels Geschäfte aber wuchsen ins Märchenhafte. Schossen ins Fleisch wie nie zuvor. Die Wahrhaft Deutschen hatten ungeheuren Zuzug. Die vielen Landsknechte und Abenteurer, die sich seit dem Krieg im Reich herumtrieben, atmeten auf. Werber zogen durchs Land, trommelten Arbeitslose und Arbeitsscheue zusammen, reiten sie in die Freikorps. Jetzt plötzlich erwies sich die Inflation als genialer Trick. Mit einem Mal war die Industrie ihre Schulden los. Der Staat, damit die Ruhrindustrie durchhalten könne, gab Kredite. Zurückzuzahlen in wertlosen Banknoten. Man musste nur die Hand ausstrecken. Schon füllte sie sich mit Gold. Die Wahrhaft Deutschen schwammen im Geld. Der Industrie waren sie Rückendeckung gegen die Forderungen der Arbeiter. Aber auch das Ausland spendete. Man sah nicht ungern den wilden Revanchegeist der Patrioten als Anlass, die Pfänder besetzt zu halten. Vernichtet wurden die Kleinbürger, das Proletariat. Die Wahrhaft Deutschen aber kleideten ihre Beamten und ihre Landsknechte in warmes, dauerhaftes Tuch und näherten sie gut und reichlich. Gesegneter Reindel, der du bei Zeiten deinen Teil gesichert hast. Wohin mit dem Geld? Man kann eines der deutschen Länder aufkaufen und es wird nicht weniger. Robert Kutzner, wenn sein Wagen den des fünften Evangelisten kreuzte, ließ langsamer fahren, grüßte, abgehackt, mit militärisch-studentischem und zeremoniell ein grosser Mann einen anderen. Johanna wartet. 60 Tage. Sie weiss nicht, dass Anton von Messerschmidt, der langsame, rechtlich denkende Mann, im Justizministerium bittere, aussichtslose Arbeit hat. Nur noch 60 Tage. Dass er mit beiden Armen Mist abfegt, dass aber auf jede hinausgeschaffte Fuhre zehn neue hereinkommen. Noch 50 Tage. Dass er sich den Föhrsch zwar kommen lässt, dass der Kaninchenmäulige äußerlich devot, aber nur geruhsam denkt, der Messerschmidt möge ihn am Arsch lecken. Dann zum Hartl geht, ihm mit einigen scherzhaften Anmerkungen berichtet. Nach 48 Tage. Dass nichts für Martin geschieht. Auf die Dauer hält Martin Krügers Klugheit nicht vor. Einmal gelingt es dem Direktor, einen Vorwand für eine Bestrafung zu erlisten. So, mit Klopfzeichen haben wir uns verständigt. Nummer 2478. Ist aber gespaßig. Sehr gespaßig. Das Schnurrbärchen hastet mit seinen Lippen, die aus der Nase herausgewachsenen Härchen zittern, als schnuppere er wollüstig. Sagen Sie mal, holen Sie lieber Schreibverbot oder Besuchsverbot. Sie können es sich aussuchen, Nummer 2478. Da hebt Martin Krüger die Hand und schlägt ihm ins Gesicht. Sind Sie wahnsinnig? Es ist eine große Genugtuung. Aber sie will bezahlt sein. Wahnsinnig. Die Tobzelle ist im Keller des Zuchthauses, ein sehr enger Käfig. Man nimmt ihm die Kleider, lässt ihm nur das Hemd. Man stößt ihn ein paar glitschige Steinstufen hinunter. Scharfer Gestank schlägt ihm entgegen, herrührend von der Notdorf derer, die vor ihm dagewesen waren. Es ist vollständig dunkel. Mit bloßen Füßen tastet er, wo er sei. Nökt Nökt der Boden. Scharfe Kälte lähmt, schneidet bei jeder Bewegung wie Messer. Unheben. Löcher. Voller Löcher. Es wimmelt von Ratten. Stäbe. Sind da Stäbe? Was für Stäbe? Ist das die Worte? Schon nach kurzer Zeit weiß er nicht mehr, ob es Nacht ist oder schon Tag. Er gleitet aus, bleibt liegen. Aber er kann nicht liegen bleiben, die Ratten laufen über seinen Körper. Erfrieren, es wäre ein guter Du. Aber man hört ihn nicht. Dann winselt er nur noch. Er erinnert sich an Menschen, die er im Draht verhauert hängen sehen, an Menschen erstickend im Gas, an Menschen verreckend unter den Kolbenschlägen der Befreier Münchens von der Revolution. Er sucht sich, Erleichterung zu schaffen an der Vorstellung, dass diese Menschen noch elender waren als er. Allein, das ist nicht wahr. Er denkt an die Hölle des Dante und er lacht über die primitive Fantasie dieses Dichters. Dann endlich schläft er wohl ein. Als er erwacht, weiß er nicht genau, wo er ist. Nur, dass er in Nacht hunger, kälte, gestank und inmitten von Ratten ist. Er sehnt sich nach seiner Zelle. Auf einmal fürchtet er Und er stirbt bald vor Schreck. Haben Sie mich vergessen? Würgende Furcht fällt ihn an. Die haben mich vergessen. Die lassen mich hier verrecken. Hier unter den Ratten, in der Scheiße, im kurzen Hemd. Es sind aber 36 Stunden, die man ihn in diesem Käfig lässt. Es kommt nach jenem Aufenthalt in der Tobzelle zu einer Art Waffenstillstand zwischen ihm und dem Direktor. Es wird ihm, was immer Furch unternehmen wird, nicht mehr passieren, dass er sich hinreißen lässt. Er hockt in seiner Zelle. Seine Zunge ist weißlich. Seine Zähne kommen gelb aus dem blassen Zahnfleisch heraus. Seine braun, sehr dicht einst und strahlend schwarz, hängen verfärbt über matten Augen. Er hat keine Erwartungen mehr. Wiederaufnahme. Strafunterbrechung. Ja. Es gibt's. Es gibt das Meer, das man überqueren kann. Es gibt auch einen Planeten Mars. Vielleicht gelangt man da auch einmal hin. Er hat seine Zelle, zwei Meter breit, vier Meter lang. Und der Planet Mars und Straßen, Frauen, Meer, Wiederaufnahme sind jenseits dieser Zelle. Nur bis zu Johannas Besuchen zählt er noch die Stunden. Er stellt sich vor, wie sie das letzte Mal da war, feilt sich Fragen aus, stellt sich ihre guten, herzlichen Antworten vor. Sein Herz ist angefüllt mit gespannter Freude. Dann kommt Johanna wirklich. Sie sitzt blühend da, leibhaft, im Fleisch. Redet mit ihrer wirklichen, kräftigen Stimme. Aber es bleibt alles blass. Es wird unwirklicher, je länger sie da ist. Am wirklichsten war es, bevor sie kam. Er spricht jetzt, um eine Stimme zu hören, viel mit sich selber. Nicht zu laut, damit die Wächter auf dem Korridor ihn nicht anzeigen. Viele Stunden der Nacht vertreibt er sich mit Rache-Fantasien. Er wird die Stadt München vergiften, mit allem Getier und Gemensch darin. Nur, wenn es fünf Gerechte gibt. Nur dann wird Gott seine Rache scheitern lassen. Es gibt aber nicht fünf Gerechte. Fünf. Fünf. Sieben. Vorsichtshalber feilscht er mit Gott um die Zahl. Zehn Gerechte. Und Gott ist gnädig. Gott hat ein Einsehen. Gott stimmt zu. Er stimmt zu. Er stimmt zu. Jetzt ist es aus mit der Scheißstadt. Dass sich nicht zehn Gerechte in München finden, darüber ist er beruhigt. Während Tüberli nach Amerika abreist, Johanna allein zurücklassend in ihrem Käfig, noch 45 Tage. Während Kaspar Pröckel, denn in solchen Zeiten Kunstschlemmen ist ein Verbrechen, seine Lieder verbrennt, ärgerlich wieder in Dienste des Kapitalisten Reindl tritt und aufbricht, ein Autowerk in Nizhny-Novgorod zu bauen, noch 40 Tage. Während der Dollar auf 48.000 Mark klettert, ein Pfund Fleisch auf 7.000, die Maß Bier auf 2.040. Noch 30 Tage. Während der frühere Minister Klenk, jetzt passt es ihm, das Fallende soll man stossen, zu den Patrioten überwechselt. Noch 26 Tage. Da verschwindet der Justizminister Anton von Messerschmidt, der gefordert hat, die Untaten der Wahrhaftdeutschen, die Morde, Diebstähle, Denkmalschändungen, Grabschändungen endlich abzuurteilen, im Zuge einer Kabinettsumbildung, lautlos aus dem Amt. Johanna, als sie es in der Zeitung liest, begreift zuerst nicht, worum es sich handelt. Sie spürt dumpf, etwas schlägt ihr auf den Kopf. Kabinettsumbildung. Jetzt ganz zum Schluss ist der Messerschmidt erwähnt. Das eine E in deinem Namen ist schadhaft. Eine Kabinettsumbildung, also. Es ist eine unsichtbare Maschine, gegen die sie kämpft. Es ist ein verfluchter, tückischer Mechanismus, der immer zurückweicht, den man niemals packen kann. Staat, Justiz, politische Verhältnisse. Wie soll man angehen gegen dieses gesichtslose Zeug? Man selber wird müde, wird lahm, aber die Maschine wird nicht lahm. Wie soll eine einzelne Frau aufkommen gegen den ganzen Staat Bayern? Auf der einen Seite allein sie. Auf der anderen dieser ganze große, verdruckte Beamtenapparat, der niemals Nein sagt, der höflich bleibt, auch wenn sie grob wird. Den man nicht sieht. Die Leute glauben mir nicht mehr. Da steht eine zornige Frau und schlägt wild los, gegen etwas, das niemand sieht. 26 Tage hätte der Messerschmidt noch aushalten müssen. Dann stünde ich in Odelsberg mit einem Wagen. Wahrscheinlich wäre es der Wagen vom Bröckel. Der Bröckel hätte mich hingebracht. Sie sitzt da, das breite Gesicht in die Hände gestützt, die langen, grauen Augen geradeaus, drei Fröchen über der Nase. Sie ist müde. Es war ein guter Zorn vor zwei Jahren. Nur, so ein Zorn hält nicht vor. Der Wortlaut der Zeitungsmeldung steht ein für allemal in ihrem Hirn, in den gotischen Typen des Berichts, mit der schadhaften Wiedergabe des einen E im Namen des Messerschmidt. Der Ministerpräsident Dr. Flaucher, als die Ernennung seines Kabinetts vollzogen ist, geht in das kleine gelbe Biedermeierpalais, in dem er in Zukunft residieren wird. Geht herum in seinem zukünftigen Arbeitszimmer, zusammen mit dem Dackel Waldmann, demütig und stolz. Er ist gelockerter Stimmung, hat Bedürfnis nach Musik. Eben, sendet der Rundfunk die Hymne seines schönen Landes Bayern. Dr. Flaucher ist nicht abergläubisch, aber dies als Zeichen anzunehmen, ist er bereit. Er gelobt in dieser schweren Stunde der Berufung zur Gnadenmutter von Altötting zu Ball fahren, in deren Altar die Herzen der bayerischen Könige aufbewahrt werden. Weit hat er es gebracht. Jetzt. Mächtig weit für den vierten Sohn des Konzipienten des königlichen Notars. Arbeiter, ihr Lumpen, wie wird's euch gehen, wenn ihr die Brigade Riedler werdet sehen? Die Brigade Riedler schießt alles kurz und klein. Wehe dir, du Arbeiter, Arbeiter, Schwein! Die Brigade Riedler schießt alles kurz und klein. Wehe dir, du Arbeiter, Arbeiter, Schwein! Die Brigade Riedler schießt alles kurz und klein. Die Brigade Riedler schießt alles kurz und klein. Die Brigade Riedler schießt alles kurz und klein. Ein kleines Jahrhundert vor dem ersten großen Krieg hatte der deutsche Archäologe Schliemann auf dem Gebiet der alten Stadt Troja Ausgrabungen gemacht, die viel Verschollenes zutage förderten. Unter anderem hunderte von Spinnwirteln. Auf diesen fiel dem deutschen Forscher immer das gleiche Zeichen auf. Ein mit Haken versehenes Kreuz. Es war ein Zeichen, das über die ganze Erde verbreitet war. Den gelben Völkern diente es als Glückssymbol, den Indern als Sexualemblem. Allein das wusste Heinrich Schliemann nicht. Ein französischer Kollege, ein Spaßvogel, redete dem leichtgläubigen Deutschen ein, die alten Arier... Die alten Arier, um ihr heiliges Feuer zu entfachen, hätten Gestelle in solch wunderlicher Form als weibliche Bestandteile ihrer Bohrer verwandt. Der vertrauensselige Herr Schliemann glaubte dem spaßhaften Herrn, kommentierte das Hakenkreuz als typisch arisches Phänomen. Die deutschen Patrioten machten diese Erklärung zu einem Eckstein ihrer Rasttheorie, erkoren das Emblem, das bisher vornehmlich in japanischen und chinesischen Spielclubs und an den Tempeln vielgliedriger indischer Gottheiten zu sehen war, zu ihrem Heilszeichen. Patriotische Ethnologen hängten Theorien daran. Dieses Zeichen trugen die großen, blutroten Fahnen der Partei der Wahrhaft Deutschen, hinter denen sich in der Notzeit nach dem Ersten Krieg viele sammelten. Unter diesem Zeichen zogen die Münchner zu den Versammlungen Rupert Kutzners. Denn allsonntäglich in den riesigen Biersälen sprach der Führer zum Volk. Aus einem der blauen Straßenbahnwagen, die am Kapuzinerbräu halten, steigt gepresst zwischen anderen der Altmöbelhändler Kai Dann-Lechner. Der 55-jährige Mann, feist, rundschädelig, rotblonder Schläfenbart, Kropf, macht ein beschäftigtes, verdrießliches Gesicht. Schnäuzt heftig in sein blau gewürfeltes Taschentuch. Er kommt gerade aus Holland zurück. Dort steht jetzt der Schrein. Die Reliquien schreien. Das kostbarste Stück in seinem Laden am Unteranger. 30 Jahre ist es her, dass er ihn auf der Auer Duld, dem großen Jahrmarkt, unter Gerümpel eräugte. Eigentlich um ihn hat sich sein ganzes Leben herumgebaut. Mit ihm hat er die Tantlerei und die Ehe begründet. Oft seither ist die Versuchung an ihn herangetreten, ihn zu veräußern. Aber wer widerstand, wollte sich niemals von seinem Glücksbringer trennen. Jetzt ist es fort, das Kommodal. Und die? Er hat einen so unverschämten Preis verlangt, dass er selber davor erschrak. Eine halbe Milliarde Mark. Aber es hat nichts genützt. Der Holländer hat dennoch Ja gesagt. Vielleicht hat er sich ausgerechnet, dass eine halbe Milliarde Mark umgewechselt kaum mehr ist als 5000 holländische Gulden. Was habe ich jetzt davon? Kajetan Lechner, wie er daran denkt, schimpft so laut vor sich hin, dass sich seine Nachbarn umschauen. Na, was ist jetzt nachher? Das gelbe Haus. Das Haus seines Herzens. Mit dem er seine große Sehnsucht erfüllen wollte. Hinaufkommen. Hausbesitzer werden. Das gelbe Haus in der Barastrasse hat er doch nicht gekriegt. Das sei gut. Ein Ausländer hat es ihm vor der Nase weggekauft. Ein galizischer Jud. Und von dem Kommodal ist ihm nichts geblieben als die Fotografie in einer Ecke des Ladens, wo der er oft steht, das Herz voll Zärtlichkeit. Empört über die Regierung. Sabandi, Scherdi. Weil sie ihn erst gezwungen hat, sich von dem Schrein zu trennen. Die dämische Inflation haben sie gemacht. Und dann das mit den Juden geduldet hat. An die Wand steigen. Sehen wir es alle miteinander. Recht hat er, der Kutzner. Einen Saarsteiger und so ein Saargericht, die Juden. Marxistischen, Galizischen. Aber der Führer wird schon eine Lache nehmen. Erst wird er die zermorschte bayerische Regierung verjagen. Dann wird er die Bayer nach Berlin führen. Dann wird er die völkische Erneuerung machen. Und ein größeres Deutschland entzwingen. Wenn er dann mit Holland Krieg führt, dann kann er vielleicht sogar den Alle erzwingen, den Stein wieder herauszugeben. Der Vaterländische Anzeige, die verbotene Nummer. Der Verbräser Streisemann verrägt das Götchen von dem Erdfeind. Der Saal ist voll von Bierdunst, Schweiß, Menschen. In den tiefhängenden Wolken des Tabakrauchs schwimmen Tomaten, rote Rundschädel mit Schnauzbärten, graue Tonkugel. Was meinst du, Herr Nachbar? Ob er es heute ansagt, der Führer, wann er los schlägt? Die werden den Freiheitstag nicht versäumen. Man wartet, grinsam, schimpft über die Ungerechtigkeit der Regierung. Der Blechnermeister Hautseneder hat die Unbild der jetzigen Ordnung dadurch zu spüren bekommen, dass seine Frau die dumme Gans gleich bei zwei Vertretern für einen Staubsauger unterschrieben hat. Das Ganze endete mit einem flauen Vergleich. Und damit, dass Herr und Frau Hautseneder sowie die zwei Reisenden missvergnügt über die bestehende Gesellschaft zu den wahrhaft Deutschen übergehen. Der Regierungsinspektor AD Ersinger ist ein Herr, der sehr auf Sauberkeit hält. Noch in diesen miserablen Zeiten ist er geneigt, der Obrigkeit zu gehorchen. Seit ihm aber seine Frau statt der gewohnten hygienischen Rolle Zeitungspapier ins Klossett hängt, ist es aus mit seiner Geduld. Er ist beim Künstler. Dem Maurer-Polier Bruckner sind im Krieg drei Söhne erschossen worden. Die Kirche hatte für den schimpfenden Alten keinen Trost als das Gott, weh in der Liebe züchtige. Er findet besseren Trost beim Kutzen. Der Gymnasiallehrer Josef Feichtinger ist erst am Isar-Dorplatz umgestiegen, wo er noch einen Einkauf zu tätigen hatte und nicht, wie vorgeschrieben, am Stachus. Er ist in Ehren 42 Jahre alt geworden. Unter dieser Regierung wird man bestraft, weil man am Isar-Dorplatz zwei blaue Hefte kauft. Er ist beim Künstler. Endlich Held, prunkvoll geleitet von seinem Stoßtrupp, umgeben von blutroten Fahnen, den sorglich gescheitelten Kopf gereckt, der Führer seinen Einzug. Die langen, blassen Lippen mit dem winzigen, dunklen Schnurrbart darüber öffnen sich. Er spricht. Was er sagt, ist nicht unbekannt. Aber es wirkt neu, durch die Kraft seines Vortrags. Die Leute lauschen benommen glücklich. Der prächtige Schall, die bewegte Mimik reißen sie mit. Rupert Kutzner schmettert seine Rede. Rauch und Hitze fechten ihn nicht an. Seine Lunge hält durch. Sie ist zuverlässig, wie eine Maschine. Das kostbarste Gut der Partei. Der Führer betreut sie sehr. Bei jeder seiner Reden muss Konrad Stolzing zugegen sein, der Hofschauspieler. Ein glücklicher Stern hat den Staatsmann und den Künstler zusammengeführt. Mit Hingebung bringt er seinem großen Schüler bei, wie man mit dem Atemhaus hält, wie man durch das Rollen des Buchstabens R die Aussprache deutlicher macht. Schon kann der Führer acht Stunden hintereinander sprechen, ohne zu alarmen. Der Alte mit dem eindrucksvollen Römerkopf sitzt in jedem Vortrag des Führers, kontrolliert, schreiten, trinken, sprechen, ob es Schönheit und Würde habe. Er findet nichts auszusetzen. Alles klappt, alles kommt. Auch dieses wirkungsvoll nachdenkliche Lächeln. So hat er gelächelt, vor 25 Jahren in der Rolle des Prinzen Hamlet von Dänemark, einer Figur des Bühnendichters Shakespeare. Endlich spricht der Führer von der Eroberung des verrotteten Staates. Vom Marsch auf Berlin. Die Zuhörer setzen die Maßkrüge ab. Kajetan Lechner hält mitten im Schnäuzen innen. Allein der Führer drückt sich nicht grob und klar aus, wie die Kursnotiz des Dollars. Er sagt es poetisch. Noch vor der Baumblüte. Er weist auf die Fahnen. Noch vor der Baumblüte werden diese Fahnen sich bewähren. Noch vor der Baumblüte. Diese Verheißung schallt den Münchnern dreuend, lieblich, verlockend in die Ohren. Alle im Saal lächeln und jetzt das gleiche nachdenkliche Lächeln wie der Führer. Sie sehen ihre Gegner am Galgen hängen oder an Bäumen mit blauen, vorquellenden Zungen. Der Lechner sieht den Galizia hängen. Der Hautzeneder, die beiden Reisenden. Die beiden Reisenden, den Hautzeneder. Und alle trinken tief und befriedigt aus dem großen, grauen Krügel. Der Altmöbelhändler Kajetan Lechner nimmt sich vor, auf dem Rückweg doch durch die Barastrasse zu gehen, sich das gelbe Haus wieder anzuschauen. Jetzt weiß ich. Er beschließt, in die Partei einzutreten. Ewig, weil er sich nicht drin breit machen kann, der Jut. Und der Fotografie seines Schreins einen Ehrenplatz im Laden zu geben. Ewig nicht. Noch vor der Baumblüte. Gräbt es sich in sein Herz. Der ehemalige bayerische Justizminister Dr. Otto Klenk geht den kurzen Weg zum Haus des Industriellen von Reindl am Karolinenplatz zu Fuß. Den Lodenmantel, den er liebt, um die Schultern, die Pfeife im Mund, trottet der kräftige, hochgewachsene Mann, vergnügt durch den gleichmäßigen Regen. Der Wind ist umgeschlagen. Er kommt aus dem Süden. Er bringt den Frühling in die bayerische Hochebene. Schön ist sein Land. Es hat Höhe und Weite, Berge, Seen, Flüsse. Seine Himmel sind bunt. Seine Luft macht alle Farben frisch. Von diesem Land Bayern soll also die Erneuerung Deutschlands ausgehen. Er, Klenk, ist dabei. Ist es gut, dass er kaum aus dem Amt mit den Wahrhaft Deutschen paktiert? Die Augen haben es aufgespürt. Alle miteinander. Otto Klenk, von großbürgerlicher Herkunft ein guter Kopf. Natürlich, der begeisterte Rupert Kutzner ist ein großartiger Trommler, aber von Geburt ein blühendes Rindvieh. Der andere Pfeiler der Patrioten, der General Fesemann, ist durch seine Niederlage im Krieg spinnert geworden. Vorläufig sind in dem großen europäischen Trauerspiel, das vor nunmehr acht Jahren mit dem Ausbruch des Krieges begonnen hat, die Wahrhaft Deutschen, die komische Figur. Das alles sieht er klar wie Glätzenbrühe. Gut. Jetzt passt's mir. Gut, weiter. Das Fallende soll man stoßen. Wäre er im Amt geblieben, er hätte vielleicht verhindert, dass seine Münchner so gottverlassenen diesen hundsordinären Stumpfsinn versinken. Aber jetzt, wo Sie ihn auf so kleine, gemeine, niederträchtige Art davongejagt haben... Jetzt bin ich frei. Jetzt redet mich keiner mehr schwach an. Jetzt drehe ich's eben gegen Sie. Schließlich hat er mehrmals erlebt, dass es politisch besser geht, wenn man seinem Instinkt, als wenn man seinem Verstand folgt. Jetzt mach ich den Wind, wie es mir beliebt. Es wird ein gewaltiger Wind sein, ein Mordswind, ein Riesenfurz, an den mancher erstickt und verreckt. Vor allem schmeckt gut die Mordsangst seiner früheren Kollegen im pfäfischen Kabinett. Oh, so scheiße. Hintervorzüge. Hin müssen's werden, denkt er das alte Zornwort seines Landes. Da kurbelt er also seine ganze Schlauheit und Politik an für einen Haufen Narren und Brandstifter. Vielleicht wird es für sein Land Bayern wirklich nicht gut ausgehen. Vielleicht aber auch, wenn er seine ganze wilde Kraft hineinschmeißt, macht er die Narrheit zum Segen. Zeigt nicht der Mussolini, der sich jetzt zum Herrn Italiens gemacht hat, dass es auch gut hinausgehen kann? An der Feldherrenhalle entfüllen Sie eben ein neues Mahnmal für die Gefallenen des Krieges. Viele sind gekommen, die Toten zu ehren, Trauer zu zeigen und Zorn gegen die Sieger. Vorne an scharen buntbemützter Studenten, die durch tiefes, eckiges, scharf gemessenes Abziehen ihrer Kopfbedeckung grüßen. Auch auf diesem Boden wächst der Nationalismus. Er, Klenk, besorgt den Dünger, besorgt Geld. Sie nehmen's doch hoffentlich nicht für unhöflich, dass ich Sie in Gegenwart des Masseurs empfange. Ich hab so vertragt wenig Zeit. Aber tun Sie sich keinen Zwang an, Herr Nachbar. Der Baron Andreas von Reindl, Herr der südostdeutschen Industrie, genannt der fünfte Evangelist, empfängt den Organisator der Patrioten auf dem Bauch liegend massig fettbeschmiert, während der Masseur Zwölfinger an ihm herumknetet. Mächtig zu Füßen des Lagers sitzt Klenk auf einem zierlichen Plüschhocker, ärgert sich über die Ausgeschämtheit des Mannes, die ihn imponiert. Ja, lieber Klenk, fast finde ich, dass die wahrhaft Deutschen doch nicht genug leisten für das viele Geld, das die Industrie in sich steckt. Ah. Wenn man bedenkt, was Italien leistet, der Duce, für das Geld der Industrie, dann stinkt der Herr Kutzner beträchtlich ab. Aber sehr beträchtlich. Aber das, lieber Reindl, liegt doch nicht nur an uns. Ach. Unser Anhang im Volk ist ungeheuer. Aber die Männer von Einfluss? Kaum einer unserer vielen Sympathisanten bringt den Schneid auf, sich offen zur Partei zu bekennen. Der Klenk sitzt riesig, gewalttätig, sagt sich, dieser Reindl sei und bleibe doch ein zwiderer Kerl. Ja, natürlich. Sein Geld könnten wir brauchen. Obwohl das andere pfeife ich. Von mir aus soll er mich auf dem Lukus empfangen. Der Reindl liegt wohlig unter den Griffen des Masseurs. Ihre Parolen kann man natürlich brauchen. Gerade jetzt. Genial, wie Sie das Volk gegen die Juden und Marxisten hetzen, während wir in Ruhe den Inflationsgewinn abschöpfen. Und das Geld werde ich ihm schon entsteißen. Geradezu unbezahlbar. Noch besser wäre es natürlich. Er gebe endlich auch seinen Namen. Darauf käme es an. Es ist schon unglaublich, was für einen Einfluss dieser Knallbrotz hat. Aber wenn die Inflation aufhört, ist es mit den Wahrhaft Deutschen aus. Das liegt doch auf der Hand. Wann das geschieht, das entscheidet übrigens keine Regierung, lieber Klenk, sondern allein die internationale Schwerindustrie. Aber wenn wir marschieren, mein Lieber, dann marschieren wir vielleicht nicht gerade in der Richtung, die Ihr Herrn wünscht. Er wird vielleicht mancher Mann manches blaue Wunder erleben. Er weiß ja noch, wer da der Gschlingte wäre. Oder lohnt sich womöglich doch eine längerfristige Investition? Die Roten vernichtet, Bearbeiterschaft Ruhe verordnet, Kriegsindustrie. Das wären Träume. Herr von Reindl dreht den Kopf zur Seite, lächelt Klenk träumerisch von unten her an. Sie werden also noch heute einen Scheck erhalten. Ich gedenke übrigens, nicht kleinlich zu sein. Nicht alle machten die Gaudi um Kutzner mit. Die wahrhaft Deutschen fanden beharrliche Gegner in den Sozialdemokraten, den Kommunisten. Sie stemmten sich gegen den immer stärkeren Druck, schrieben gute, klare Aufsätze in ihren Zeitungen, ließen sich auf Straßenschlachten mit den Patrioten ein. Dazu gehörte Mut, denn die Behörden schauten der sich ausbreitenden Gesetzlosigkeit mit unverschämter Blindheit zu. Arbeiter bildeten gegen die Überfälle der wahrhaft Deutschen proletarische Hundertschaften, stellten sich den Hakenkreuz verwenden. Es war ein ungleicher Kampf. Grüne Polizisten nahmen ihnen die Waffen ab. Den Patrioten beließen sie Stöcke, Gummiknüppel, Messer, Revolver. Bewaffnete Abteilungen der wahrhaft Deutschen zogen in Bayern umher, um Justizexekutionen an Missliebigen vorzunehmen. Ihre Kompanien veranstalteten organisierte Jagden auf alle Gegner. Die Krankenhäuser füllten sich mit Verwundeten, die Leichenhäuser mit Toten. Die Behörden verfolgten die Arbeiter. Polizisten begleiteten die Aufmärsche der Patrioten, sicherten sie ab. Bei einer sozialistischen Demonstration dagegen entrissen sie den Bannerträgern die Fahnen mit den Farben der Republik, zertraten die Stöcke, zerfetzten das Tuch. Die Justiz klagte die Arbeiter an. Die Justiz klagte die Arbeiter an. Er schreibt. Die Sonne ist durchgekommen, liegt prall auf dem nicht aufgeräumten, mit Asche überstäubten Schreibtisch, beleuchtet jedes Stäubchen in dem lieblos eingerichteten Raum. Er arbeitet an seinem Buch Geschichte des Unrechts im Lande Bayern. Seinen ganzen nervösen Fanatismus wirft er jetzt auf das Buch. Dr. Geyer hat alle anwaltlichen Dinge abgegeben. Er sitzt Hager, schlecht rasiert, mit dringlichen, zupackenden Augen unter den dicken Brillengläsern. Wissenschaftlich zeigt er das Unrecht auf. Mit kalter, sauberer Logik beschreibt er dieses verhasste, verlogene System. Dieses System Gewalt, Willkür, Vorteil, Politik, umzufälschen in Ethik, Gesinnung, Christentum, Recht, Gesetz. Er schreibt, lächelt, streicht, überprüft. Niemals in Leben hat er sich so glücklich gefühlt. Seit wann eigentlich hat er sich so zurückgezogen aus der Betriebsamkeit zwischen Tagespolitik und Advokaterei. War es nach dem Überfall damals, von dem er immer noch leicht hinkt? Welches war sein letzter Prozess? Das Meinheitsverfahren gegen den Dr. Krüger, den Leiter der Staatsgalerie, angezettelt von dem Klenk, um den Mann aus dem Amt ins Zuchthaus zu bringen? Auch eine schreiende Rechtsbeugung? Meine Absicht ist es, aktenmäßig dieses Unrecht zu beziffern, es weiterhin sichtbar in scharfe Licht zu stellen. Herr Doktor! Seit damals geht er nicht mehr aus der Wohnung. Herr Doktor! Ist, was die Haushälterin Agnes noch für ihn auftreibt, denn die Geldaufblähung verpflichtigt sein gespartes Kapital zur Luft. Herr Doktor! Das Abendessen ist doch schon lange fertig und wird kalt. Ja, ja. Und glauben Sie, das bekommt Ihnen... Hör mal, Pitschen, jetzt rauchen Sie es doch nicht allebei, was doch so ungesund ist und so viel Geld kostet in den notigen Zeiten. Es reicht ja eh fast nimmer fürs Essen und das Gewand. Ja, ja, es ist gut, Agnes. Ja, und Ihre Gewand. Mei, will es wieder ausschauen. Schon dreimal habe ich es zu den Lumpen gegeben, aber mei, da kann man reden und reden und es nutzt alles nichts. Der Anwalt Dr. Geyer sitzt, die dünnhäutigen Hände unterm Kopf verschränkt, die Augen geschlossen, sieht alt, seine dünne, blassrote Haut zerknittert aus in dem gränen Licht. Er sieht das Gesicht hinter dem Unrecht, das Gesicht mit kleinen, vergnügten Augen, mit der Pfeife im Mund, das große, gewalttätige Gesicht seines Feindes Klenk. Agnes? Agnes? Ja, natürlich. Den ganzen Tag stört er in die Person, aber wenn man sie einmal braucht... Guten Abend. Er prallt zurück. Vor ihm steht, frech, windig, ein dünnes Lächeln auf den sehr roten Lippen, leisen Geruch von Heu und Leder verbreitend, ein junger Mensch. Erich? Der Anwalt schluckt. Ihm ist, als würde ihm plötzlich alles Blut in den Kopf hinaufgeschränkt. Er schwankt, hält den Mund auf, schnappt Geyerich nach Luft. Er ist gekommen. Zu ihm. Erich. Der Junge ist gekommen. Darf man herein? Ja. Natürlich. Der Junge geht hinter ihm ins Zimmer, immer das gleiche Lächeln auf den Lippen. Ja, bitte komm doch. Sieht sich um, verbirgt nicht seine Geringschätzung. Es ist das erste Mal, dass er hier ist. Bis jetzt immer hat der Anwalt ihn aufgesucht. Es ist ein großes, ungeheures Ereignis, dass der Junge zu ihm kommt. Wichtiger als die Geschichte des Unrechts, wichtiger als irgendetwas in der Welt. Und es ist ein ungeheures Unglück, dass er jetzt so unvorbereitet dasteht. Er hat sich die Situation oft vorgestellt. Sich oft ausgemalt, was alles er dem Jungen sagen will. Gutes und Böses. Aber jetzt ist ihm alles entfallen. Verwahrlos, blöd, ratlos. Und endlich armselig steht er vor seinem Jungen. Nur dieser zum ersten Mal zu ihm kommt. Wollen wir uns nicht setzen, soweit es hier möglich ist. Ja. Jan, natürlich. Bitte. Miss, es ist hier ein bisschen ungemütlich. Noch niemals hat er einem Besucher derartiges gesagt. Erich Bornhag sitzt auf einem der lieblos hingestellten, steiflenigen Stühle mit gekreuzten Beinen. Lebemännisch. Während der Anwalt demütig, verfallen, unbeholfen vor ihm auf der Kante des Stuhls hockt, wartend. Du wirst dich wundern, dass ich dich aufsuche. Ja. Du kannst dir denken, dass ich nicht gerade gern mit dir zusammentreffe. Und hier schon gar nicht. Ich weiß es schon. Dr. Geyer betrachtet die Hosen, in denen die gekreuzten Beine des Jungen stecken. Denn zu seinem Gesicht fragt er nur selten aufzublicken. Es sind aber karierte Hosen aus einem festen englischen Stoff, streng gebügelt. Die Schuhe sitzen ausgezeichnet, schmiegen sich stark und bequem. Sicher sind sie nach Maß gefertigt. Und Erich Bornhag entwickelt Pläne, spricht von Geschäften. Gute Geschäfte übrigens. Die politischen, du verstehst. Für Leute, die keine Tapperkreise sind, ist jetzt eine gute Zeit. Ja. Dieser Rupert Kutzner ist doch wirklich ein fabelhafter Mann. Dr. Geyer hört nicht recht hin, wie der Junge jetzt seine Beziehungen aufzählt. Und Fesemann, der Kriegsheld, eine fabelhafte Galionsfigur. Da wird es nicht denken, dass ihm alle diese Namen geradezu körperlich verhasst sind. Klenk, den kennst du ja auch. Gewaltnatur und verächtlich. Riedler, der Landsknechtführer. Hundertfacher Mörder. Keine Menschen mehr. Näher am Tier. Mit all denen machen wir unsere Geschäfte. Vielmehr denkt er, was wohl die Mutter, was wohl Alice Bornhag... Alice. ...dazu gesagt hätte, dass jetzt der Junge doch vor ihm sitzt. In seinem Haus, trotz allem. Alice. Verkapseltes springt in ihm auf. Er sieht das große Mädchen Alice, wie er es zum ersten Mal gesehen hat, damals, als er nach bestandem Examen die paar Wochen an dem österreichischen See verbrachte. Alles in allem ist es ihm heute noch ein Rätsel, wie er das große, schöne Mädchen so rasch zu sich hat, herüberziehen können. Hier im Moos, ach. Das ist weich. Die warmen Nächte, im Wald am See, wie sie zusammenlagen, faul, glücklich, sich amüsierend über die Unbequemlichkeiten. Ameis. Alles voller Ameis. Wir haben unsere Kleine auf einen Ameisenhaufen gelegt. War das wirklich er, der damals lag mit dem Mädchen? Dann, wie die Verwicklungen kamen. Ich bin schwanger. Der Krach mit ihrer bürgerlich strengen Familie. Ich glaube, ich will es nicht haben. Wie sie dann doch zu ihm hielt. Wie er glücklich war. Danke, du. Ihr das bisschen Geld zu geben, über das er verfügte. Wie sie zweifelte. Nein, wir heiraten nicht. Schwankte. Ja, wir könnten schon heiraten. Wie sie seine dringlichen Vorstellungen schließlich abwies. Nein. Ihn plötzlich verachtete. Dich heiraten? Was bildest du dir ein? Wie sie anfing, warum weiß er bis heute noch nicht, ihn zu hassen. Dich fahrige, schlampige, zwinkende Kreatur. Wie sie nach Norddeutschland fortzog. Lass mich in Frieden. Gut. Sich lieber elend und überaus mühevoll durchschlug. Ich nehme kein Geld mehr von dir. Jut. Ihr Kind großzog in wachsendem, bösartigem Hass gegen den Mann Geier, den sie einige Wochen geliebt hatte, der vor diesem Hass ratlos stand. Stinkendes, widerwärtiges Service, du Jut! Wie dann der Junge freiwillig ins Feld ging. Wie er zurückkehrte, verlottert, windig, nicht mehr tauglich zu ernsthafter Arbeit. Wie er, der Anwalt, ihm seine Hilfe anbot, immer dringlicher. Wie der Junge sich zusammenschloss mit diesem peinlichen Frontkameraden von Delmayer, dessen Gesicht... Ich will es nicht wissen. ...wer bei dem Anschlag damals erkannt hat. Im Dunkeln. Nur den Bruchteil eines Augenblicks. ...das höhnische, windige, widerwärtige Gesicht. Wie der Junge ihn verhöhnte. Wie der dumpfe, unerklärliche Hass der Mutter ihm immer wieder entgegensprang aus Erich, dem Jungen, seinem Sohn. Tja, Junge, mein Sohn. Übrigens habe ich eine Bitte an dich. Ja? Mein Kompanion Delmayer sitzt nämlich seit ein paar Wochen im Gefängnis. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass du ein guter Anwalt bist, aber du könntest trotzdem versuchen, ihn herauszukriegen. Nein, der Anwalt Geier ist nicht willens, den Fall zu übernehmen. Er soll unsere Hunde vergiftet haben, um die Versicherungsprämien zu kassieren. Er wird Geld für den Jungen verdienen. Viel Geld. Das Buch wieder liegen lassen. Wieder Fälle übernehmen. Große Prozesse. Eine gemeine Lüge. Aber von diesem Delmayer soll er los. Jetzt wird er zu ihm reden. Er hat ihm so viel zu sagen. Jetzt ist die Gelegenheit. Es tut mir leid. Nein? Der Anwalt kann nicht wissen, wie Hartzellenjungen diese Antwort trifft. Ich hätte die Vertretung sehr gern übernommen. Glaub mir aber, mir ist etwas dazwischen gekommen. Nicht einmal über diesen armseligen Mann vermag er es, dass er handelt nach seinem Willen. Ein Kollege hat sein Reichstagsmandat zurückgegeben. Ich soll es übernehmen. Ich muss wohl... Ich wusste, dass du versagst, wenn man dich einmal um einen wirklichen Gefallen bittet. Der Anwalt sieht die Miene des Jungen sich verzerren. Kalt. In einer Verachtung ohne Maß. Seine Augen werden ganz hell vor Ruhen. Er sieht den Jungen aufstehen, zur Tür gehen. Er sucht, wie man wohl im Traum etwas sucht, das immer wieder entgleitet nach einem Satz, einem Wort, das ihn halten könnte. Jetzt wird er jetzt gleich und wohl für immer fort sein. Geld, ich... Ich kann dir Geld... Ich brauch dein Judengeld nicht. Lass es mich überlegen. Lass es mich drei Tage überlegen. Drei Tage? Warum ich drei Jahre... Warte noch! Vier... Vierundzwanzig Stunden. Anderen Tages, in aller Frühe, teilt er dem Jungen in einem höflichen, fast demütigen Brief mit, er übernehme die Vertretung des Herrn von Dellmeier. Aber am gleichen Tag noch erhält er den Bescheid, Herr von Dellmeier verzichte auf seine Dienste. In einer großen Limousine fahren drei Männer durch den dünnen, weiten, menschenleeren Pfosten in der Park. Sehr verschiedene Männer. Entschlossen, sich Ruhm zu erwerben durch eine Tat. Strahlen muss sie. Am besten finster strahlen. Eine finster strahlende Tat. Erich Bornhag am Steuer will sich Ruhm erwerben unter den Patrioten, damit sie seinen Freund aus dem Gefängnis holen. Alois Kutzner, schwer, ungeschlacht neben ihm, der Boxer, Bruder des Führers, will sich Ruhm erwerben, um den König Ludwig II. von Bayern aus dem Kerker zu befreien. Simon Staudacher, der Sohn des Klenk, riesig wie sein Vater, im Fond des Wagens, will sich Ruhm erwerben zur Gaudi. Darum hat er sich an das Dienstmädchen Amalia Sandhuber herangemacht, dass Drall Resch, sonntäglich angezogen, neben ihm sitzt. Ach, eine feine Idee von dir war das, Simon, dass wir jetzt nach Sternberg fahren. Siehst du, Marla? Denn Amalia Sandhuber ist eine Verräterin. Verräter verfallende Feme. Der romantisch-mittelalterlichen Gerichtsbarkeit, durch die mehrere hundert Menschen schon ihr Ende gefunden haben. Stimmte das heimlich am See? Das Dienstmädchen, eine gutmütige, rätselige Person, Männerbekanntschaften nicht abgeneigt, hat ihren Herrn, den General Fesemann, ausspioniert, indem sie ein Gspusi mit einem roten Metzger gesellen hat. Es liegt auf der Hand, dass sie das heimliche Waffendepot in seinem Haus denunziert hat, so dass die Vertrauensleute der Patrioten bei der Polizei die Waffen kaum mehr rechtzeitig für die Partei retten konnten. Ja, schade ist, dass die anderen dabei sind. Meinst? Ja, du nicht. Was uns den Wangen verschafft haben? Ja, schon. Geh weiter. Größere Gesellschaft ist doch vorbei, Fidela. Ja, schon. Aber schade ist doch. Es ist Abend. Der Wind ist ungeschlagen, es ist warm. Er legt sich schwer in die Glieder. Das Fräulein Sandhofer sitzt neben ihrem Seemann, schiebt ihre Hand in die Seine. Aber er reagiert nicht recht, ist immer so genannt. Im Gegensatz zu den landesüblichen Sitten geht er so gar nicht aufs Ganze. Die Straße ist leer an diesem Vöhnigenabend. Jetzt, kurz hinter einem Forsthaus, liegt der Wagen gar noch ab in einen Seitenweg. Aber wo fährt's denn hin? Wir wollen doch nach Starnberg. Ach, Mann. Starnberg. Ja. Alles aussteigen, die Herrschaften. Sie werden sehen, Fräulein. Hier ist es viel heimlicher. Freilich. Starnberg. Kumstweidel. Komm jetzt zünftig. Man steigt aus, steht zwischen schmutzig schimmernden Pfützen. Überall tropft und rinnt es und glitscht unter den Füßen. Das soll heimlich sein? Das ist doch nicht möglich. Soll man's da vielleicht in einem Dreckli sitzen? Der Simon zieht jetzt ein Papier aus der Tasche. Die Hausgehilfin Amalia Sandhuber hat vaterländische Geheimnisse verraten, verrät er vor allem der Femi. Die Amalia schaut ihn an, begreift mich, sie hält es für einen Spaß. Du bist mir aber spaßiger. Amalia Sandhuber schaut sich etwas ratlos nach den anderen um. Die aber schauen nicht recht her. Infolgedessen bekommt sie keinen Blick mehr von einem anderen Menschen, sondern das letzte Menschenantlitz, das sie sieht, ist das des Alois Kutzner, der jetzt auf sie zukommt und ihr, bevor sie schreien kann, einen Schlag versetzt mit einem großen Hufeisen, das er neuerdings als Glückszeichen bei sich trägt. Was ist das? Verräterin. Dann kniet er neben sie. So. So, müssen sie alle hier werden. Betet ein rasches Vaterunser, dass Gott ihm die Kraft verleihe, sie vollends zu erledigen. Ganze Verräterbagage. Und erwürgt sie. Erich Bornhag aber gräbt einen dürren Ast in den Boden neben dem Leichnam. Daran steckt er einen großen Zettel mit einer primitiv gezeichneten schwarzen Hand und der Inschrift Verräter, hütet euch. Die Stadt München fieberte. Es kostete der Dollar 250 Millionen, die Semmel 1 Million, die Maß Bier 12 Millionen Mark. Blutrote Plakate luden zum Parteitag der wahrhaft Deutschen. Die Stadt war voll von Landsknechten mit der Hakenkreuzbinde am Arm, bewaffnet aus Beständen der sympathisierenden Reichswehr. Dann nahm unerwartet der bayerische Staat den Kampf an. Es war ein kühnes Unterfangen. Die Regierung verbot Versammlungen unter freiem Himmel. Die Patrioten in aller Öffentlichkeit erklärten sie Schissen auf das Verbot. Es sah aus, als sei diesmal Gemetzel und Bürgerkrieg unvermeidlich. Die Regierung blieb unerwartet fest. Verhängte den Ausnahmezustand. Auch Klenk arbeitet jetzt stark. Mit sich herum trägt er ein Foto. Französische Soldaten an der Ruhr lümmeln arrogant vor ihren Panzerautos, Hände in den Taschen, vergnügt, Sieger, Herren über Leben und Tod, der unterworfen. Ein nie erhörter Akt der Gewalt. Los schlugen müssen wir. Es ist ein empörendes Bild. Und er empört daran, sein Herz und das der anderen. Aber heute, muss es sein, bald. Jetzt ist die Baumblüte. Otto Klenk prüft, ein guter Koch, die kochende Volksseele, ob das Gericht gar ist. Es ist gar. 51 Prozent. Genau die 51-prozentige Sicherheit müssen die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse bieten, dass es gelingt. Nicht mehr und nicht weniger. Noch unterstützt sie die Industrie, der feine Herr von Reindl. Aber das träumerische Lächeln des fünften Evangelisten im Herrenclub neulich. Vor diesem Lächeln ist der Klenk kein furchtsamer Mann, erschrocken. Er spürt mit gutem Instinkt, sie sind auf dem Weg, sich an der Ruhr zu einigen. Dann ist die Gelegenheit verpasst. Futsch sind dann die 51 Prozent. Und kein Reindl stellt mehr die Musik zu dem Marsch nach Berlin. Der Parteitag, die große Fahnenweih, da muss es losgehen. Das ist die rechte Zeit. Täglich jetzt hat er dringliche Unterredungen mit Kutzner. Aber der Führer zeigt sich merkwürdig flau, geradezu schlapp. Herrschaftszeiten. Alles, was er tut, ist mit großer Geste auf die Schublade seines Schreibtisches zu verweisen. Dort liege der genaue Plan des neuen Reichs. Aber den Marschbefehl, den kriegt man nicht aus ihm heraus. Sollte ich es auf eigen herausprobieren, könnte man statt den lahmarschigen Kutzner nicht auch den Fesermann vorschlagen. Er, Klenk, weiß, dass der Fesermann den Krieg verloren hat. Und nicht Juden und Marxisten. Aber das Foto in der Tasche glaubt er es manchmal schon selber, dass es Marxisten und Juden waren. In seinem hübschen, gelben Biedermeierpalais sitzt der Ministerpräsident, jetzt Generalstaatskommissar Dr. Franz Flaucher, den Dackelwaldmann zu seinen Füßen, schwer, massig, mit breitem, eigensinnigem Schädel. Igelt sich ein. Wittert. Seinerzeit war er der Erste im Kabinett, der den wahrhaft Deutschen das Wort redete. Sie schnappen den roten Leute weg. Man kann sie brauchen. Verteidigen wie er selbst die alten, wohlbegründeten Sitten und Gebräuche gegen das neumodische Gift. Ausgezeichnet brauchen. Dienen als großartiges Druckmittel gegen Berlin. Aber jetzt sind sie ihm zu üppig geworden, mandeln sich auf, achten nicht mehr die Autorität des Staates. Und jetzt ist seine, Franz Flauchers, gewünschte Stunde gekommen. Jetzt wird's geschnaggelt, Herr Nachbar. Fang uns nur an mit Ihrer Baumblüte. Denn Gott war mit Flaucher, hat sein Angesicht leuchten lassen über ihm, hat ihm einen Trumpf in die Hand gegeben, mit dem er erst die heimlichen Regenten, dann das offizielle Kabinett des Landes hinter sich gebracht hat. Eine dicke Anleihe aus Amerika, aufgelegt von dem Millionär Potter. In diesen schwersten Zeiten der deutschen Wirtschaft ein weithin strahlender Erfolg. Zwar, ein bitterer Tropfen ist dabei. Der Krüger. Eine Andeutung hat dieser Amerikaner gemacht. So lang hat man warten müssen, bis man losgeworden ist mit seiner verderbten Kunst. Manchmal verlangt das Vaterland schon viel Entsagung von einem treuen Diener. Jetzt muss ich den Schädling Krüger unmöglich benadigen. Der Generalstaatskommissar Dr. Flaucher duckt den wulstigen Schädel, seufzt tief, dass der Dackelwaldmann aufschaut. Aber hat er nicht damit den Kutzner besiegt? Den Mann, der sich der gottgewollten Ordnung nicht fügen wollte? Gekniet hat er. Hier, vor seinem Schreibtisch, der gefürchtete Führer. Kniefällig hat er um seine Fahnenweihe gebettelt. Gekniet. Das war ein großer Tag für den vierten Sohn des Konzipienten des königlichen Notars in Landshut in Niederbayern. Nur schade, dass der Klenk nicht dabei war. Der Kollege, der Feind, der ihn so oft gefrotzelt und gedemütigt hat. Du hättest geschaut, Kollege. Jetzt endlich hätte ihn auch der Klenk, der draußen im Vorzimmer wartet, für vollnehmen müssen. Aber, was für uns viele von der Wege, denn denn die Brigade, die da wäre gegeben, die Brigade, wie da sie die alle uns ein . kann ich Ihnen dienen, Herr Kollege. Ich nehme an, Flacher, oder muss ich Herr Staatskommissar sagen? Aber ich bete Sie, Herr Kollege. Ich nehme an, dass Ihr großartiger Erlass eine Geste ist. Wir lassen Ihnen gern Ihre Titel, Herr Generalstaatskommissar, aber in der Sache bedauern wir Ihnen keine Konzessionen machen zu können. Der Parteitag findet statt. Die Fahnenweihe findet statt. Klenk sitzt riesig da mit seiner Lodenjoppe und den braunen, gewalttätigen Augen. Der Flaucher, mit seinem viereckigen Schädel so massig er ist, hockt klein vor ihm, reibt sich zwischen Hals und Kragen. Auch ich muss bedauern. Ach so. Dann wären wir... Heute früh, Kollege, war schon Ihr Herr Kutzner bei mir. Ach. Ach, aber es gibt Grenzen, über die ich nicht hinaus kann. Und wenn mich einer kniefällig drum bittet... Wer bittet kniefällig? Trotz allem ist dem siegreichen Flaucher ein bisschen unheimlich vor dem Klenk. Allein er denkt an seine Sendung. Hat sie einer kniefällig gebeten? Jawohl. Gott hat den Hochfahnden vor mir in den Staub geschmissen. Ich war väterlich und habe ihm sieben von seinen vierzehn Veranstaltungen erlaubt, aber seine Fahnenweihe habe ich ihm doch nicht genehmigen können. Klenk in seinem Inneren flucht. Aber zu mir werden sie brüderlich sein. Und mir werden sie sie nicht abschlagen. Flaucher findet, die Gefahr sei vorbei. Die Fahnenweihe kann also stattfinden. Nein. Der Generalstaatskommissar Flaucher, trotzdem er gelassen sitzen bleiben wollte, steht auf. Massig triumphierend. Klenk bleibt sitzen. Sie wissen, wie stark unsere Verbände sind? Ja. Sie wissen, dass die Wirtschaft auf unserer Seite ist? Ja. Dann wissen Sie auch, dass die Fahnenweihe in jedem Fall stattfindet? Ich glaube, schwerlich. Ich glaube, mit Ihrem Kutzner werden Sie sie nicht steigen lassen können. Sie müssen einen Trumpf in der Hand haben, Flaucher. Das ist so frech daherreden. Der Klenk wartet gespannt. Der Herr Flaucher weiß wohl, wie stark die Wahrhaft Deutschen das Geld des mächtigen Herrn Reindl gemacht hat. Er aber das Geld des noch mächtigeren Mr. Potter im Rücken. Auch Klenk steht jetzt auf. Von seiner Riesenhöhe schaut er hinunter auf den Flaucher. Wenn der andere jetzt heftig wird, dann wird er es drauf ankommen lassen. Dann wird er den Absprung wagen. Trotzdem Schisser von einem Kutzner. Aber Flaucher bleibt sanft. So sanft, dass es dem Klenk alles Blut in den Kopf treibt. Sagt nur ruhig wägend mit einem kleinen Lächeln. Vielleicht habe ich einen Trumpf in der Hand. Der Klenk, blass vor Wut, fährt zum Kutzner. Mag sein, dass der Flaucher nicht leer daherredet. Aber dies ist die letzte Gelegenheit. Das weiß er genau. Doch der Führer verbeißt sich, zuckt die Achseln, sagt nicht Ja und nicht Nein. Noch am gleichen Tag tritt Klenk aus der Partei aus. Fährt ein paar Bücher zur Rechtsphilosophie im Gepäck auf seine Jagd nach Berchtolszell. Am Tag der Wahrhaftdeutschen war die Stadt in großer Bewegung. Das erste Regiment der Partei in Stärke von etwa 10.000 Mann marschierte auf. Rupert Kutzner hielt den Tag als Generalprobe. Allein das war leeres Schaugepränge. Das Kabinett hatte auswärtige Reichswehr anrücken lassen. In den Stadtteilen, die sie ihnen freigab, verübten die Wahrhaftdeutschen allerlei Unfug, erbeuteten Fahnen der Arbeitervereine auch eine Trommel. Weitere Siege erfochten sie nicht. Es war kein Erfolg. Die Baumblüte war da, aber der Tag der Befreiung war nicht da. Johanna Krein beobachtet den Aufmarsch der Patrioten vom Fenster ihres Zimmers in der Steinsdorfstraße. Das große bayerische Mädchen steht, das breite Gesicht zornig, drei Furchen über der Nase in der sonst sehr glatten Stirn. Die Pfaffen, die Minister der herrschenden Klerikalen, haben den Mann ins Zuchthaus gebracht, Martin Krüger, den sie geheiratet hat. Jetzt sind es die Wahrhaftdeutschen und ihr Agent Hartl in der Regierung, die verhindern, dass sie ihn freikriegt. Die einen nennen ihn gottlos, weil er moderne Kunst für die staatliche Galerie gekauft hat, die anderen degeneriert und entsittlicht. Zwei Jahre ist sie jetzt herumgelaufen bei den Verwaltern der Gerechtigkeit, hat diese verfluchten gesellschaftlichen Beziehungen gesucht, hat vor den offiziellen und heimlichen Regenten getrotzt und gebarmt. Dr. Geyer, jetzt Reichstagsabgeordneter in Berlin, hat eine Rede in die Ohren Deutschlands gehalten. Jacques Tüvelin, der Schriftsteller, hat einen kalt brennenden Essay geschrieben. Wenn die beiden Männer nichts ausgerichtet haben, wie soll ich die Welt überzeugen? Eine Frau mit einem Alltagsgesicht? Es wäre gut, wenn Jacques Tüvelin jetzt hier wäre, ihr Freund. Sie sehnt sich nach seinem scharfen, zerknitterten Gesicht, seinem lockeren, schlenkrigen Körper. Dass er abgefahren ist, ohne ein Wort. Er ist nach Amerika gereist. Ein Millionär namens Potter hat ihn eingeladen. Ohne ein Wort über Martin. Ein Mr. Potter, der angeblich Geschäfte mit dem Bayerischen Staat macht, und vielleicht nur nebenbei mit einem einzigen Satz. Ja. Ein Telegram, bitte. Danke. 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 Infolge des freundlichen Interesses, das mein Freund Potter für Bayern bekundet, ist... ist die bayerische Regierung bereit, Krüger zu amnestieren. Er wird in längstens drei Monaten frei sein. Frei sein. Frei sein. Frei sein. Er hat es also doch erreicht, was sie sich so gewünscht hat. Nicht mit seinem Essay, weil einem Dollarscheißer sein Gesicht gefallen hat. Das heißt, weil eine Revue, die er einmal geschrieben hat, weil ein Lied aus der Revue dem Amerikaner gefallen hat. Da ist Pech, da ist Glück. Glück ist also doch eine Eigenschaft. Die Gedanken rennen ihr davon, überputzeln sich. In drei Monaten werde ich also in Odelsberg stehen vor dem Tor und auf ihn warten. Was soll werden, wenn er heraus ist? Soll ich ihm einen Anzug mitbringen? Und wie weit ist das mit Jacques? Was ist, wenn Martin freikommt und Jacques ist nicht da? Was hat sie eigentlich davon, wenn Martin jetzt frei wird? Er ist mir im Weg. Sie erschrickt, wie sie merkt, dass sie diesen Gedanken denkt. Es stimmt nicht. Sie erstickt ihn auch gleich wieder. Ich freue mich auf ihn. Allein gedacht hat sie ihn. Auch später leugnet sie nicht ab, dass sie ihn gedacht hat. Johanna hätte sich nicht mit der Angst ablagen müssen, wie das sein wird, wenn der Mann Krüger freikommt. Denn der Mann Krüger kommt nicht frei. In der Nacht nach diesem Tag findet auch er keinen Schlaf. Er liegt auf seiner Pritsche, wird den Föhn um das große Haus, in seinen Schächten, Röhren, Kaminen. Für den Strafgefangenen Nummer 2478 sind die schlimmsten Tage vorbei. Der kaninchenmäulige Zuchthausdirektor Förtsch hat aus München endlich den rechten Winter schnuppert. Der Justizminister Dr. Hartl, der Mann der Patrioten, hat ihm die Beförderung zugesichert. Endlich wird er in die ersehnte Gehaltsklasse 13 aufsteigen. Strahlen der eigenen Zufriedenheit lässt er auch auf seine Gefangenen fallen. Martin Krüger darf wieder Gänge machen zwischen den eingemauerten sechs Bäumen im Hof. Darf manchmal schreiben. Seitdem er als Kunstwissenschaftler vom Ausland entdeckt ist, wird seine Post immer dicker. Tagsüber schreitet er den kleinen Raum auf und ab, vier Meter Länge, zwei Meter Breite. Eifrig lesend, was Schreiber mit flüchtiger, eleganter Feder über ihn verfasst haben. Sitzt in seiner kahlen Zelle unter dem Fenster mit den fünf senkrechten, zwei waagerechten Stäben, im Gestank des weißen Kübels, an den sich Haut und Lunge jetzt gewöhnt haben. Ein sorgfältiger Buchhalter seines Ruhms, seiner Erfolge und seiner Wirkung in der Welt. In den Nächten freilich hält der Glanz nicht vor. Man liegt in einem kurzen Hemd, das kaum zur Scham reicht. Zwölf Stunden dauert eine Zuchthausnacht. Die Zeit vor Mitternacht ist die bessere, denn da hört man noch Geräusche von der Ortschaft Odelsberg her. Danach bleibt nur das Geräusch des Wächters. Dann, wenn es still ist, quälen Erinnerungen. Quält die Bedrängnis des Geschlechts. Nur die Hitze. Es wird Zeit. Nur die ist vor Mitternacht schlimmer. Wenn ich freikomme. Wird er weiter Bücher schreiben? Sinnlos. Was soll schon kommen? Man könnte nach Russland gehen, wo jetzt das Bild hängt des Malers Landholzer. Josef und seine Brüder. Aber es kotzt ihn einfach an. Man könnte nach Madrid fahren. In den Prado. Goya. Aber was werden die Bilder des Goya schon sein? Farbe auf dem Rheinland werden sie sein. Was wird er, wenn er herauskommt? In der Luft schweben werde ich. Da ist dieses Mädchen, Johanna Krein. Johanna Krüger, sie ist ja seine Frau. Die redet sehr überzeugt daher. Aber ist sie damit weitergekommen? Er hockt immer noch hier. Ich hätte mir nicht so viel von ihr einreden lassen sollen. Ich hätte nicht so viel Zeit mit ihr vertun sollen. Ein Idiot bin ich. Wenn er denkt, wie viele Weiber er ausgelassen hat für diese Johanna Krein. Es ist die Hitze, dass er sein Herz spürt und dass sein Atem auslässt. Er müht sich krampfig an tausend andere Dinge zu denken. Das ist, auch wenn er nicht vor der Zeit herauskommt, das vorletzte Frühjahr, das er in Odelsberg sitzt. Die längere Zeit ist vorbei. Jetzt, seitdem weniger als 500 Tage bleiben. Jetzt kann man schon gute Tage zählen. Wenn er sich jetzt so verflucht, unbehaglich fühlt, dann ist das durch die Hitze. Es ist nicht das Herz. Er hat lange keinen Anfang gehabt. Ich will es nicht. Ich erlaube es nicht. Er will nicht mehr dieses schauerliche Gefühl der Vernichtung erleben. Als drückten sich Maschinen ineinander und man ist in der Mitte. Er will nicht mehr herumtaumeln mit grauem Gesicht, nach Luft japsend für die anderen Sekunden, für ihn eine Ewigkeit. Nicht mehr das schreckliche Herauftauchen aus diesem Zustand in der Hilflosigkeit des Alleinseins. Er steht auf. Atem. Noch 427 Tage. Zwergfell. Brust. Natürlich werde ich diese 427 Tage durchhalten. Leichte Turnbewegung. Wenn einer 669 Tage durchgehalten hat, dann macht er auch für diese kleine Zeit nicht schlapp. Nicht nach Spanien? Was hat er sich da zusammengefaselt? Das erste Flugzeug, so wie er heraus ist, wird er nehmen. Besaufen wird er sich an den Goyas. 427 zu... 669... Wie verhält sich das? Gott verflucht, heiß bleibt es heute. Sonst um diese Zeit war die Temperatur schon lange passabel. Es geht nicht auf. Eine prachtvolle Frau, diese Johanna. Er sieht sie vor sich, leibhaft in der Zelle. Er glaubt, die kleine altmodische Melodie zu hören, die sie vor sich hingesummt hat, zwischen Lippen und Zähnen. Es werden keine 427.000. Johanna wird dafür sorgen, dass es keine 427.000 sein wird. Es ist nicht das Herz, aber es ist ihm verdammt schlecht. Es wird sicher besser, wenn er sich erbrechen kann. Er wirft die Arme hoch mit erhobenen Armen, die Handflächen zur Decke gekehrt, taumelt er zum Kübel. Oh Gott, ist das erlaubig. Hin und her wackelnd wie ein Besoffener. Er stürzt er nieder, nach vorne, halbschräg, den Kübel umreißend. Liegt die Arme nach vorne, im Hemd, das kaum bis zur Scham reicht. Der Kot des Kübels rinnt um ihn, langsam, dann hält er an. Viele denken jetzt nach über Martin Krügers Schicksal. Seine Geschichte und seine Meinungen, viel Papier und viele Drähte, die um den Erdball gehen, füllen sich mit Berichten, Vermutungen, Ansichten über ihn und sein weiteres Leben. Während er erkaltend liegt in der dunklen Zelle in Odelsberg, die Arme hilflos und ein wenig lächerlich nach vorn geschleudert im Kot des umgestürzten Kübels. Die Berliner Regierung musste den passiven Widerstand gegen die Ruhrbesetzung aufgeben. Ausnahmezustand über das ganze Reich wurde verhängt. Der Dollarkurs kletterte in Ziffern, die für den Mann von der Straße leere Begriffe waren. Das Puntbrot kostete Milliarden. In München die Patrioten triumphierten über die Schwäche des Reichs. Allein die bayerische Regierung und ihr Generalstaatskommissar arbeiteten nicht schlecht, nützten die Lage für ihre eigenen Zwecke. Rupert Kutzner blühte auf. Sein Führerinstinkt hatte ihn nicht betrogen. Nicht die Baumblüte, der erste Schnee war die rechte Zeit. Der Generalstaatskommissar Flaucher indes wagte den großen entscheidenden Schlag. Er ließ die Truppen der Bayerischen Reichswehr neu vereidigen. Auf sich, Flaucher. Feierlich im Rundfunk erklärte er die bayerische Staatsregierung zur Treuhänderin des deutschen Volkes. Bayern nehme den ihm aufgedrängten Kampf an. Kutzner wütete. Nicht genug, dass der Flaucher ihm seine Parolen stahl, Juden verjagte, den Bierpreis senkte. Jetzt wollte er ihm auch noch die Krone seines ganzen Plans vor der Nase wegschnappen, den nationalen Putsch. In Flaucher sang es, jubelte es. Tedeum laudamus. Kutzner hatte für die nationale Sache Sprüche gemacht. Er hatte ihr ein Heer geschafft. Gefehlt, Freilchen. So schnell gibt es der Kutzner Rupert nicht auf. Jetzt ist es halt ein Wettrennen. Wer zuerst mit seinen Vorbereitungen fertig wird. Wer zuerst putscht, hat die Führung. Die Wahrhaft Deutschen waren weit vorgetrieben. Ein neuer Tag der Befreiung war festgelegt. Der 9. November. Der Tag, an dem vor fünf Jahren die roten Hunde das alte Reich zusammengeschlagen hatten. Der Generalstaatskommissar als erstes wollte Zeit gewinnen. Beschwor die Patrioten, noch eine Woche bis zum 16. zu warten. Der Führer, obwohl seine Unterführer knurrten, gab nach. Sagte dem Generalstaatskommissar zu, bis zum 12. zu warten. Er tat dies aber mit nordischer List. Der Generalstaatskommissar sagte dem Führer zu, am 12. gemeinsam mit ihm vorzugehen. Auch dies war nordische List. Denn er hatte die Eingebung, am 8. November auf einer großen Versammlung im Kapuzinerbräu die entscheidenden Verordnungen gegen die Wahrhaft Deutschen zu verkünden. Der Führer seinerseits hatte die Erleuchtung, in eben dieser Versammlung in der Nacht vom 8. zum 9. November die nationale Revolution zu verkünden. Der Generalstaatskommissar Flaucher arbeitete zielbewusst auf den 8. November hin. Es wird sein bester Tag sein. Der Tag, an dem sich seine göttliche Sendung erfüllt, die Heimat zu erretten. Ums Leben gern hätte er den Klenk wissen lassen von seiner wahrhaft staatsmännischen Idee. Auch die wahrhaft Deutschen bereiteten sich umsichtig auf den 8. November vor. In der Nacht vor dem alles entscheidenden Tag schlief Franz Flaucher gut. Traumlos. Meine Herren! Am Abend des 8. November hält der Generalstaatskommissar seine große Rede zur Lage. Alle vaterländischen Vereine sind geladen. Der riesige Saal des Kapuzinerbräu ist gefüllt bis auf den letzten Platz. Man hat uns gesagt, wenn die Regierung so schiefen lassen, der erste Beschluss wird eine große Beschluss auslösen. Ich aber sage, einzige Besitzende gegen die dieser Verweckung der von Gott gegebenen Werte durch die materialistische Reproduktion verliegt, einzige Besitzende zur Verdeigung unserer Vereinigten Schuhe, ist Ordnung und bittige Pflicht. Meine Herren, die beinigte Regierung hat der Kutner und der Vorgang gegenüber eine außerordentliche Rangung an den Pfarrer gelegt. Jetzt aber so! Da, an der entscheidenden Stelle, wird er unliebsam unterbrochen. Mit rauchender Pistole auf einmal, die Hand hoch erhoben, steht neben ihm auf der Rednertribüne der Führer, Rupert Kutzner. So stand auf der Bühne des Münchner Hofteaters der Schauspieler Konrad Stolzing vor dem Adel Genuas, verkündend den Sturz der Tyrannei in der Rolle des Grafen Fiesco, einer Figur des Bühnendichters Schiller. Den bestürzten, erbitterten Flaucher leicht beiseit schiebt der Kutzner, erklärt, der Saal sei umstellt, verkündet den Tag der Befreiung, befiehlt mit starker Stimme, Marskrug her, drängt tief. Die Menschen brechen in Begeisterung aus, viele haben Tränen in den Augen. Jetzt endlich bringt ihnen der Führer die lang erwartete Erlösung aus allen Nöten. Das Podium ist jetzt voll von jungen Menschen in Windjacken, schwer bewaffnet, das indische Fruchtbarkeitsemblem am Arm. Auch Fiesemann, der General, reckt sich herrisch. Auch der Gauleiter Erich Bornhag ist da. Man nötigt Flaucher ins Nebenzimmer. Fordert ihn auf, bei der Erhebung mitzutun, bietet ihm ein hohes Amt im erneuerten Reich. Außen spricht der Führer zum Volk. Der Flaucher, als er den Schuss hörte, als er den pomalig gescheitelten Mann sah, als die Stimme hinaustrompetete unter dem winzigen Schnurrbart, hat blitzklar erkannt, dass jetzt sein Plan hinunterschwimmt. Er steht, die Schultern schlaff, das Gesicht verbissen, den leise winselnden Dackel Waldmann zu Füßen, der die Betrübnis seines Herrn ängstlich spürt. Soll er mittun bei dem Putsch des Kutzner? Das ist aller Vernunft zum Trotz eine große Versuchung. Wenn auch die Geschichte höchstens 14 Tage vorhalten kann. Sein eigener Plan ist verhunzt, sein Leben versaut. Für ihn ist das Beste ein großartiger Abschluss. Eine große Versuchung. Außen schmettert Rupert Kutzner. Die bayerische Regierung und die Reichsregierung seien abgesetzt. Der Morgen findet er entweder eine deutsche nationale Regierung oder ihn tot. 14 Tage Volksheld sein und dann... Im Kampf gegen Berlin als bayerischer Löwe. Und als Volksheld fallen. Aber für sein Land Bayern ist es nicht das Beste. Denn die Aussichten des Putsches sind wirklich 0,0. Die norddeutsche Reichswehr ist dagegen, die Industrie ist dagegen, der Putsch muss an der bayerischen Grenze zusammenbrechen. Wenn ich mittue... Anstatt nicht doch in dieser Nacht den Putsch im Keim abzudrosseln... Wenn ich mittue, dann wird das damische Preußen den Süden endgültig schlucken. Das alles erkennt, Flaucher. Noch während Bornhag und Fesemann auf seine Antwort warten. In einer Minute erkennt dieser alte bayerische Mensch mehr als in all den Jahren bisher. In dieser Minute des Schmerzes, der Zerrissenheit, des Zusammenbruchs, des Entschlusses, wird er zum großen Mann. Ich habe die Dinge so weit kommen lassen. Ich habe die Schuld. An mir ist es wieder gut zu machen. Ich werde mich opfern. Mit seiner Bauernschlauheit aber findet er in der gleichen Minute des Entschlusses auch das Mittel, um seinem Land Blutvergießen und Demütigung zu ersparen. Er wird sich den Narren scheinbar fügen. Aber dann, wenn er erst hier heraus ist, wird er mit den heimlichen Regenten telefonieren. Mit der Münchner Reichswehr, mit Berlin. Der Putsch wird, wenn er es so macht, schon vor dem Weichbild der Stadt München zusammenbrechen. Er wird in aller Zukunft nicht nur für einen Trottel, sondern auch für einen Schuft gelten. Ich werde der Lächerliche sein. Der Verächtliche. Und der Verräter, der die große Idee in der entscheidenden Stunde von hinten erdeucht hat. Kein anständiger Hund mehr wird ein Bein vor ihm heben. Das ist unangenehm. Aber ein bayerischer Beamter tut seine Pflicht. Er sagt also bauernschlau und traurig, Herr General, Herr Gauleiter, ich sehe nur das Wohl des Vaterlandes. Und ich gehe mit Ihnen. Und dies ist wahrer, als Sie wissen. Außen beschwört Rupert Kutzner mit großer Gebärde die Leichen der Verräter, wie sie an den Laternenpfählen hängen werden. So hat vor 25 Jahren Konrad Stolzing den Römern die Leiche des Gaius Julius Cäsar gezeigt. In der Rolle des Mark Anton. Einer Figur des englischen Bühnendichters Shakespeare. In der 14. Reihe des Demonstrationszuges vom Kapuzinerbräu ins Zentrum Münchens marschiert das Gewehr über der Schulter, die Hakenkreuzbinde am Arm der Altmöbelhändler Kayetan Lechner. Es ist ein ansehnlicher Zug, bestehend zumeist aus jungen Leuten. Doch Kayetan Lechner stellt seinen Mann. Er saß im Kapuzinerbräu, als dort die Revolution ausbrach. Das Herz ging ihm auf. Ja, der Schrein kam. Schon sieht er wieder den Schrein. In deutschem Besitz. Träumt das gelbe Haus, befreit von seinem fremdrassigen Räuber. Gewaltig in sein blau gewürfeltes Taschentuch schnäuzt er. Mächtig aus dem kropfigen Hals schreit er. Heil! Man marschiert in zwölfer Reihen hinter den blutroten Fahnen. Kutzen und Fesemann schreiten voraus. Der alte Mann mit dem weislichen Schläfenbart redet laut vor sich hin, begeistert. Die Nachbarn in der eigenen Begeisterung hören ihn nicht. So ist es. Also, wenn man es sieht. Heute erobert man München, morgen Bayern, in einer Woche das Reich, in einem Monat die Welt. Ich nehme, dass man marschiert. Siegt man. Auf der Ludwigsbrücke steht Polizei. Das sind schäbige zwölf Mann. Die ersten zwei Reihen werfen sich auf sie, spucken sie an, überwältigen sie, führen sie ab. Geschwellt marschiert man weiter. An den Mauern Plakate, An den Mauern, Plakate, Proklamationen im Flauchers. Wer sich Kutzner und Fesemann anschließe, werde als Hochverräter behandelt. Führer runter mit des Saarplakates. Man zerreißt sie. Sowieso ist es nur ein jüdischer Dreh. Was? In der Residenz liegt Landespolizei. Will absperren? Wäre er noch schöner. Die kamen ins Grundrecht. Die Saarplakate. Die erledigen. Man staut sich, schreibt, furchtelt. Mit der Altmöbelhändler Lechner kann nicht erkennen, was eigentlich los ist. So viel sieht er. Reichswerden. In die Feldhahnhalle herum kommt Reichswerden. Reichswerden. Gehren sie nachher zu uns oder zu den anderen? Aber. Schürzen. Wer schürzt? Da vorne vorne bei hier um? Ja, das ist Maria und Josef. Was dich wissen? Man schmeißt sich hin in den Dreck. Er selber schmeißt sich einfach hin. Trotzdem er seinen schönen Sonntagsrock anhat. Es wird ihm weh und weich am ganzen Leib. Furt. Er sieht vom Boden aus schlecht hinauflücksend, wie die Kugeln an der Mauer zu spritzen. Ich möchte da fort. Er sieht das graue Auto des Führers, wie es umdreht, wie es mit Vollgas rücksichtslos durch die dichten Menschen davonfährt. Wie gern sehe ich sie ja darin. So ist das also, mein Lieber. Mit Krieg und Schlacht und Vollstürme. Mein Vater landet und Revolts. Verflucht ungemütlich, Herr Nachbar. Eine Saharei, Herr Nachbar. Einige richten sich hoch, laufen fort, duckt, trampeln über ihn hinweg. Zeit, das warme Arm. Eine Mauer her. Eine gute, stornene Mauer. Und eine Mauer zu spritzen, die Kugel. Jetzt ist schon wieder einer auf seinem Rücken. Jetzt ist schon wieder einer auf seinem Rücken. Hundskrippe ist saugrumme. Sieht doch gar nicht. Eine Kugel kam geflogen. Wenn sie müde, gilt sie dir. Schöner Rämmi. Er richtet sich hoch. Schöner Rämmi. Schöner Rämmi. Schöner Rämmi. Herr von Schöner. Ich dreht mich ja noch zu Taut. Schon schiebte sie mit, reiste sie mit in eine Seitenstraße. Gott sei Dank. Hier, Gott sei Dank, ist es still. Er steht zitternd gepresst an einer mächtigen Haustür. Er ist sackrisch erschöpft, aber er lebt. Eine gute Tür. Die lässt gar keine Drei. Wenn du nicht das Gewehr so merkwürdig um ihn erholst, rumbarmelte. Jetzt reicht es los. Dann wäre die ganze Sache los und hätte mit den Kugeln nichts mehr zu schaffen. Ich würde das Leben gern. Im ersten Stock sieht er ein Schild. Dr. Heinrich Baum, Dr. Siegfried Innsburger Rechtsanwälte. Ja, das ist es. Ja, bitte. man lässt ihn ein. Jüngerer, hagerer Mensch sitzt da mit nicht unguten, bebringten Augen. Was wünschen Sie bitte? Er nimmt das baumelnde Gewehr von der Schulter, lehnt es an ein Aktengestell. Es will nicht stehen. Schließlich, leise, sehr vorsichtig, legt er es quer über den Schreibtisch. Ja? Ja, Herr Doktor, ich hätte eine Bitte. Dürfte ich austreten? Ja, natürlich. Darf ich Ihnen den Weg zeigen? Kajetan Lechner, die Tür hinter sich verriegelnd, atmet auf. Das ist ein hartes Rennen gewesen. Aber er hat es gemacht. Und jetzt ist er in Sicherheit. Er nimmt die Binde mit dem Fruchtbarkeitsemblem vom Ärmel und wirft sie in die Schüssel. Ich bin der Wille nicht hinunter. Er nimmt eine Art Besen und stopft sie vollends hinein. Dann hockt er da, atmet, bleibt lange. vor der Tür steht er lange. und schaut das weiße Schild an mit den schwarzen Buchstaben. Dr. Baum, Dr. Ginzburger, das sind Juden, stellt er fest. Auf der Straße liegen viele Verwundete, einige Tote. Unter ihnen auch einer der Führer, Erich Bornhak, der an Punkten der Erde gewesen ist, wo es Kugeln gab wie Regentropfen, liegt tot am gemächlichen Nordeonsplatz, blutlos, die eben noch sehr roten Lippen, keine Augenweide mehr. Dr. Geyer, die rechte Hand mit dem Zeitungsblatt in die Tasche gestopft, schleift sich in sein kahles Zimmer. Er hinkt erbärmlich. Ihm ist als da sein Rücken zerbrochen. Mit Mühe, denn er kommt nicht auf den Gedanken, die Hand von dem Zeitungsblatt zu nehmen, zieht er die Vorhänge vor die Fenster, verhängt den Spiegel. Dann sucht er. Schließlich findet er zwei Kerzen, eine ziemlich große und eine schon weiter runtergebrannte. Er steckt sie an. Dann holt er aus einer Ecke einen niedrigen Schemel, stellte ihn ins Zimmer mit Mühe, entsetzlich müde. Jeder Gang ein schrecklich langer Weg. In dem dunklen Zimmer dann, vor den Kerzen und dem verhängten Spiegel bemüht er sich, sein Kleid zu zerreißen. Aber seine Hände sind dünnhäutig und schwach. er holt eine Schere und schneidet in die Jacke. Und das ist schwierig. Doch schließlich gelingt es und dann reißt er weiter. Dann setzt er sich auf die Erde, auf den Schemel. Dort bleibt er hocken, den Kopf nach vorne herunterhängend, ohne Bewegung. Wie eine Blume verwelkt, wie das Gras verdacht, welken wir aus dem Licht. Hockt, bis die Kerzen ausgehen. Er hat keine neuen. Hockt in dem dunklen Zimmer bis zum Morgen. Der Prozess gegen Rupert Kutzner, den General Fesemann und acht andere Führer der Patrioten dauerte zwei Wochen. Vor vielen Zuhörern sprach der Führer zu seiner Entlastung. Den Kopf über dem hohen, steifen Kragen reckte er, sammelte alles Licht auf sich. Das Gericht, obwohl das Strafgesetz lebenslange Haft vorschrieb, sprach den General Fesemann frei. Die anderen Angeklagten verurteilte es zur Festungshaft von einem Jahr bis zu fünf Jahren, zumeist mit einer Bewährungsfrist. Nach der Verkündung des Urteils erhoben sich die Zuhörer und brachten stürmische Huldigungen dar. Johanna sitzt an ihrem großen Arbeitstisch, nachdenkend, das Kinn in die großporige Hand gestützt. Vor sich die Totenmaske des berühmten Kunstwissenschaftlers Dr. Martin Krüger, dessen Werke jetzt in viele Sprachen übersetzt werden. Auch ohne Maske wird sie das Gesicht nicht vergessen, bis zu ihrem letzten Tage nicht, wie sie es gesehen hat in dieser winzigen, grünlichen, sarghaften Zelle. Die Augen. Das harte, gelblich-graue, bösartige Gesicht mit dem strichschmalen Mund. Da ist eine Rechnung aufgemacht, die sie niemals zahlen kann. Bin ich schuld an seinem Tod? Ja, ich, ich, ich bin schuld. Ich will mich nicht davor drücken. So viel sie für Martin unternommen hat, mehr hätte sie tun müssen, damit nicht ein unschuldiger qualvoll verreckt. Tod ist Tod. Und der Prozess Krüger ist aus. Und eine Wiederaufnahme ist ausgeschlossen. Und verurteilt ist Johanna Krein. Nur eines jetzt kann sie tun, muss sie tun. Sie muss Zeugnis ablegen. Hingemacht hat diesen Mann das Land Bayern. Wir alle in diesem verfluchten Land Bayern haben ihn hingemacht. Es darf nicht sein, dass diese Gemeinheit vergessen wird und versinkt. Tüvelin aus den Staaten zurück, bedeckt mit viel Ruhm und mancher Erkenntnis, sichtet jetzt Martin Krügers letzte Manuskripte, den wilden, rebellischen Versuch über Goya, herrlich ergänzt durch den stillen, mildglänzenden Aufsatz über das Bild Josef und seine Brüder. Johanna, wie sie wieder vor ihm stand, wusste, sie liebt diesen Mann maßlos. Aber dazwischen ist, dass er Martin Krüger beinahe befreit hätte und dass Martin Krüger gestorben ist. Und sie weiß, dass so läppisch und dunstgleich ihre Hemmungen sind, sie niemals mehr wird mit ihm schlafen können. Tüvelin sieht, wie es um sie bestellt ist, beklagt sich nicht, hilft ihr. Das Werk Martin Krügers rundet sich, wächst. Aber das bedrückt Johanna. Der Mann verschwindet hinter seinem Werk. Das Werk verdeckt den Mann. Er soll reden. Aus einer Unterredung der Verantwortlichen im Ministerium wird das Wort kolportiert, die Toten sollen das Maul halten. Er soll den Mund aufmachen. Wie einer wohl in einem Traum eine Aufgabe hat, er kann sie nicht erfüllen, aber er muss sie doch erfüllen, so kurbelt Johanna ihr Gehirn an, immer von Neuem und quält es ab, wie man erwirken könnte, dass dieser Tote den Mund aufmacht. Der Schriftsteller Jacques Tüvelin trägt vergnügt im Lärm der Auer Meidut. Ganz München drängt sich zwischen den Buden. Vorne an die Künstler und die Kinder. Er sieht manches bekannte Gesicht. Hoppla, Herr Nachbar. Aber, Herr Klenk? Da ist der Klenk, der sich auf seinen Jagdsitz Berchtolds Zelt zurückgezogen hat. Wozu, Herr Tüvelin, machen Sie eigentlich Bücher? Ich drücke mich aus. Ich habe mich durch Justizpflege ausgedrückt. Sie haben sich aber nicht immer gut ausgedrückt, Herr Klenk. Was haben Sie an meiner Justizpflege auszusetzen? Sie war nicht fair. Denken Sie da an Ihren Freund Krüger? Er war nicht mein Freund. Aber vielleicht denke ich an ihn. Tod ist Tod. Darf ich widersprechen? Tod ist nicht Tod. Nein. Es kommt vor, dass Tote den Mund aufmachen. Überheben Sie sich nicht. Wollen wir wetten, dass er sprechen wird? Warum wollen Sie denn wetten? Ich wette den Ertrag meines nächsten Buches, Klenk, gegen zwei Beinknöpfe von dieser ihr erloten Joppe, dass der Tote Martin Krüger den Mund aufmachen wird. Listig, munter steht Tüvelin vor dem riesigen Mann. Mit einem Mal weiß er, wie er Johanna helfen wird. Die Wette geht. Johanna? Ja? Mein Mr. Potter hat eine merkwürdige Idee. Ich wollte dir gleich davon erzählen. Die Bücher Martin Krügers haben es meinem Amerikaner angetan. Er will, dass ich sein Leben und sein Ende in einem Tonfilm erzähle. Der Film Martin Krüger wird zum ersten Mal in Berlin aufgeführt. Tüvelin sitzt in einer Loge hinten im Parkett. Er rutscht nervös auf seinem blauen Stuhl, ist gespannt mit allen Fiebern. Er weiß um das Zufällige jeden Erfolgs. Das ganze Maß an Unrecht und Räuchelei, wie es in diesem Staat geübt wird, kann ich Ihnen nicht zeigen. Aber wir alle, wenn wir die Ohren nicht zusperren, können helfen, solche Geschehnisse zu verhindern. Können bewirken, dass es besser wird in unserem Land. Auf der Leinwand erscheint Johanna Krein. Sie ist sehr groß, doch ihr Gesicht scheint nicht so breit wie im Leben. Die Toten sollen das Maul halten, hat einer von den Regierenden damals gesagt. Ich aber will nicht, dass der Tote den Mund hält. Der Tote soll den Mund auch machen. Es darf nicht ungesagt bleiben, was diesen Mann hingemacht hat. Das ganze Land wird krank an dem verhaltenen Wort. Die Krankheit des Landes muss mit Namen genannt werden. Es erzählt die Frau auf der Leinwand von ihrem Kampf um den Mann Krüger. Manchmal verschwindet ihr redendes lebendiges Gesicht und statt seiner erscheinen die Köpfe der Männer, von denen sie spricht, in der riesenhaften Vergrößerung des Films. Der massige, viereckige Kopf des Franz Flaucher rückt hin und her über einem unbequemen Kragen. Auf einmal gar nicht lächerlich, eher peinlich und voller Gefahr. ausmerzend, passend zu dem Land der Leier. Dann der lange, gewalttätige Schädel des Klenk. Seine Berge, gut wie seine Menschen, seine Elektrizität, seine Lederhosen, sein Faschling und sein Bier. Wollen wir also gemeinsam die Verantwortung übernehmen und ruhig schlafen. Alles, was recht ist, das ist mir doch zu weit hergeholt. Der glatte Kopf des Ministers Hartl lächelt, verbindlich, aber jeder sieht, wie kalt und höhnisch seine Höflichkeit ist. Es ist nicht lang her, da versuchten sie von München aus das Land mit Gewalt zu ändern. Wir haben gesehen, diese lauten Versuche halten nicht vor. Ich glaube, das einzige Mittel, die Welt zu verändern, ist, sie zu erklären. Was dem Mann Krüger geschehen ist, geschieht an Tausenden. Schlimmeres geschieht. Auch der Kopf Rupert Kutzners zeigt sich. Er besteht aus einem aufgerissenen Mund mit einem winzigen Schnurrbart und aus ach so wenig Hinterkopf. Der Schatten Johannasawa redet weiter. Man kann sich schwer vor der Echtheit ihres Throns zusperren. Und seitdem ist mir das Essen verekelt und das Schlafen und meine Arbeit und das Land, in dem ich lebe. Das Unrecht, das ich sah, ist nicht gestorben mit dem Mann. Es ist immer da. Es ist rings um mich. Es ist nur der Schatten einer 28-jährigen Frau, der spricht. Aber dieser Schatten streckt die Arme so drohend in den Raum und die großen Augen des Schattens schauen so zornig, dass manches lebendige Auge wegsieht. Tüverlin, wie der Film Martin Krüger zu Ende geht, spürt die Erschöpfung so, als wäre er niemals von seinem blauen Stuhl aufstehen können. Das ist nun da. Das ist in der Welt. Das einleuchtende Bild eines großen Gefühls. Martin Krüger ist auf diesem Jahr nach an einem der schäbigsten Buden geraten. Sagen Sie nicht, er ist tot und seine Sache ist abgelebt. Sie alle sind gezwungen, dort einzukaufen. Am Tag, als sich der Tod Martin Krügers zum zweiten Mal jährt, trifft ein Brief ein aus Berchtolzzell. Der ehemalige Minister Klenk teilt dem Schriftsteller Tüverlin in trockenen Wendungen mit, er habe das Buch gelesen, er habe auch den Film Martin Krüger gesehen. Beigelegt sind zwei Knöpfe seiner Joppe seiner Joppe. Musik O Joppe mit, die die er Vielen Dank.